Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Männer würden das Reich eher in Brand stecken, als eine Frau den eisernen Thron besteigen zu sehen. Einer der denkwürdigsten Sätze von Eve Best in House of the Dragon als wunderbarer Rhaenys Targaryen, von der wir uns ja in der letzten Woche schweren Herzens verabschieden mussten, von unserer Königin der Herzen, wie es ja im Deutschen heißt. Und wie könnte es anders sein, dass ich zu einer Aftermath-Folge jemanden hier begrüße, der endlich mal es hierhin geschafft hat und dann auch noch, um ein bisschen über seine Lieblingsfigur zu sinnieren aus der Serie. Hallo und Vala Morghulis an den Paul. Hallo zusammen. Ja, elendig lange Anmoderation und dann bist du doch so schüchtern. Ja Mensch, endlich hat es mal funktioniert, oder? Ja, ich freue mich sehr hier zu sein. Ich habe nicht jedes Recap gehört. Ich habe mir aber extra jetzt vor diesem Recap nochmal zumindest euer Fazit von der letzten Folge angehört, um auch irgendwie vielleicht an die Gedanken auch anknüpfen zu können. Dazu werden wir ja sicherlich später gleich kommen. Und ja. Also letzte Woche hatten wir ja bekanntlich das Mid-Season-Finale. Ist es wirklich ein Mid-Season-Finale, wenn die Folgen durchlaufen? Also ich habe manchmal das Gefühl, das macht man ja gerne, wenn die Episoden so aufgeteilt werden wie Teil 1 und 2, wie es Netflix bei Stranger Things oder was weiß ich macht. Aber bei so einer Serie, wo die Staffel kohärent durchläuft, natürlich hat man auch in der letzten Folge ja durchaus mal ein größeres Ausrufezeichen gehabt als bei den letzten Folgen. Aber so richtig ein Mid-Season-Finale. Es war halt die Mitte der Staffel und es geht eigentlich nahtlos weiter. Ja, das schon irgendwo. Also es war schon ein gewisser Höhepunkt. Das würde ich sagen, auch ein Höhepunkt, wo man drauf zugearbeitet hat und der dann eben auch geliefert hat. Aber ja, das Pulver verschossen haben sie jetzt hier, glaube ich, noch nicht. Aber all diejenigen, die sich von der Folge hier, die ja zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Namen hat und das wird auch in den nächsten Ausgaben weiterhin der Fall sein. Denn ich kann hier schon mal verkünden, freundlicherweise bekommen wir von HBO und Warner weiterhin die Screener vorab zur Sichtung, also rund eine Woche vorher. Und das wird jetzt dann wahrscheinlich auch bis zur allerletzten Ausgabe dieses Jahr der Fall sein. Darüber freue ich mich wirklich, aber wir können dann eben ja nur die Informationen liefern, die uns jetzt hier gerade vorliegen. Wenn wir allerdings dann einmal dabei sind und vielleicht am Ende dieses Recaps, wenn wir daran denken, können wir gerne mal so kleine Mutmaßungen anstellen. Vielleicht fällt uns ja ein passender Folgentitel ein. Also ich habe ja auch schon überlegt, wie nach dem, was wir gesehen haben und vielleicht auch nach dem, was wir jetzt hier gesprochen haben, was sind so Kernthemen, die in dem Titel wahrscheinlich vorkommen würden. Vielleicht, wenn wir daran denken, können wir das ja, wenn ich noch mutmaße, dann können wir gucken, lagen wir richtig oder lagen wir falsch. Ja, so im Verlauf der Folge vielleicht, ansonsten, weil mir fällt halt wirklich nur das Wort Aftermath ein, also so Nachwirkungen von Rain ist tot. Ja, die Folge, genau, das ist der Titel der Folge. Ich würde es ihm durchaus zutrauen. Paul, magst du vielleicht, weil wir jetzt hier wirklich in der Mitte der Staffel sind und du ja wirklich nur beim Precast dabei warst zuletzt, magst du so einen kurzen Abriss geben, wie dir die Staffel bisher so gefallen hat? Ja, kann ich machen. Also ich mag dieses Brodeln in dieser Staffel. Ich mag, wie es in dieser Staffel oder wie die MacherInnen die Welt, beziehungsweise in dem Fall halt Besteros gestalten, wie sie das schaffen, was wir uns auch so ein bisschen im Ausblick ja gewünscht hätten. Nicht nur das House of the Dragon, also die Targaryens da zu beleuchten, sondern auch eben diese anderen Häuser und Realitäten da mit einzufangen. Ich mag da durchaus viele Einsätze, die da wieder drinstehen. Ich finde das auch schauspielerisch. Da bekommen wir wieder tolle Sachen geboten. Emma Darcy nimmt mit, ich glaube, mit vier Worten vereinnahmt sie fast die ganze Pilote-Episode, zumindest schauspielerisch und aus meiner Sicht. Ja. Oder wenn wir hier Rice-Eyphans als Otto da im Streit mit Aegon haben. Also auch das gefällt mir echt gut. Und ich habe noch ein paar Probleme mit einzelnen Figuren, mit dem Tempo tatsächlich jetzt nicht so. Aber mit der Gewichtung und Fokussierung so einzelner Sachen, da werden wir aber auch, denke ich, noch darauf zu sprechen kommen, weil das auch hier an der einen oder anderen Stelle vielleicht wieder zum Tragen kommt. Und Folge 4, hatte ich gerade schon gesagt, hatte ja schon von allen Folgen jetzt das größte Ausrufezeichen. Es ist jetzt aber bei mir noch nicht so, dass ich jetzt da in die Superlative gehen würde und sagen würde, Mensch, das ist jetzt eine der besten Folgen House of the Dragon oder auch aus dem Game of Thrones-Universum. Ach, ja. Ich finde schön, aber das habe ich mir aus deinem Fazit aus der letzten Folge ausgeliehen und das gebe ich jetzt hier einfach nochmal wieder. Was ich nämlich auch beobachten konnte oder was ich auch schön finde, dass gerade jetzt in Folge 4 eben nicht das Spektakel so sehr im Vordergrund steht. Natürlich alle und das Internet und alle Reactions und was weiß ich, sind natürlich auch, oh mein Gott, jetzt sehen wir hier die Konfrontation zweier, schrägstrich dreier Drachen und oh und, aber das Spektakel war nie der Kern der Folge oder nie das, worauf das alles hingelaufen ist. Und das fand ich auch bemerkenswert. Und mehr, denke ich, werde ich hier dann, wenn wir auf die Folge hier eingehen, noch besser anbringen können. Ja, ich glaube, die Folge bietet sich dafür auch besonders gut an. Also nicht nur wegen der Regie von Claire Killner wieder, sondern eben auch so einigen Elementen, die aus ihrer zweiten Episode hier zurückkommen und konsequent fortgeführt werden. Was ich noch ergänzen kann zu meinem Fazit in der letzten Ausgabe. Ich habe mit der Staffel bislang ein Problem, was wir auch in unserem Precast so ein bisschen vermutet hatten. Nämlich, da hatten wir ja gesprochen über das Marketing. Also dieses von wegen, oh, jetzt entscheide ich für Team Grün oder Team Schwarz. Und eigentlich ist das keine wirkliche Wahl. Und nein, ich werde jetzt hier nicht nochmal irgendein Zitat bringen, was dann schlimmstenfalls auf Telegram landet. Und mein Problem ist so ein bisschen bisher, dass sich die Serie zu deutlich auf die Seite doch von Rhaenyra schlägt bislang. Also die Grünen bekommen zwar schon mehr Format und vor allem sehr viel mehr Menschlichkeit als im Buch, was eben auch dem Konzept der Serie geschuldet ist, das einfach alles ein bisschen mehr auszufleischen. Und natürlich auch nicht nur aufgrund von irgendwelchen Hörensagen und Berichten fußen zu lassen. Ja, wie siehst du das? Also unser Ausgangsgedanke war ja im Hinblick auf das Marketing, dass sie damit arbeiten, dass du dir so vielleicht im Verlauf der Staffel oder spätestens dann am Ende denken könntest, ach ja, irgendwie sind beide Seiten scheiße. Und ganz ehrlich, ich bin immer noch Team Schwarz. Wie ist es mit dir? Also ich lehne eine Teamwahl da ab. Und ich, ja, ich finde nicht, dass sich die Serie auf eine Seite schlägt. Ich finde, das ist ein ständiges Pendeln hin und her. Also meistens markiert ja der Endpunkt der Folge die Richtung, in der das Pendel gerade ausschlägt. Und ich finde, das ist auch am Ende dieser Folge so, am Ende von Folge 5 so. Und das ist auch am Ende der Folge 4 war das genauso. Und man sieht halt wieder in Folge 4 schlägt es zu der einen Seite aus. Die hat jetzt die Überhand oder das Momentum bei sich, aber schon in der, also jetzt allein aus ihrer Perspektive und mit dem, was sie da gerade erreicht haben. Und auf der anderen Seite, am Ende von dieser Folge, wendet sich das Pendel ja wieder ein bisschen zur anderen Seite, beziehungsweise die Hoffnung wird gesät, dass das Pendel dann wieder zur anderen Seite schwingen kann. Und ich finde, bisher gelingt das da ganz gut. Auch, weil es diese Seiten, weil es eben nicht diese klaren Seiten sind, sondern weil sich innerhalb dieser Seiten, was auch in dieser Folge zum Tragen kommt, eben da wirklich die Brüche ja zeigen. Und weder Rhaenuras noch Alicents Seite sind eine Seite, sondern brechen beide auseinander. Und ich finde, deswegen würde ich, nehme ich es nicht mal, dass sich das allein auf eine Seite stellt oder vermehrt auf Rhaenuras Seite oder so, weil ich sehe, diese Seiten, die haben das Marketing bestimmt, aber so richtig existieren, tun sie nicht. Also, ich verstehe, was du damit meinst, auch dieses Bild vom Pendel, was du jetzt irgendwie eingebracht hast, das erinnert mich auch sehr an die siebte Staffel Game of Thrones, wo das ja auch zwischen Daenerys und irgendwie Cersei und dann ihren jeweiligen Verbündeten auch mal so hin und her schwang. Da würde ich mich dir durchaus auch anschließen, was so mein Problem halt ist, dass Rhaenyra einfach, also die hat halt noch nicht wirklich was richtig Übles auf dem Kerbholz. Also selbst hier diese Geschichte mit Jaehaerys, das ist ihr ja förmlich aus der Hand gerissen worden oder das hat sie ja auf jeden Fall so nicht befohlen. Sie hat aus einer Laune heraus gesagt, ja, ich will Aemond, aber ansonsten hat sie längst nicht solche Nummern gebracht wie generell Team Grüne und natürlich auch Alicent. Ja, man kann es halt, man kann es natürlich auch schwer aufwiegen, wobei gerade, wenn man sich anguckt, Alicent hat ja jetzt auch nicht befohlen, dass Aemond da Luke vom Drachen schubsen soll. Nee, nee, das nicht, aber dass sie halt dieses Wissen um ihren monströsen Irrtum auch irgendwie nicht so wirklich wahrhaben will beispielsweise, beziehungsweise, dass sie dadurch halt alles mögliche in Kauf nimmt. Aber gut, es dreht sich ja auf jeden Fall weiter in dieser Episode, zu der wir jetzt auch gleich kommen. Ich will aber zu der letzten noch kurz Ergänzungen machen, denn da sind mir ein paar Fehler unterlaufen bei der vierten Episode. Man ist halt auch nicht perfekt und zwar, erstmal kann ich nochmal den Bogen schlagen zu diesem, ja, Funfact mit den Muppets. Ich hatte das ja erwähnt, mehrere Tullys sind nach den Muppets benannt und es fällt ja auch schon relativ früh der Name Lord Grover Tully und Grover, das wusste ich wirklich nicht, ist die englische Version von Grobi aus der Sesamstraße. Also der Lord Tully heißt eigentlich Grobi, eben wie das blaue Mannequin aus der Sesamstraße. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber ja, das, und das Lustige ist, dass die deutsche Übersetzung das tatsächlich wohl auch verpennt hat, denn da wird es halt einfach mit Lord Grover übersetzt. Und der Name klingt ja eigentlich auch relativ so gebräuchlich, wie jetzt so ein älterer Lord heißen könnte. Also da denkt man jetzt, glaube ich, eher nicht an die Muppets. Dann noch, es gab diese Vision von Aemond, nee, Quatsch, von Damon auf Harrenhall. Es geht schon los. Ja, da geht es schon los, genau. Da habe ich mich nämlich Gruß an Manuel, er hat schärfere Augen gehabt, wortwörtlich in dem Fall. Denn es war tatsächlich Damon mit Augenklappe in der Vision, den er da gesehen hat. Also sich selbst, natürlich dann auch die Verwandtschaft, beziehungsweise auch die, ja, schon der sehr ähnliche Charakter auch zu Aemond. Da ist mir auch mal jetzt so aufgefallen bei meinen Notizen, Aemond ist einfach nur Damon mit dem D am anderen Ende des Namens, ne? Ja, das wollte ich gerade sagen, da ist der Fehler auch nicht so schlimm, das ist, ja. Dann noch, eigentlich sogar ein kleiner Rückgriff auf Folge 3 sogar noch, aber wir sehen ihn ja auch in Folge 4. Nämlich, da habe ich mit meiner Schätzung recht gehabt, das ist also Willem Blackwood, den wir in Folge 4 kennengelernt haben. Das ist tatsächlich derjenige, der am Anfang von Staffel 1 Rhaenyra die Aufwartung, also halt bei diesen Heiratsanträgen gemacht hat. Es war aber umgekehrt, er ist ja eben ein Blackwood und wurde dort von der Seite von einem Bracken provoziert. Aber er ist derjenige, der gewonnen hat, obwohl er halt da noch ein kleiner Junge war. Ja, und im Gespräch mit Willem Blackwood, also man hat es nicht so richtig gehört, aber er wurde erwähnt im Hinblick auf deren Familie, beziehungsweise deren Erbfolge, nämlich Benji Cott Blackwood wurde erwähnt. Da wurde von vielen Fans erst vermutet, dass das derjenige ist, den wir am Anfang von Folge 3 sehen. Das ist allerdings Davos Blackwood, eine Erfindung der Serie. Benji Cott Blackwood ist nämlich so eine Art Fanliebling, der wird auch Bloody Ben genannt und wird wahrscheinlich auch noch eine Rolle spielen, aber tritt hier zu diesem Zeitpunkt eben noch nicht auf. Aber man darf gespannt sein. Der ist eine Figur, die zumindest im Gedächtnis bleibt, sagen wir es mal so. Dann noch kurz, Lord Krautsalat, nee, Sauerkraut, wie ich ihn ja mittlerweile getauft habe, reitet ja hier nach Rooksrest an einer Stelle und da hatte ich das auch ein bisschen überinterpretiert oder zumindest falsch verstanden. Denn er sagt dort groß, dass er jetzt nach Nordwesten reitet, nach Rooksrest. Und Gavin, der Bruder von Alison, meint dann, ja, ja, aber Harrenhall liegt ja im Westen und er ist dann zwar darauf eingegangen, aber das war nicht, weil er das miteinander verwechselt hatte oder sich da nicht auskennt, sondern eben, ja, aber wir reiten jetzt gar nicht nach Harrenhall. Also er verfolgt da eigentlich seinen Plan, habe ich etwas missverstanden. Und dann noch natürlich zum großen Showdown der Folge, da würde mich auch interessieren, weil du jetzt so gar nicht so viel zu Folge 4 gesagt hattest, aber ich habe das wohl einfach missverstanden, dass Raines sich wohl nicht zurückgezogen hat, ne? Na, sie wollte ja wegfliegen und hat sich dann wieder umgedreht, oder? Jaja, genau, sie wollte erst wegfliegen, hat dann, hat dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht und ist auf Angriff gegangen. Ja, aber auch, dann, dann schoss aber auch irgendwann einfach, ähm, Eamon ins Bild, glaube ich. Ja, und Varga, ne? Da haben sich ja auch welche drüber beschwert, von wegen, wie sich dieser Riesendrache hinter der Burg verstecken könnte. Wenn man jetzt aber mal guckt, Rooksrest liegt an der Küste, dahinter ist eben ein Abgrund, äh, wo Varga sich gut hat verstecken können. Also nicht direkt hinter der Burg, sondern sehr viel weiter unten noch, ne? An den Klippen. Ja, also das machte da schon irgendwie Sinn für mich. Also ich hatte mir das nochmal angesehen und da, äh, haben sich ja wirklich einige drüber beschwert im Blick auf so Logik und so, ne? Äh, aber da bin ich jetzt auch nicht so der Fickgeschist. Finde ich, ja gut, finde ich aber auch, also kann man, kann man schon, also gerade bei so einem, bei so einem, äh, Gerät wie, wie Vega kann man da, kann man das schon, ja, es war halt auch, natürlich, es sollte es so aussehen, okay, jetzt fliegt, jetzt fliegt Rain, ist vielleicht weg und dann war doch der, also das, was ja Game of Thrones auch gerne gemacht hat bei Mountain and the Viper oder so, ah, okay, er hat's überstanden, nö, nö, doch nicht. Also das war natürlich einfach so ein, so ein typisches Element, um den Zuschauer da vielleicht nochmal, ah, so ein bisschen, äh, ja doch an der Nase herumzuführen und zu sagen, ja, nö. Ja, ja, ja gut, schon natürlich so ein bisschen, aber also mich hat's, äh, man hat's ja irgendwie kommen sehen, da ist ja sich auch drüber beschwert worden, äh, ob denn die ganze schwarze Fraktion inklusive Raines, dass die nicht hätten ahnen können, dass das sehr wahrscheinlich eine Falle ist, äh, und, äh, dass dort wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr abgeht, als, äh, es den Anschein hatte, aber so wirklich nach Plan ist es ja für die Gegenseite auch nicht gelaufen, also der König war nicht eingeplant. Und das, genau, das ist halt auch das Ding, das meinte ich mit diesen, diese eine Seite gibt's nicht, in diesen Seiten köcheln halt so viele, äh, verschiedene Sachen dann wieder, ähm, jetzt ist, es war auch ein kleiner Moment, äh, vielleicht der Genugtuung, als, äh, der Kristen Kraut da mal wieder so ein bisschen alt aussah, so von wegen, als, als, ja, das war der Plan, wirklich, und so, aber das ist halt diese, diese Brüchigkeit, die sich da auf beiden Seiten zeigt. Jetzt wissen wir also auch, was Paul, äh, die ganzen Wochen getrieben hat, wahrscheinlich Fabian Frankel auf Social Media belästigt. Ach, so heißt der gute Herr. Nein, ich will ja dem, dem Herrn da nichts, äh, der kann, der kann ja nichts dafür. Ja, ja, aber sein Schauspiel finde ich auch eher so ein bisschen, äh. Ähm, ja, seine Frisur, habt ihr schon die Frisur thematisiert? Bestimmt, aber das will ich jetzt ja auch gar nicht, äh, hier aufmachen. Darauf hab ich nämlich, ich weiß nicht, warum mir das, äh, angezeigt wird, und nichts von den anderen Sachen, die du gerade gesagt wird, aber ich hab sehr gesehen, dass viele sich darüber beschwert haben, oder sich viele darüber gewundert haben, was denn mit der, äh, Frisur von, äh, Kristen Kohl passiert ist. Ja, ich denke mal, das hängt damit zusammen, dass er jetzt halt in den Krieg zieht und, äh, unterm Helm mit langen Haaren ist so eine Sache, ne? Denk ich mal, also. Ja. Äh, wir hatten, wir hatten drüber gesprochen, doch, doch, äh, aber fanden wir jetzt auch nicht so interessant. Aber anyway, äh, ich würd sagen, wir verlieren keine Zeit, denn, äh, es gibt einiges zu besprechen, äh, bei dieser Folge, die, wie gesagt, noch, äh, wie immer keinen Titel hat. Ja. Jedenfalls ist sie einmal mehr inszeniert von, äh, Claire Killner, die ja auch schon die zweite Episode gemacht hat, was man auch sehr deutlich merkt, wie ich finde. Und, äh, das Drehbuch stammt von, äh, Tai Mikkel, ein komplett neuer Name, eine reizende Dame, die, glaube ich, sowas wie Story Consultant bislang war bei der Serie und jetzt hier so ein bisschen, ja, äh, ihre Fühler ausstrecken darf in Richtung vollwertige Drehbuchautoren, ne? Mhm. Finde ich persönlich immer sehr sympathisch, war ja auch schon bei Westworld der Fall beispielsweise. Ähm, ja. Ja, und wir steigen ein mit dem großen Aftermath, äh, was natürlich Reynus gewidmet ist in erster Linie, nämlich auf Driftmark. Wir bekommen eine sehr tolle Totale von Driftmark, wie ich finde, auch dann später hier von Dragonstone. Allerdings gibt es, äh, auf Driftmark zumindest, äh, nicht viel zu feiern, denn wir sehen Lord Corlys ziemlich einsam in seiner Halle der Neuen, wie er sich eigentlich nur so, ja, schwermütig auf seinen Treibholzthron schleppt und, äh, sichtlich mitgenommen ist, was man ja auch verstehen kann, ne? Also, der ist ja hier wirklich für sich alleine und trauert wahrscheinlich auch so auf seine Weise. Mir ist allerdings jetzt erstmal aufgefallen, woraus dieser Treibholzthron gemacht ist. Ist das einfach eben wie ein, ein, äh, Stück vom Schiffs- oder Bootsbuk? Das sah ein bisschen merkwürdig aus, ne? Also, ich muss gleich mal, also, ich fand diesen, diesen Opening-Shot, der, den fand ich sehr, sehr schön. Oh, ja. Also, diese, dieses Bild, wie die Sonne hinter, hinter Driftmark hochklettert oder sich senkt, das Meer, äh, da drumherum, das sah schon sehr, sehr schön aus. Und das war ein tolles Bild, um diese Folge zu beginnen. Ähm, besonders dann auch noch mit dem Score im Hintergrund, der sich ja dann so ein bisschen durch diese kleine Zusammenstellung an Szenen, äh, da zieht, wo, ziemlich direkt und auch, äh, ohne Worte das Ganze nochmal rekapituliert wird, zumindest aus der letzten Folge. Beziehungsweise ja auch das Mysterium, für manche war es vielleicht dann noch, doch noch ein Mysterium, ob denn nun, ähm, Raines doch irgendwie überlebt hat oder was weiß ich. Ähm, aber nein, da, da ist das Opening ja ziemlich eindeutig und macht das auch ohne Worte und das finde ich gut. Ähm, und dieses, ich weiß nicht, dieses, diese, dieses Score im Hintergrund hat mich ein bisschen, also, da war ja so das, das Main Theme war ein bisschen verarbeitet. Für mich war es eine melancholischere Version von, von Musa. Oh, okay. Aus, aus Game of Thrones, aus dem Staffelfinale der dritten Staffel, ähm, wo ja Daenerys am Ende da zwischen den, äh, zwischen den Menschen da steht und, aber, also, es kann auch nur sein, dass ich da die Querverbindung habe, weil da ein Musa halt auch das, das Main Theme verarbeitet wurde und ich deswegen diese Verbindung gezogen habe, ich weiß nicht, wie viel die tatsächlich noch, ich glaube, es gab auch einen kleinen Chor, ähm, das ist vielleicht das Einzige, was sie zusammenhauen, aber während, während der halt so sehr aufbauend war, war der jetzt schon eher melancholisch und ein bisschen bedrückender, aber ich fand es ein tolles, toller Einstieg. Ich glaube, dass, das, äh, Theme, was hier zum Einsatz kam, das kennt man auch, glaube ich, schon aus Staffel 1, das ist ja, glaube ich, das, was, äh, Javadi für Haus Velaryon geschrieben hat, was, äh, ja, in so einer, ja, melancholischen Version einfach zu hören ist, ne? Genau, ja, ja. Generell zieht sich das sehr durch die Folge, dass wir hier, äh, bekannte Themen aus der ersten, äh, oder auch dieser Staffel haben, die in so einer, ja, wirklich getrageneren Version präsentiert werden. Mhm. Äh, und, äh, wir haben dann, äh, ja, einen Umschnitt zu Rhaenyra auf Dragonstone, was, wie gesagt, ich, ich, ich habe es hier schon öfters beschworen, aber ich liebe einfach Aufnahmen mit Gegenlicht. Und, äh, sie schaut dann ja auch so relativ, ja, gedankenverloren auf den Horizont und das ist auch richtig, richtig toll gefilmt. Also, ich habe mir jetzt leider nicht aufgeschrieben, wer hier die Kamera gemacht hat, aber, äh, Kudos an, äh, den oder diejenige, welche. Wir springen dann aber weiter nach, äh, King's Landing, wo auch nicht unbedingt so eine tolle Stimmung herrscht, aber wir begeben uns dann nicht, äh, unter hochwohl geborene Lords und Ladies, sondern unter das gemeine Volk, was hier mittlerweile, ja, wirklich um Ressourcen kämpft. Und, und da setzt sich eben einiges fort, äh, was Claire Killner bereits in ihrer zweiten Episode hatte, ne? Mhm. Also, dass hier, äh, Bürger sich wirklich irgendwie um Brot, Suppe, sonst was kloppen müssen, ne? Und schauen, wie sie überhaupt über die Runden kommen, aber sie werden ja immer noch, noch bespaßt von der Krone, denn, äh, die hören ein Horn-Signal, da ist eine ziemliche Menge, die sich da angesammelt hat, die wenden sich um und dann gibt es einen schönen Propaganda-Zug quer durch die Stadt. Also, diesmal ist es, ist es kein Kind mit einem angenähten Kopf, sondern nur ein Kopf und auch kein menschlicher, sondern der von Mail ist. Genau, und der wird da schön publikumswirksam einmal durch die Stadt gekarrt. Und die Resonanz ist eher verhalten. Äh, äh, oh ja, äh, also nennen wir es verhalten, da ist natürlich auch wieder dieser Herold, ähnlich, äh, wie in Folge 2, der da ausruft, und da fällt auch schon auf, dass sie, also, Mailis wird als Verräterdrache geframed, wirklich schon, und es wird behauptet, Egon hätte sie getötet und das sei seine Heldentat gewesen und, äh, der Drachenkopf ist jetzt so eben die Trophäe, die sie mitbringen, ne? Ja, ja, es ist dieser, dieser Kampf um die Erzählungshoheit oder um die Deutungshoheit, die halt Klecklinder schon in der, oder die schon in der zweiten Folge dieser Staffel so sehr zum Tragen gekommen ist. Und auch das in dieser Szene wieder sehr eindeutig, wobei halt in dieser Szene, wo sie ja wirklich, und wir kommen ja später auch noch wirklich tiefer rein in, in, in Königsmund oder zu den, zu den BewohnerInnen. Aber auch da hört man ja schon so am Rande so dieses, dieses Raunen und da ist auch nicht alles so, also die meisten gucken da ja auch ziemlich erschrocken erst mal und nicht so, bam, das ist jetzt ein großer Erfolg. Und da fällt auch mal so ein, ja, renewable answer this, also da brodelt es nicht nur innerhalb von der Familie, sondern da ist auch tatsächlich auf den Straßen der Unmut, wie wir auch später sehen, noch, ja, immer größer. Und weil du vorhin auch auf, also hier kann man auch wieder auf die Musik kommen, wenn so eine Wirkung erzeugt werden sollte, dann würde Rami Javadi ja hier, weiß ich nicht, das irgendwie bisschen, bisschen triumphal zumindest verkaufen, da kann ich jetzt beispielsweise ... Das ist noch feierlicher, ja, ja. Genau, also da kann ich zum Beispiel damit kommen, wie, ja, Euron Greyjoy, wie der in der siebten Staffel die beiden Cent-Damen da anschleppt als Geschenk für Cersei. Ja, man muss jetzt an King's Arrival denken. Das auch, das auch. Wie Robert da in Winterfell oder so ankommt, also dieses, ja, sowas Triumphales, aber das ist es halt hier auch nicht. Gar nicht, gar nicht, also ich meine bei dem, ich glaube bei dem Trauerzug in Folge 2 gab es gar keine Musik und hier ist er eher zu zurückhalten und so unterschwellig, also das gibt auch sehr gut wieder, dass hier, ja, die Stimmung ist nicht so toll, also es wird ... Es ist, ich finde, es ist ein spannendes Gemisch, weil das hier halt, weil hier zwei Erzählungen oder mehrere Erzählungen aufeinandertreffen, einmal dieses ja schon sehr erzwungene eben Erzählen über, wir haben hier einen Verräterdrachen getötet oder wir haben die Verräter hingerichtet, wir haben jemanden büßen lassen und auf der anderen Seite aber ja auch die Erzählungen, die sich innerhalb von Königsmund schon entspinnen und die sich dann halt hier, auch wenn sie noch nicht ausformuliert sind, aber ja schon in den Reaktionen von den BewohnerInnen da zeigen. Und das ist halt interessant, dass da keine so, dass da, dass da keines so richtig überwiegt, sondern erst mal so ein, so ein Gemisch entsteht, wo man sich selbst, äh, ja, nicht sicher sein kann, welches von beiden Dials überwiegt. Wahrscheinlich überwiegt auch keines, sondern es ist halt wirklich dieses, dieses Gemisch und das trägt halt zu dieser Stimmung, zu dieser angespannten Stimmung da sehr viel bei, weil es für keine Seite so ein richtiger Triumph ist. Es ist jetzt auch schon die große Katastrophe oder so, aber es ist, es liegt immer was in der Luft. Ja, und das spiegelt sich vor allem auch zwischen Kristen Cole und Gavin wieder, die ja hier irgendwie vorneweg mit reiten. Und Gavin ist sich auch nicht so sicher, also, ähm, die fragen sich auch so, ja, weiß das Volk jetzt ja eigentlich von unserem Sieg und war es überhaupt so wirklich ein Sieg, ne? Also, und das eben, und das finde ich aber, das sehe ich auch in Kristen Cole, den ich jetzt, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, so, die Szenen, die ihr in der ersten Staffel gehabt habt, sind mir bisher saurer aufgestoßen als die Szenen, die er bisher in Staffel 2 hatte. Mhm. Ähm, was jetzt nicht halt, dass ich Fan von dem Charakter werde oder Fan von dem, aber ich finde auch, dass man in ihm jetzt nicht den siegessicheren, äh, Anführer oder Soldaten sieht, wie er es vielleicht noch in Staffel 1 oder zu einem anderen Zeitpunkt gewesen wäre. Nee, definitiv nicht. Also, auch dann in einer späteren Szene merkt man, das hat den, das hat den verändert oder auf jeden Fall geprägt, was er da erlebt hat in der letzten Folge, ne? Also, da muss ich auch, also, da fand ich Fabian Frankel auch gar nicht mal so schlecht in seiner Performance. Wer hier dann auch wieder auftaucht beim Gemeinden Volk, äh, nur so am Rande eigentlich mehr, ist, äh, Hugh, dieser Schmiedemeister, den wir ja eben schon, äh, in der zweiten Episode gesehen haben. Äh, und der steht da mit einem Begleiter, ich weiß keine Ahnung, wer das ist, wahrscheinlich irgendwie ein Untergebener von ihm, er ist ja Schmiedemeister, und die wundern sich dann auch so von wegen, oh, man kann einen Drachen töten und Drachen sind doch eigentlich Götter, aber Hugh sieht dann auch so, ja, eigentlich ist das auch nur, wie wir, Fleisch und Vergänglichkeit. Und, äh, da fand ich's zum einen toll, dass man sieht, dass um diesen Drachenkopf herum bereits irgendwelche Fliegen kreisen und dann schneidet Claire Killner in der nächsten Einstellung zu einer totalen, wo du siehst, dass dort immer noch die Rattenfänger an der Mauer hängen und dass auch von denen eigentlich kein Fleisch mehr mittlerweile übrig ist, ne? Tolles Bild für, für Vergänglichkeit, ohne dass das groß eigentlich ausgesprochen werden muss. Mhm. Aber, äh, auf einer anderen Mauer, äh, sehen Aemond und Alicent sich das Ganze an und Alicent, äh, ja, ist ihr Sohn so langsam nicht mehr so richtig geheuer, oder? Ja, vor allen Dingen, das zeigt sich ja dann auch in der Krisensitzung, die es da, die es da gibt. Sie ist eigentlich die Einzige, die die Signale richtig liest, oder die, die, die das halt schon, also, ja, die, die das einfach erkennt. Ja. Ja, sie sieht ja zum einen den Dolch, äh, von, äh, also hier den valyrischen Dolch, der gefühlt, äh, äh, 300 Jahre, äh, Westeros-Geschichte erlebt hat. Ja, ganz, ganz kurz, also, ich weiß, dieser Dolch ist wichtig. Ja. Aber muss er... Ständig auftauchen. Also, wirklich fast jede Folge so, also, es ist nicht nur, dass er auftaucht, ich hab halt wirklich das Gefühl, es wird jedes einzelne Mal besonderen Wert draufgelegt, dass dieser Dolch zu sehen ist. Und mir hängt das ein bisschen zum Hals raus. Mir ist das, ich weiß, der ist wichtig und der wird wahrscheinlich im Laufe dieser Serie auch noch von dort nach dort wandern und auch noch seine Rolle spielen und wir denken, ach, das ist auch noch mit ihm geschehen. Aber ich muss ihn echt nicht jede Folge sehen oder ich muss nicht immer wieder durch Kameraschwenks oder durch Fokussierungen oder durch den Blick jetzt von Alicent darauf hingewiesen werden, dass, dass dieser Dolch existiert. Auch wenn es natürlich, ja, interessant ist, wo, in welche Hände er überall, durch welche Hände er überall gewandert ist, bis er dann zu seiner ganz großen Rolle oder zu seinen großen Rollen dann in Game of Thrones noch kommt. Aber ich bin's, ich hab's ein bisschen, bin ich ehrlich. Kann ich durchaus nachvollziehen, hier unterstreicht es aber natürlich auch, dass Aemond so ein bisschen so das Amt eigentlich von Aegon an sich reißt, ne? Ja, natürlich. Verstehe ich auch, dass das hier über die Bedeutung des Dolches an sich natürlich hinausgeht. Mit ihm nimmt er ja auch Macht an sich oder mit ihm hat er ja auch noch mehr herangenommen. Trotzdem, warum muss es immer dieser Dolch sein? Ja, gut, der ist, der wird auch sehr, sehr natürlich aufgeladen. Also, was mich dann eher stört, und das ist auch schon in Staffel 1, dass sie halt wirklich das Lied von Eis und Feuer, also diese ganze Prophezeiung. Ja, das wäre die Nummer 2, genau. Dass sie das wirklich schon sehr, sehr, sehr aufladen. Ja. Also, ich mein, ich mochte das, wie das in die Montage, äh, in der vierten Folge, äh, implementiert wurde. Das fand ich schon echt atmosphärisch und dann so diese Überleitung. Aber, ähm, es ist halt auch so ... Weißt du, die, die bauschen das irgendwie zum, äh, zum heiligen Gral auf und du weißt ganz genau, dass die Lösung dahinter eigentlich doch ein bisschen banal ist, sagen wir es mal so. Ähm, auch wenn ich jetzt nicht der größte Feind von Staffel 8 bin. Ja, natürlich, es, es, es baut das Ganze halt, aber das hatte ich auch in Folge 1 schon, äh, dieses Gefühl, dieses, dass diese natürlich, ich bin, äh, ich finde ja auch, äh, Staffel 8 bei Weitem nicht so, äh, verkehrt wie viele andere. Aber, dass gerade dann wieder dieses, dieses Dropping auch mit der Winternaht und natürlich ist das für die Figuren natürlich noch was total Abstraktes oder noch was Abstrakteres, als für uns, die Game of Thrones gesehen haben. Aber auch da diese, das aufzuladen oder allein dieses, dieses Saying einfach, dass man das, das Lied von Eis und Feuer, uh, und dann läuft's einem den, den, äh, den Rücken runter. Ja, das, ja, und das kommt, kommt ja auch in dieser Folge nochmal und das sind so Szenen, ja. Ja, obwohl sie es natürlich dadurch andererseits auch betonen, äh, was da halt verloren geht, ne, also wenn du jetzt überlegst, Aegon hat keine Ahnung davon und Aemond dementsprechend dann wahrscheinlich auch nicht und dadurch geht dann irgendwann auch so dieses, ja, die, die, die Verantwortung, das, das Pflichtbewusstsein dahinter vielleicht auch verloren, ne, so, so ein bisschen, aber. Ja, und es ist ja auch ähnlich wie bei dem, bei dem, oder, ja, bei dem Deutsch, oder diese, 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 diese Erzählung hat ja auch hier wirklich noch eine ganz, oder eine andere Bedeutung einfach, weil noch nicht das Wissen da ist, was, was später dann mit den Figuren aus Game of Thrones passiert. Also, die Bedeutung oder die, das ist ja hier alles noch abstrakter oder die, genau, die Tragweite oder so, das ist ja noch gar nicht, oder die Nicht-Tragweite, je nachdem, ist ja noch gar nicht, äh, noch gar nicht fassbar. Ja, deswegen, ich verstehe das natürlich, warum man das in einer Serie, die, die halt 200 Jahre davor spielt und die ja auch sich jetzt nicht irgendeinem ganz anderen Thema widmet, sondern ist schon am Hof und in dieser Welt stattfindet, dass man das mit aufgreift. Mhm. Aber das hat man auch schon in Staffel 1 aufgegriffen, das hat man auch schon bei Viserys mit aufgegriffen. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, ich bräuchte die Wiederholung an sich jetzt nicht, aber, ja, okay, wenn das in dieser Welt dann halt so ist, dann gut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter, du hattest ja schon richtig gesagt, äh, Alicent deutet die Zeichen richtig, denn, äh, diese ganze Propagandaprozession ist zum einen halt dazu da, um das Volk zu bespaßen, zum anderen aber auch, um zu kompensieren, dass noch ein anderer, kleinerer Wagen in die Feste gefahren wird, ähm, mit einem großen Holzkasten, der von mehreren Leuten hochgetragen werden muss, also wirklich dann hoch in den Rotenberg geht. Weil, weil, weil Aegon so, weil Aegon so kräftig und so, äh, schwer war, aber vielleicht hat man, hat man versucht zu verschleiern und zu sagen, ja, guck mal hier, da sind noch irgendwelche erbeuteten Schätze oder irgendwas drin. Oder, 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 oder das ist der Rest von Mailis, ne, die sie jetzt irgendwie in Scheiben schneiden. Oder, ja, ja, genau, oder sowas, genau, ja. Aber, äh, das Personal, vielleicht riechen sie, äh, den Brandgeruch auch schon auf, äh, weiter Flur, auf jeden Fall stehen die alle ziemlich in Respektspose dort, als der wirklich dann, äh, hoch in die Gemächer getragen wird, unter anderem auch an Helena vorbei, die aber so ein bisschen ausdruckslos dort steht. Äh, sie kommen im Gemach an, nehmen den Deckel ab und natürlich, das ist die erste Amtshandlung, äh, es wird natürlich nicht der Tor so rausgeholt, sondern das Schwert und erst mal brav beiseite gelegt, ne. Also, ja. Da sprach auch schon wieder Bände. Wobei ich das schon noch bei Helena, ähm, die da so, das ist ja jetzt innerhalb von kürzester Zeit sieht sie noch jemanden aus ihrer Familie direkt in, in, in so einer Aufbewahrung, nenne ich sie mal, liegen. Und ich weiß nicht auch, ob da nochmal Schockstarre oder ob nochmal dieses, also, auf die, auf die junge Frau, da, da, da kommt schon einiges zu. Auch wenn sie jetzt vielleicht nicht das, das beste Verhältnis oder was, ähm, hatten, aber das macht ja trotzdem was, wenn du da innerhalb von kurzer Zeit dann, ähm, immer wieder diese, 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 diese Aufbewahrungen siehst. Und dann liegt da vielleicht ein toter Körper oder überhaupt ein Körper drin, der, ja, der eigentlich doch irgendwie nahe stand. Ja, und man darf nie vergessen, das ist ja nicht nur ihr Ehemann, sondern auch ihr Bruder, ne. Also, äh, mit dem ist sie ja aufgewachsen. Und so weiter, äh, und, äh, ja, Ramin Djawadi setzt es hier dann fort, also, wir hören eine wirklich so schwermütige Version des Green Themes, was ich ja sehr gerne mag. Also, Green Theme, das ist so das, ich würde sagen, das kam so das erste Mal zum Tragen, als Alison dieses grüne Kleid angezogen hat, äh, in der ersten Staffel. Es sind aber auf jeden Fall mehrere Männer nötig, um ein wirklich großes Bündel aus dieser Kiste zu hieven. Und, ähm, Alison tritt dann so langsam heran und ist, glaube ich, mit jedem Schritt schockierter, als sie so langsam versteht, was hier los ist. Denn es versammeln sich wirklich mehrere Meester gleich um das Bett. Und da fand ich dann auch die Kamera, äh, ziemlich toll, weil die zeigt uns zuerst die Füße, äh, so, so am, äh, am Bett, äh, Ende, die noch am normalsten aussehen. Und dann fährt die Kamera so leicht runter und zeigt schon so den Kopf in der Umschärfe, der eher nicht so, äh, normal aussieht, sagen wir es mal so, ne? Und dann sehen wir eben, dass, äh, ja, von Aegon echt nicht mehr viel übrig ist. Also, so ein bisschen Haare sind noch übrig, ansonsten der Rest ist komplett verbrannt. Man sieht auch, wie so die, wie die Rüstung, äh, verschmolzen ist oder sehr, ja, also in die Haut reingewachsen, reingeschmolzen ist, ja. Die ist mit der Haut verschmolzen. Das ist auch wirklich genau aus dem Buch. Alicent ist dann auch wirklich verunsichert, also von wegen lebt er noch? Und die Meester dann auch so knapp so, ja, so gerade eben noch für den Moment, aber sie können gar nicht mehr wirklich sagen. Wir schauen mal, ja. Genau, also Zeit ist, äh, kostbar jetzt. Und sie müssen dann wirklich, also du hast es schon gesagt, die Rüstung ist verschmort mit seiner Haut. Also, die ist ja aus valyrischem Stahl, das ist ja auch keine gewöhnliche, das ist ja die von Aegon dem Eroberer. Und sie müssen die wirklich so stückweise runterschneiden, was schon echt unangenehm ist, würde ich sagen. Also, sie haben da auch geile Soundeffekte an der Stelle und dann kommt aber so Stück für Stück verbrannte Haut zum Vorschein. Äh, und ich sag's frei heraus, ich hab's hier in meinen Notizen stehen, Darth Vader alles grüßen, ne? Ich hab mich tatsächlich als erstes an diese Szene aus Game of Thrones erinnert, oder an diese Überblende von Staffel 7 war's, glaub ich, Jorah, der bei Sam ist, dem die Grauschuppen da abgenommen werden und diese Überblende zu der Pastete, die da gemacht haben. Also, dieses Design und auch wie dann, also, es wirklich auch an die Maskenbildner, wie das und wie dann auch, wie sie versuchen, diese Rüstung anzuheben und da schon das Blut daraus rinnt. Und, oh, das, also, sehr detailliert und auch, äh, sehr schaurig auf seine, auf seine Weise, ja. Ja, und man sieht, dass die Maester auch schon irgendwie, äh, also, die, die halten sich teilweise auch schon die, die Hand vor die Nase, vor dem, von dem halt Geruch, ne? Oder Gestank eher schon. Alicent ist die ganze Zeit so im Hintergrund, wirkt aber mit jedem Moment bestürzter und entfernt sich dann auch so ein bisschen während wirklich, also, vier oder fünf Maester, also, wirklich wie in so einer Notaufnahme oder so. Und, äh, er hat nicht nur Verbrennungen, sondern es scheint auch, es scheinen auch Knochen gebrochen zu sein, ne? Und schon wirklich gesplittert. Das ist schon echt heftig. Ja. Aber, wer von dem Ganzen relativ unberührt bleibt, äh, und jetzt hier in den Raum kommt, an den Gardisten vorbei, also, die Gardisten machen Platz für Eamon, der wirklich so an sein Bett tritt, also, wirklich, wie man das halt von Evan Mitchell kennt, kein wirklichen Gesichtsausdruck oder, oder, keine, keine wirkliche Emotion im Gesicht, völlig regungslos. Ja, ja, es verzieht sich nichts, ja. Und stellt sich da wirklich so hin, also, im Moment habe ich überlegt, von wegen, äh, er ist jetzt in so einer Pose eigentlich von wegen so, ach ja, ich besuche meinen Bruder im Krankenhaus, aber zum anderen auch so ein bisschen, er blickt so auf sein Werk herab, ne? Ja, schon, so ein bisschen. Und auch, wie er, ist ja nicht nur, wie er, wie er, wie er, wie er reinkommt und wie ihn ansieht, sondern auch, wie er weitermacht. Ja. Also, wie er sich wirklich überhaupt nicht so, jetzt, wir müssen, wir müssen weitermachen, irgendjemand muss jetzt hier an, an seiner Stelle mal, mal herrschen. Ja, jemand muss die Lücke füllen, ne? Von wegen, wir haben, wir haben einen Platz frei. Ja, das, also, und, genau, richtig, das auch, nein, nicht irgendwie hier, das ist, das ist ein Bruder, das ist ein, oder das ist ein enges Familienmitglied. Nein, das ist wirklich eine Lücke, so, und die muss ja irgendwie gefüllt werden. Das ist schon, also, ich meine, Aymond ist ja, ist ja, ah, der ist teilweise echt, also, du weißt ja eigentlich, worauf der hinaus will, aber so in den Szenen selber kann ich den manchmal schwer lesen, zumindest anhand von seiner Mimik. Also, da ist der teilweise wirklich fast eine Sphinx für mich. Ja, aber ich finde, auch, wie er gespielt wird, finde ich ihn sehr viel interessanter als andere Figuren, die House of the Dragon zur Zeit hat und die noch so ein bisschen schwummerig gehalten werden oder die, worum man so ein Mysterium oder die man so als schmierige Berater, ja, schau dich an, Laris, die man dort so inszeniert. Ich finde, vielleicht liegt es aber auch einfach am Schauspieler, der das wirklich einfach präzise vorträgt, dass das für mich oder aus meiner Sicht halt eindrucksvoller ist und auch mehr Impact hat als jetzt, wie gesagt, andere Spielsteine, von denen man jetzt nicht allzu viel erfährt und die dann halt eher so auf die Intrigen ausgerichtet sind. Also, bei Aemond habe ich halt immer noch im Kopf, mit welchem Selbstbewusstsein, der da wirklich komplett im Adams-Kostüm aufgestanden ist, in diesem Bordell. Ja, also, ja. Ich glaube, es war eine Zitrone oder sowas, ne? Und ich bin irgendwie das Gefühl nicht losgewonnen, dass das für ihn so ein bisschen nach diesem ganzen Einsatz was Beruhigendes hätte und vielleicht auch gar nicht nötig gewesen wäre, aber auch in diesem Gespräch, du merkst, er soll mit fast die ganze Zeit sein Schwert und wirkt auch so, also, ja, klar, er redet mit Alison, aber wirkt auch so ein bisschen abwesend und das, es ist wie eine, oder es geht so mechanisch, dass er das dort macht, weißt du? Ja, es hat so ein bisschen was fast schon so von Beschäftigungstherapie irgendwie. Genau, irgendwie sowas, ja. Alison kommt hinzu und, ja, will natürlich sofort von Kristen Cole wissen, was da jetzt eigentlich gelaufen ist und der sieht sie, du hast schon recht, der sieht sie wirklich nicht an. Und dann schrubbt an seinem Schwert rum und sagt dann so, also wirklich, gibt's so ein eigentlich total neutrales Update, ja, wir haben die Burg dort eingenommen, also Rooks Rest, äh, ach ja, knapp 900 Männer haben wir verloren und ich hab eine Garnision zurückgelassen, weil, äh, und da erfahren wir jetzt, Der Drache von Aegon, also Sonnenfeuer ist anscheinend in einem ähnlichen Stadium, schwebte wohl auch lange Lebensgefahr, aber er lebt, wird so, ja, so über Wasser gehalten von eben der Garnision auf Rooks Rest, ne? Hattest du mit gerechnet, dass der tot ist? Nö, eigentlich nicht, nö. Also, auch mit dem, mit dem Schlussbild irgendwie, ich glaube, dieses Schlussbild, letzte Folge, was wirklich sehr, sehr schön ist, oder, nee, es ist ja nicht das Schlussbild, aber dieses Gemä, dieses, was du auch mit dem Gemälde verglichen hast, dieses, wo, 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 war es Cole, der davor kniet? Ja, 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 ja. Ja, genau. Und dann sich das Ganze, ich glaube, das hätte man nochmal anders inszeniert, weil ich meine, man sieht ihn ja auch noch so richtig atmen, oder meine ich zumindest, dass ich das gesehen habe. Deswegen, oder so, also deswegen, ich glaube, wenn er wirklich tot, dann hätte man es entweder gelassen, oder hätte man einfach nur so einen regungslosen Berg oder einen regungslosen und stummen Berg dort liegen gehabt, was auch natürlich ein eindrucksvolles Bild gewesen wäre, aber in diesem ganzen Rauch und in diesem, also es hat ja auch was Strahlendes, da war immer noch so ein Lebenszeichen, deswegen bin ich eigentlich nicht davon ausgegangen, dass der verstorben ist. Ja, du hast schon recht, bei Aegon wurde es ein bisschen kryptischer gehalten, das hatte Manuel auch angesprochen, dass man ihn wirklich nur so ganz kurz sieht, ne, also man sieht ihn ganz kurz da liegen in der Rüstung und dann auch nicht mehr von ihm. Weil auch sein Tod hätte man da wahrscheinlich noch anders vielleicht inszeniert. Ja, der ist auch zu wichtig, wobei ich ja der Meinung war, dass man, also weiß nicht, ob du es rausgehört hast, was wir aus unserem Besprechen, dass man, also so toll dieses Schlussbild auch war, also das Ganze mit Kristen Cole und Aegon, das am Ende der Folge, das hätte man vielleicht in diese hier schieben können. Aber gut, Alicent interessiert sich aber auch nicht wirklich für das, was er da erzählt, weil das ist letzten Endes alles Kriegstrategie-Gelaber und sie will eigentlich nur wissen, was jetzt genau mit dem König passiert ist und Kristen, ja, erzählt ihr dann eigentlich nur so Propaganda-Quatsch, eigentlich wie auf der Straße, ne, also kämpft der Heldenhaft und das ist ja nun mal wirklich eine glatte Lüge, da ist ja, ich meine, Aegon hat ja wirklich gar nichts ausgerichtet, wenn man es so will. Ja, es ist halt wieder eine, eine von diesen Erzählungen, die da kursieren und ja. Aber Alicent gibt sich damit natürlich erst recht nicht zufrieden und hackt nach, was denn Eamon da so verzapft hat und da gerät Kristen Cole ins Stocken, Alicent merkt auch, dass sie jetzt da irgendwie eine Möglichkeit hat, an ihn ranzukommen, aber Kristen Cole ist dann eigentlich sogar noch verschlossener als vorher, sagt einfach nur, während er sie wirklich, also der meidet konsequent den Blickkontakt mit der und da habe ich mich dann auch gefragt, als er so gemeint hat, er kann es nicht sagen, habe ich so gedacht, der sagt das auch mehr zu sich selbst, oder? Ich glaube auch, ich glaube auch, dass ich in dieser Figur dann wirklich keine Wandlung, aber schon so ein gewisses Biss oder irgendwas darin sehe, dass ihn, dass ihn lähmt jetzt, ob es jetzt die Gedanken immer noch daran sind, was er eben gerade erlebt hat oder ob es halt auch diese Gedanken darin sind, könnte vielleicht etwas schief laufen hier, aber nein, eigentlich ist, also weißt du, dieses, in der Figur passiert schon was. Auch wenn er in dieser Szene halt größtenteils dabei ist, dann schwer zu säubern. Aber irgendwas versteckt sich da. Ja, ich fand das auch, also generell mag ich das Reduzierte an dieser Folge, also wir haben viele Szenen, wo eigentlich gar nicht so viel gesprochen wird, nicht so ganz ausschweifende Dialogszenen, wie ja in einigen Folgen zuvor und wo man dann aber auch halt so überlegt, ja, in den Charakteren arbeitet es auch wirklich so. Also auch schon in Alicent in der vierten Folge, da merkt man hier, dass mit Rhaenyra diese Begegnung dort, die hat schon Eindruck bei ihr hinterlassen, also dass sie jetzt da auch in der Historie gräbt und so weiter. Ja. Also für den Kartentisch starte ich auch eine Patreon-Kampagne. Jedenfalls werden hier Figuren umgestoßen, fast schon wie auf so einem Schachbrett. Wirklich viel geredet wird da nicht, die sitzen alle und der Einzige, der aber steht, ist Sir Alfred Broom, der bekanntlich so ein eigenwilliger Querkopf ist in ihrem Rad. Und ja, der sagt halt, wie es ist, also Cole marschiert hier immer noch durch die Kronlande, Duskendale und Rooksrest sind verloren, sie haben keine Armee und das Einzige, worauf sie sich verlassen können, ist Dämen. Und auch das funktioniert nicht so richtig, weil ja, so langsam hat er das Gefühl, es gab hier wohl einen Ehekrach und der hat auch diese Hoffnung entzweit, sag ich mal. Was hast du denn bisher eigentlich so für einen Eindruck von dem Typen gehabt? Keinen Zusammenhängenden. Also ich muss eh sagen, wirklich da den Überblick über alle Ratsmitglieder da zu halten. Also ich bin froh, wenn ich mir dann die Gesichter so ein bisschen gemerkt habe. Was ist auch, ich komme in dieser Staffel leider nicht so dazu, jetzt gut für das Recap. Ja, da konnte ich mich ein bisschen besser und mehr darauf einlassen, auch die Notizen und so zu machen und auf Details zu achten. Das war bei den ersten vier Folgen, ich habe die Figuren alle wahrgenommen. Ich nehme auch diesen Herren wahr. Aber ja, ein Bild von ihm zu machen, dafür habe ich ihn ehrlich gesagt in zu wenig Szenen noch wirklich in Erinnerung. Aber dieses eine, diesen einen Satz, das war doch er, der das sagt, das zarte Geschlecht hatte bislang keinen großen Einblick in die Strategien einer Schlacht. Das ist auch was, was in dieser Folge, finde ich, bisher in dieser Staffel mit am stärksten zur Zeit kommt, dieses Auflehnen gegen diese patriarchale Gesellschaft da. Das war, das war in Staffel eins, war das ja schon sehr stark. Da war das ja vor allen Dingen auch in der ersten Folge oder den ersten Folgen schon sehr stark. Auch mit dem, mit dem Zitat, was du eingangs erwähnt hast und mit Reynis ist ja jetzt so eine, eine Kämpferin dessen gegangen, die sich da so wirklich ja dagegen in ihrer Art und Weise und in ihren, mit ihren Möglichkeiten aufgelehnt hat. Aber, dass das hier jetzt nochmal zum Tragen kommt, das meine ich, wäre in dieser Staffel, in dieser Folge nochmal am deutlichsten gewesen und ist auch nicht das erste oder nicht das einzige Mal, weil ich finde, da eröffnet sich dann später eine schöne Parallelzeichnung zu Alicent. Weil die beiden, Rhaenyra und Alicent halt immer noch Frauen in dieser Welt sind und dieser Typ da bringt es blöderweise halt, also die Sicht und die, die, die andere, also die Wahrnehmung von denen halt auf den Punkt, wo ich mir denke, ihr habt so fähige Leute und das fand ich auch in Folge zwei oder drei, wo hier, was sie aus, aus Bela und Reyna machen. Finde ich top. Das Problem ist nicht das Geschlecht, in Anführungszeichen, sondern das Problem ist, dass ihr sie nicht richtig machen lasst. Ja, obwohl bei Bela und Reyna könntest du ja noch ins Feld führen, dass die halt unerfahren sind. Ja, natürlich, aber die Unerfahrenheit, also es muss sich ja erst, es muss sich ja irgendwo, irgendwo muss es ja anfangen und irgendwo muss ich das ja aufbauen. Ja. Und wenn ich jetzt höre hier, dass ich bislang keine großen Einblicke in die Strategien einer Schlacht, ja ey Typi, weil du da gerade stehst und das Wort an dich reißt und da dann wieder auf was anderes schiebst, als dass es eigentlich ankommt. Aber, ja gut, es geht auch in diesem Rad, also man sieht wirklich, wie dieses Gleichgewicht von Männern und Frauen in diesem Rad mit dem Verschwinden oder mit dem Ableben von einer Figur total geschifftet ist, weil Reynaud kommt hier ja fast kaum zu Wort. Und wenn, dann ist es nur um sich irgendwie noch, also sie versucht es ja irgendwie, das Wort an sich zu nehmen oder auch so ein bisschen den Diskurs zu bestimmen, aber eigentlich gelingt ihr das hier selten. Ja, es wird auch von diesem Lord Broom eben, also der ist ja, der ist ja durchaus treu ergeben, das betont er ja auch, aber so dieses, das zarte Geschlecht oder was auch immer, das hat er schon in Folge 1 durchkommen lassen oder in Folge 2, wo er dann sagte so, Ja, hier, ihr wart in Trauer und ja, als Frau, da trifft man dann ja auch mal so emotionale Entscheidungen und befiehlt ein Kindsmord. Also der hat immer so einen unterschwelligen Sexismus und Rhaenys hat den ja noch so relativ in seine Schranken gewiesen, sei es durch Blicke oder Ermahnungen, aber die ist jetzt eben auch nicht mehr da und das spürt man. Eben, genau und das, du merkst, du merkst es sofort in dem Rat, der, ja, du merkst es leider sofort, ja, deswegen, Rhaenys kommt doch nochmal zurück, bitte. Ja, aber Rhaenyra kann ihm ja zumindest, also das muss ich sagen, das fand ich ja auch sehr gut, dass sie nicht als komplett irgendwie, sag ich mal, fast schon passives Opfer dieses Rates gezeigt wird, sondern dass sie es auch zumindest einmal schafft, Herr Orford, den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil er sagt nämlich, ja hier, Frauen haben ja keine Ahnung hier von Kriegstrategie und sie dann sozusagen, ja, aber ihr doch eigentlich auch nicht. Wir sind doch, egal jetzt hier, unabhängig vom Geschlecht, wir sind alle in Friedenszeiten aufgewachsen und ihr habt noch nie so eine Art von Krieg geführt. Genau, ja, also genau, sie gibt ihm Kontra und das ist auch gut und das passt ja auch absolut zu der Figur. Und das fruchtet auch. Ja, wobei ich trotzdem nicht das Gefühl habe, dass sie als Siegerin aus dieser, also als Siegerin in Anführungszeichen aus dieser Ratssitzung rausgeht, beziehungsweise sie das ja auch wirklich belastet, das was, wie man ja später sieht mit Mysaria und so. Also, also, das nimmt sie ja da schon mit. Das stimmt, es gibt diesen Kontra, aber diese, diese allein auch, ja, Überzahl Herren, die da um den Tisch sitzen und wahrscheinlich ähnlich denken, das bloß erstmal nicht ausformulieren, das macht ihr schon zu schaffen. Also, das ist nicht mehr so, wie es, wie es mit Reynas am Tisch war oder vielleicht auch mit, mit anderen. Also, sie ist ja wirklich zur Zeit gerade auch Bela und Reynar. Gut, äh. Ja. Wer war jetzt da? Ich glaube, Reynar war in. Reynar ist unterwegs. Reynar. Auf Hohenär, das sehen wir ja noch. Richtig, sie ist ja auch nicht da. Also, sie, ja, wird da schon so ein bisschen an die reingedrängt, aber es stimmt natürlich, sie geht da nicht dann komplett unter, wie es vielleicht Alison später tut, die da so ein bisschen zusammensackt. Ja, ja, die sich dann auch, ja, das, das wird auch, hattest du ja schon gesagt, da kommen wir gleich zu, das wird, äh, schön parallelisiert, äh, aber du merkst auch bei den anderen Lords, also, die denken im Grunde um das Gleiche wie Lord Broom, aber trauen sich nicht so richtig vor und als der das dann so offen ausspricht, tauschen die auch so Blicke, ne, von wegen, wie wird jetzt die Königin reagieren? Ja, das ist ja der, aber also das, mit Lord Broom, das, äh, zieht sich für mich eigentlich bisher so quer durch die ganze Staffel, also, das fand ich da konsequent. Das, ja, ja, nee, klar, äh, kann auch gut sein, ich hab nur jetzt in diesem Fall natürlich auch nochmal speziell auf dieses Zitat geachtet, äh, weil ich mir jetzt halt auch nochmal wirklich, äh, bewusst da auch Notizen gemacht habe und das, äh, mir deswegen hier nochmal ins, äh, in Erinnerung gerufen habe. Das ist schon was, ach, ja, das ist nochmal was, was natürlich dieses ganze Spiel da immer, immer, immer schwieriger noch zusätzlich macht für die weiblichen Beteiligten. Aber, äh, Rhaenyra versucht ja trotzdem, was sie kann und sie zeigt dann hier eigentlich auch, dass sie, äh, fähig ist, militärstrategisch zu denken. Eben, es ist, das, was er sagt, ist halt einfach falsch oder es ist halt einfach eine total eingeschränkte Sichtweise. Ja, natürlich, klar. Ja, unnötige Sichtweise und, äh, sie macht es ihm ja dann auch, ja, so ein bisschen zumindest, ja. Also, sie, sie kann ihm schon irgendwie Kontra geben, finde ich, jedenfalls befiehlt sie ja zwei, äh, Festungen, äh, von, äh, Verbündeten zu bemannen, nämlich zum einen Maidenpool im deutschen Jungfernteich, die andere, äh, Crackclawpoint ist anscheinend eine Halbinsel in den Kronlanden. Äh, die sollen bemannt werden, äh, auch mit Vorräten und Waffen, äh, versorgt werden, wenn nötig. Aber, äh, ihrem Rat reicht das nicht und da sitzt dann auch jemand, der jetzt so langsam mal Konsequenzen fordert, äh, für die Gegenseite, nämlich Selorent. Also, äh, ihr Leibwächter, der ja wirklich treu ergeben ist, der meint hier, wir müssen jetzt hier auf die Verluste von Rooks, Rest und Dustin Day müssen wir reagieren. Und ein anderer Lord, das ist, glaube ich, Lord Bartimos irgendwas, ich kenne, äh, Paul, also da bin ich auch wirklich, das, das, das sind einfach zu viele Köpfe. Aber der weist darauf hin, dass diese Festungen beide verloren sind und er sieht aber noch eine Möglichkeit dadurch, dass halt, also, das große Problem, das wirklich große Problem für sie ist aktuell Varga. Varga, weil Varga bewacht ja King's Landing, ist aber durch den Kampf, äh, in der vierten Folge möglicherweise entkräftet und dieses Zeitfenster könnten sie jetzt nutzen. Vor allem spekulieren sie auch da drauf, ja, falls Aegon tot sein sollte, dürften sie es ja auch relativ schnell erfahren, ne? Ja, definitiv. Und das Problem dahingehend ist aber, selbst wenn er es wäre, dann wäre es kein wirklicher Sieg, weil dann würde halt einfach Aemond auf den Thron kommen. Also das, das würde nicht viel ändern und eventuell sogar noch schlimmer werden, weil Aemond ist halt, ja, der ist halt der Stratege, äh, größere Stratege von beiden, sagen wir es mal so. Und deswegen wollen sie jetzt eigentlich die Gelegenheit nutzen, King's Landing anzugreifen und da hattest du schon recht, das ist wirklich interessant inszenierte von Claire Kilner, denn wir hören diese ganze Diskussion eigentlich nur aus dem Off, während die Kamera auf Rhaenyra, äh, gerichtet, verweilt und sie eigentlich nur so hin und her schaut, wie bei so einem Tennis-Match, ne? Hm. Das fand ich, äh, fand ich echt sehr gut inszeniert, also das spiegelt sich dann ja auch, wie gesagt, nochmal mit Alicent. Eben, genau, ja. Rhaenyra hat dann aber das Gefühl, dass sie, also das war ja schon in der vierten Folge, das hatten auch einige Leute kritisiert, dass sie da in der vierten Folge erst auftaucht und sagt, ja, ich hab meine Lektion gelernt, Krieg ist unausweichlich, ja, und jetzt will ich, will ich, äh, direkt in den Krieg ziehen, das fanden viele dumm. Wie ist das denn bei dir angekommen? Also, dass sie da, äh, direkt so an vorderster Front, äh, äh, in den Krieg ziehen möchte? Hab ich keine Gedanken zu, ehrlich gesagt. Okay. Aber, äh, das will sie ja hier auf jeden Fall auch machen, also sie will das übernehmen, äh, sie will's mit Vaga aufnehmen letzten Endes, mit ihrem Drachen, äh, Syrax, der ja nicht gerade klein ist, aber für den Rat steht es eigentlich außer Frage, weil sie ist halt die Königin und, naja, damit haben die ja schon irgendwo, recht, ne, also, wenn sie halt, es hat ja Jace in der vorherigen Folge auch schon gesagt, wenn sie sie verlieren, dann ist halt alles umsonst. Ja, aber es ist ja auch dieses, sie, sie will halt selber auch dafür etwas tun. Sie möchte was beitragen, ja. Genau, sie, sie will halt nicht nur die, die, die passive sein, die sich da von dann, keine Ahnung, auch noch den, 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 den Männern da, weiß ich nicht, noch, also das ist ja auch schon in Staffel, in Staffel 1, wo sie, wenn sie auf sich allein gestellt ist oder wenn sie das Ganze, wenn sie sich behaupten, sie will sich einfach auch behaupten und sie will auch etwas tun. Und zudem kommt ja auch noch, dass ihre Seite halt auch nicht so ganz sicher und so ganz genau einen Plan hat, wie es denn weitergeht, weil immer noch nicht so ganz sicher oder so ganz hundertprozentig raus ist, was denn eigentlich Damon, woran der gerade ist. Also das spielt ja alles dabei und dieses einfach selbst in die Hand zu nehmen, was sich übrigens dann wiederum, also was sich nicht nur mit der, mit der Szene zu Alicent spiegelt, sondern auch in der Szene zu Jace, die gleich jetzt im Anschluss kommt, der sich ja auch in irgendeiner Art und Weise zurückgehalten fühlt. Also das fand ich auch von Rhaenyra schon voll, also ob das jetzt die, die, die kluge Entscheidung dann natürlich ist, wenn du darauf vorhin mit deiner Frage hinaus wolltest, dann ist das sicherlich, kann man, kann man das hinterfragen, aber aus, aus Sicht von Rhaenyra würde ich sagen, ja, voll, also das ist, das ist genau sie. Also fiel und fiel halt auf und mir zugegebenermaßen auch letzte Woche, dass sie eigentlich dieselbe Idee hat wie Aegon, ne, weil der saß ja auch erst im Rat in der dritten Folge, glaube ich schon, sagt dann so, ja, ich komm auch mit auf Sonnfeuer, ne, nee, der König muss ja nicht selber in den Krieg ziehen. Ja, ja, wobei, also ich würde halt schon noch unterscheiden, dass, also die Erzählung oder das, das Momentum und das Ganze ist ja schon auf der Seite der Grünen, weil die sind momentan, die stellen ja wirklich den König. Ja. Und aus der anderen Sicht sind das ja schon die, die, die da aufbegehren, deswegen kann ich da schon, also da ist für mich und außerdem ist Rhaenyra jetzt, würde ich auch sagen, noch so ein nicht Erfahrene, aber schon, kennt das Ränkespiel oder das alles vielleicht auch noch ein Stück besser als Aegon, der übrigens, ähm, also so wie jetzt, wie jetzt da lag, diese Figur an sich ist halt auch so eigentlich eine tragische Figur. Ja. Man kann sie jetzt nicht vergleichen wie in Game of Thrones mit Joffrey oder so, das sind ja komplett andere, dieser junge Mensch, der hat ja auch dann wirklich das versucht, aus, aus seiner Sicht, was natürlich naiv war, aber eigentlich ist das so eine tragische Figur, dieser, dieser junge Mann und jetzt umso tragischer, wenn, wenn er jetzt so, ja, wenn er jetzt dahin, dahin liegt oder dahin siegt. Aber ich würde schon sagen, dass Rhaenyra da als, als Aufbegehrende oder den Schwarzen da als Aufbegehrenden nochmal eine andere Rolle zukommt, als jetzt, als jetzt den Grünen und mit Aegon, der jetzt da wirklich als, der König erstmal etabliert ist, war. Ja. Ja, man, man versteht's ja auch, dass sie nicht einfach nur passiv daneben stehen will. Ja, ja. Was sie dann beitragen soll, wenn sie das schon nicht darf und das nicht darf, obwohl sie die Königin ist und so wirklich eine Antwort findet sie darauf nicht und das Motiv setzt sich dann auch in der nächsten Szene fort. Und ich glaube, da können, ich weiß nicht, ob man da vielleicht auch anmerken könnte, aber ich weiß es natürlich, ich kann ja nicht hell sehen, ob das in einer Folge, die, die von einem Mann geschrieben und inszeniert worden wäre, auch so mit der Vehemenz und diese Vehemenz, die kommt in dieser Folge noch öfter, auch so durchgegangen wäre. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde das in dieser Folge schon vergleichsweise auffällig, aber wer weiß. Ja, ich meine, zum einen hast du halt Claire Killner, aber die zweite wurde ja auch von, von einer Frau geschrieben, glaube ich, Sarah Hess, ne, die ja auch schon in der ersten Staffel mit, mit an Bord war. Also auf jeden Fall, Claire Killner hat immer doch eine sehr weibliche Perspektive auf das Ganze und das steht dem, steht dem eigentlich auch sehr gut. Und es findet sich ja dann auch in der nächsten Szene wieder zwischen Bela und Jace, die ja bekanntlich auch ähnlich wie Rhaenyra und Daemon ja auf jeden Fall miteinander verbandelt sind. Jace kommt rein, während Bela einen Brief schreibt und sie fragt sich dann, wo er denn hin will und er, ja, packt das so relativ direkt eigentlich aus, dass er jetzt eine Harrenhall will, um so langsam mal zu gucken, was Daemon da eigentlich treibt. Und das bleibt schon, ich glaube, seit mehreren Wochen mittlerweile, ne. Und es ist, finde ich, eine schöne Umkehr von dem, was wir halt in der, in der Szene zuvor gesehen haben. Ja. Beziehungsweise, also es ist auch sowas wie in der Szene im Rad, aber nochmal mit einer etwas kleineren Dimension, aber es geht genauso, da, da ist jemand, den es nach, nach vorne, nach außen drängt und diesmal ist es in dem Falle eben Bela, die ihn da zurück, beziehungsweise auch Rhaenyra ja an sich, die ihn da zurückhält, ja. Aber die ihm dann irgendwann doch beipflichten muss, weil sie halt merkt, also. Ja, Rhaenyra meine ich. Achso, ja. Rhaenyra meine ich. Rhaenyra hält ihn ja mehr oder weniger zurück. Ja, was man natürlich auch verstehen kann, ne, aber. Natürlich. Der ist ja auch kein kleines Kind mehr, das muss man auch sagen und, äh, ich glaube, ihn wurmt es auch, also das ist auch, glaube ich, nichts Böses gegenüber seiner Verlobten, aber die darf halt kämpfen und ausspähen auf ihrem Drachenmondtänzer. Und ich, genau, und es, es zeigt sich halt auch in Jace dieses, dieses Männlichkeitsideal, dass das ihm auch zu schaffen macht, dass das ja quasi von ihm auch erwartet wird. Ja, natürlich. Und ich wünschte mir nur, dass, dass irgendwie, ich weiß nicht, diese Figur von Jace, also ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich wünschte, die wäre noch ein bisschen ausgefeilter oder noch mehr ausgearbeiteter als, als andere Figuren, weil das ist wirklich so eine Figur, gerade auch mit dem Dilemma, was ich jetzt gerade angesprochen habe, das ist so eine Figur, da steckt mehr Potenzial drin, als wie ich finde aktuell ausgespielt wird. Ja, dass er und Bela sind auch so ein bisschen, also in der zweiten Folge von Claire Killner, da war auch so eine Szene zwischen denen, die war zwar für sich ganz okay, aber die wirkte so ein bisschen im luftleeren Raum, hatte ich, hatte ich das Gefühl, also wo sie da irgendwie über ihre Väter sprechen. Das ist leider nicht so ausgearbeitet, wie es sein könnte, vor allem sagt Jace hier im Prinzip eigentlich nur nochmal dasselbe jetzt zu Bela, was er auch schon zu Rhaenyra gesagt hat. Also klar, die hat ihm groß da irgendwie was erzählt jetzt in der vierten Folge, aber letzten Endes ist er immer noch so an diesem Punkt, an dem lustigerweise auch seine Mutter ist, ich kann hier nicht rumsitzen, ich will für meinen Anspruch, also für den Anspruch von meiner Mutter kämpfen und natürlich auch für meinen. Und da muss Bela ihm dann natürlich auch irgendwann so ein bisschen nicken, zustimmen und er hat auch schon einen Plan, was er machen will, denn wenn er jetzt schon nicht irgendwie direkt ins Feld zieht, weil sie ja eh keine Armee haben, will er einer anderen Armee den Weg erleichtern. Er hat ja bekanntermaßen einen Deal, einen Pakt geschlossen mit Gregor Stark im Norden, den wir ja nur ganz kurz gesehen haben, leider und wo ich auch völlig verpennt habe, dass er sein, weiß nicht, ob du es gesehen hast, er hat das Schwerteis auf dem Rücken, ne, als sie da auf der Mauer sind. Also wirklich diese gigantische, aber witzig lange Waffe, mit der Ned Stark dann ja enthauptet hat und enthauptet wurde. Aber er will auf jeden Fall diesen Graubärten aus dem Norden, will er den Weg erleichtern und das will er erreichen, indem er mit den Freis vom Kreuzweg verhandelt, die wir ja noch sehr gut kennen aus Game of Thrones, ne? Ja, ja, ich hatte auch erst gedacht, oh, schlechte Erinnerung, aber ja, gut, er hat sich dann als gar nicht so schlecht herausgestellt, also jetzt allein vom ersten Auftreten her, aber ich glaube, was diese Figur von Jace guttun würde, ist irgendwas mal zu beleuchten, was nicht direkt mit diesen politischen oder mit diesen strategischen Entscheidungen zu tun hat. Ich finde, sein Charakter, und natürlich ist er auch nur ein Nebencharakter, ist jetzt nicht einer der Hauptcharaktere, aber sein Fokus liegt immer sehr darauf, aber eben jetzt vielleicht auch weniger mit diesem, und natürlich ist es wahrscheinlich auch das Thema, was ihn am meisten beherrscht, aber trotzdem denke ich da, dass in dieser Figur mehr steckt als eben nur das. Ja, also da bin ich bei dir, das, ich meine, vielleicht, also er wird ja noch eine Weile, hoffe ich, am Start sein, also sein Plan ist, dass, wenn sie mit den Freis vom Kreuzweg verhandeln können und das Heer aus dem Norden dann darüber in die Flusslande marschieren könnte, also das wäre dann ja der direkte Weg dorthin, dann wären sie eben nicht mehr abhängig von Daemon und was auch immer der da auf Harenhall, äh, treibt, äh, für seine Zwecke ja eher, wie wir dann erfahren, und deswegen will er mit den Freis verhandeln, äh, was wir dann ja auch zu sehen kriegen, aber was dann hier wichtig ist, er trägt dann Bela auf, die soll, äh, Rhaenyra nicht sagen, bis er aus dem Haus ist, ne, also der setzt sich ja auch über seine Mutter hinweg an der Stelle. Eben, es kommt halt nicht nur dieses, äh, das dazu, dass er ja auch wichtig ist in der Rangfolge oder dass er halt eine bestimmte Bedeutung einem, sondern dass er halt auch einfach der Sohn ist. Ja, das sind, das in jedem Fall. Ja, und der ist natürlich auch, man darf nicht vergessen, der ist ja auch in so einem, äh, irgendwo Teenager-Alter, ne, also man weiß jetzt zwar nicht genau, wie alt der ist. Ja, eben, eben, ja. Man, man kann's ja auch nachvollziehen, das ist ja auch, er sagt es ja immer wieder, es ist ja auch sein Anspruch, das kann man ja auch verstehen, der will, äh, also nicht nur der Druck von außen, natürlich gesellschaftlich und so von wegen, du musst jetzt hier in deinem Mann stehen, aber auf der anderen Seite, ja, muss er das ja vielleicht ein Stück weit auch, sag ich mal, ne. Wir landen dann, äh, als nächstes in dem besagten Flusslanden bei Damon und seinem Drachen und, äh, die sitzen nicht irgendwo, sondern irgendwo, glaub ich, auf einem Feld, äh, Damon wirklich auf seinem Drachen, ja, und er verhandelt auch mehr oder weniger mit Charaxis und dem Argument, äh, Drachenfeuer, äh, denn er sagt, ja, ist zu spät, mein Drache ist hungrig, äh, vor ihm sind die Abgesandten des Hauses Bracken und die stellt er eigentlich, also das ist eigentlich auch eine Parallele zu Kristen Cole, er stellt die eigentlich vor dieselbe Wahl, beugt das Knie oder brennt. Ben Dini, ich muss da auch sofort an Daenerys und die Talies oder an ihre ersten Einsätze da unten denken, also auch vom, vom, vom Aufbau von der, von der Kulisse her fast war es, war es sehr, sehr ähnlich, ja. Aber die Brackens lassen sich davon gar nicht mal so sehr beeinflussen und meinen dann so, ja, ach Gott, wir, äh, sterben lieber und sind dann lieber Lord über Knochen und Asche, als jetzt irgendwie, äh, uns einzuschwören auf die, oder als überhaupt mit hier den Blackwoods zu marschieren, ne, weil das Ziel ist ja von Damon, beide Häuser letzten Endes zu versöhnen und dann in seiner Armee einzugliedern. Aber die Feindschaft zwischen den Blackwoods und Brackens ist eben so tief verwurzelt und hier kommt auch zum ersten Mal durch, was einer der Gründe dafür sein könnte, ne, warum die so wirklich absolut spinnefeind sind. Also nämlich die, äh, die ich ja auch schon erwähnt hatte in, äh, ich glaube Folge 3, äh, dass einer der Gründe eben auch die Religion sein könnte, ne, also dass die Blackwoods den alten Göttern noch huldigen und die Blackwoods eher den neuen, also das äußert sich dadurch, dass, äh, die Blackwoods erzählen irgendwas von, wir, wir beugen uns doch nicht einer, Zitat, Heidenfotze. Und die, äh, Blackwoods reden davon, dass die, äh, Blackwoods eben aus den tiefsten Kreisen der sieben Höllen stammen müssen. Die haben nichts füreinander übrig, Damon ist das aber eigentlich alles ziemlich egal, weil es ist für ihn keine Antwort jetzt auf eigentlich seine Frage, von wegen, äh, unterwerft euch oder, äh, seht euer Haus brennen. Und die Brackens wählen dann einfach das Feuer, der wendet sein, also dieser Abgesandte oder das Oberhaupt, ich glaube Amos Bracken ist das, der wendet sein, äh, sein Pferd. Und das war, das war eine etwas komische Szene, oder? Konntest du? Ja. Was genau? Also weil, weil, ähm, es ist ja wirklich so, dass der Drache direkt hinter ihm ist und man den dann auch so in der Unschärfe sieht, wie der seinen Kopf senkt und man denkt, äh, der wird den jetzt gar nicht abfackeln, aber die bleiben gelassen an. An der Stelle die Brackens, also von wegen ist denen noch egal, dann gibt es so einen Schnitt zu Damon, der dann irgendwie auch so ein bisschen, ja, verständnislos ist, weil er merkt, nicht mal mehr Drachenfeuer fruchtet hier, ne? Okay, ja, ja. Also da, da wurde halt mit der Erwartungshaltung gespielt, an der Stelle, ne? Das fand ich schon ganz gut, so ist es nicht. Ich finde nur schön, dass durch dieses Ganze, also ich finde die, in dieser Staffel tut extrem nochmal viel für die Komplexität oder einfach für das Worldbuilding, was, was Westeros oder was in dieser Serie oder auch halt Game of Thrones angeht. Denn, also du hast natürlich immer das Große und Ganze, du hast die Targaryens, aber du hast halt auch diese ganz vielen kleinen Rädchen, die da eine Rolle spielen und die halt auch in einer realistischen Welt oder in so einem, ja, in so einem realistischen Fokus halt auch die Rolle spielen. Und das ist, finde ich, das hat man auch vor allen Dingen in den ersten Staffeln von Game of Thrones, Staffel 1 und 2 hatte man das auch in so einer Form. Das ist dann aufgrund des Fokuses natürlich so ein bisschen verschwunden in den späteren Staffeln. Aber ich finde, diese Folgen tun da extrem viel nochmal, dass es diese ganze Welt einfach ausgestaltet und auch mit Details und mit Namen, mit Leben einfach füllt, was, ja, große, was halt nicht große, große Action-Sequenzen jetzt vielleicht lösen können, aber in so, in solchen Folgen man das gut vorantreiben kann. Definitiv, das ist ja auch das, was versprochen wurde im Hinblick auf diese Staffel und sie machen da eigentlich auch einen sehr guten Job. Also jetzt nicht nur anhand dieses Konfliktes hier, sondern ja auch gleich der nächsten Szene. Aber Damon merkt, es hat nicht so richtig gefruchtet und Willem Blackwood neben ihm meint, ja, er sollte die eigentlich alle verbrennen. Und Damon meint aber so, naja, also eigentlich brauche ich genau diese Leute, die eher brennen, als das Knie zu beugen. Die möchte ich in meiner Armee haben. Bei Lord Blackwood kommt das erwartungsgemäß nicht so toll an und der ist auch völlig so, ja, also mein Gott, wir kämpfen seit Generationen gegen die und ihr merkt doch, was das für Dickschädel sind. Und Damon meint dann aber zu ihm, ja, vielleicht brauchen wir auch weniger Kampfgeist, sondern mehr Überzeugungskraft. Und deswegen instrumentalisiert er dann Willem Blackwood eigentlich so ein bisschen, ja, lasst mal eure Talente spielen, die auf unsere Seite zu ziehen, aber zeigt dabei eure schlimmste Seite. Denn Damon zieht hier für sich auch so eine kleine Lektion raus. Es gibt manche Dinge, mit denen darf oder sollte die Krone besser nicht in Verbindung gebracht werden. Und deshalb, ja, schickt er den hier eigentlich so ein bisschen als Lückenbüßer vor, ne? Ja. Und ja, gut, wir sehen dann ja später, wo es hinführt. Aber wir kommen erst mal zu einem Schauplatz, wo es ein Wiedersehen gibt in der, ich meine, im Englischen heißt es Eerie, ne? Im deutschen Hohen eher. Mhm. Äh, was wir ja wirklich lange nicht mehr gesehen haben, auch in Game of Thrones dann immer nicht mehr rosartig, ne? Ja. Ich hab mich auch gefreut, das mal wieder zu sehen. Ja, vor allem, wie es eingeführt wird, ne? Also wir sehen halt zuerst. Ja, das ist natürlich auch wieder ein, so ein schöner Shot, wie Hohen eher aus diesem auch nebelversunkenen Tal dann herausragt. Wobei, ich glaub, die Kamera steigt ja dann nach oben. Und das breitet sich da schon sehr, sehr stimmungsvoll aus. Wobei ich auch dann gleich wieder meinte, Moment, sah das wirklich so aus in Game of Thrones? Und da ist auch, wie auch in der ersten Folge, wo ich mich schon gewundert habe, wo in Winterfell plötzlich die ganzen Hügel herkommen, weil ich das doch ein bisschen flacher in Erinnerung hatte, als es da in der ersten Folge gezeigt wurde, ist es auch hier so, wenn man ganz kleinlich ist und sich das da mal nebeneinander anschaut, Und da sind schon ein paar Berge oder ein paar Erhöhungen über die Zeit, über die 100, 200 Jahre da ein bisschen sehr eingesunken oder sehr in die Höhe geschossen. Aber es war schon eine schöne Aufnahme. Ja, ich fand's halt toll, dass wir eigentlich mit als allererstes auch dieses Bluttor sehen, was ja eben ... Ja, das war ja auch meistens das, was wir bei Game of Thrones dann meistens auch als erstes oder so als Fixierungspunkt gleich gesehen haben und dann halt, wie sich die Burg dahinter erhebt. Die haben wir, also Hohen Ehr hat man, glaube ich, ich meine, also in Staffel 1 wurde sie halt eingeführt und dann hatte man größtenteils halt Innenaufnahmen, so in den Folgestaffeln. Aber ich hab's natürlich sofort wiedererkannt und wir kriegen aber Gott sei Dank nicht Lisa Ahren zu sehen, sondern eine ihrer Vorfahren, die aber auch nicht allzu zugänglich ist, oder? Ich muss auch sagen, also ich erkenne bei Haus Ahren eine Linie und ich finde diese Person, auch wenn sie wirklich ja nur in diese Szene bis jetzt aufgetaucht ist, man erkennt, wie sie in die Historie der Ahrens da reinpasst. Ja, definitiv. Auch wenn sie vom Äußerlichen her eher was von Alison hat, so ein bisschen, ne? Also auch mit dem Kleid. Ja, ja. Also sie bezieht sich dann auch wirklich direkt auf das Bluthor, also hier seit Jahrhunderten prallen Armeen davon ab und das haben wir ja auch schon gehört in Game of Thrones, dass er wirklich, dieses Bluthor ist ja wirklich der einzige Zugang zu diesem Tal von Ahren, ne? Und Baelish hat das ja, glaube ich, auch mal irgendwie erzählt, dass, dass, die hatten zwar nicht viel, die Lords vom Grünen Tal, aber sie hatten eben diese Berge und wussten sie einzusetzen. Aber wer, äh, hier residiert, ist, äh, Rayna, die aber nicht so richtig zuhört, äh, während ihr Lady Ahren da erzählt, wie ach so uneinnehmbar diese Festung ist. Ich, ich weiß nicht, musstest du da auch an Bronn denken? Ach so, nee. Tatsächlich, mich hat, mich hat sie dann eher noch an Robin erinnert. Ja, 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 ja. Weil sie auch dann teilweise halt so, wie ein Kind, ja, aber hier, das hier muss beschützt werden. Ich will hier den Drachen. Ich will. Also, weißt du, du hast schon eigentlich die perfekte Lage für so eine Burg. Aber nein, da muss auch noch ein Drache her, damit wirklich sie sicher ist. Und sie hat sehr, also, oder das Haus Ahren oder die, die da sind, die haben es auch mit am meisten, äh, verdient. Das klang so zumindest heraus. Das ist eine Unterstellung, das hat sie so nicht genau gesagt, aber das klang da schon so in etwa raus. Ja, weil, äh, sie meint ja, dass der einzige Schwachpunkt von, äh, dem Tar von Ahren ist ja wirklich, äh, es ist vom Himmel aus verwundbar. Richtig. Deswegen will sie sich damit eigentlich dann auch noch, äh, damit rückversichern. Und, ja, der Deal war ja zwischen ihr, äh, und Rhaenyra. Yo, äh, ich schick euch 15.000 Mann, also von den, äh, Rittern des Grüntals, die man ja noch kennt. Und die sind ja auch irgendwie heiß begehrt, ne, wenn's darum geht, irgendwelche Siege einzufahren. Und halt einen Drachen. Und jetzt hat Reyna ihr sogar zwei Drachen gebracht. Aber Lady Jane ist trotzdem nicht so wirklich beeindruckt, weil es sind halt Schlüpflinge. Und wie, wie, wie drückt sie's aus? Sie hat, glaub ich, Jagdhunde, die furchterregender sind, ne? Ja, sie ist, sie ist nicht so richtig impressed. Nee, überhaupt nicht. Also, eher so leicht unterwältigt. Ähm, aber ganz kurz nur, äh, über Reyna. Also klar, sie ist gerade auf Mission. Sie kann da jetzt auch nicht groß irgendwas. Und man sieht sie auch nicht irgendwie so richtig alleine. Aber im Vergleich jetzt, wir sehen Bayla später nochmal, wie sie auf den, auf den Tod von Reyna reagiert. War das hier schon, ich weiß nicht, hast, 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 hast du's über, äh, wahrgenommen als überspielt? Oder als nicht so, also ich fand sie relativ, zumindest was darf ich sagen, relativ kühl. Hm, ja, es ist ja hier wirklich frisch, ne? Ich mein, bei Bayla, äh, die steht ja da im Rat und weiß das dann. Und hier, äh, Reyna, die erfährt das ja in dem Moment erst wirklich von Lady Arryn. Also, da merkst du auch, dass die wirklich... Stimmt, du hast kein Fingerspitzengefühl hat. Also, erst, erst geht's ja wirklich dann um die Drachen und, also, Lady Jane führt dann so auf, ja, hier, ich gewähre euch Obdach und das ist, das ist euer Gemach. Und dann so, wirklich fast so in so einem Nebensatz, bevor sie rausgeht, ach ja, mein Bayla zum Tod eurer Großmutter. Ja, mir, mir, mir war gar nicht bewusst. Ich dachte, ich wusste halt nicht, auf welchem Stand sie ist. Ich hatte erst gedacht, sie, sie wusste das schon. Aber dann hab ich das falsch gelesen. Ich wusste nicht, dass sie das erst in dem Sinne erfährt. Dann, okay, dann verstehe ich das natürlich. Weil sie da erst mal gar nicht, in Anführungszeichen, reagiert. Ich hatte nur gedacht, vielleicht wäre die, die, die Nachricht schon irgendwie zu ihr, zu ihr vorgetrunken und sie bekundet halt einfach ihr Mitleid, wie, wie, wie es sich gehört. Und dafür fand ich halt die Reaktion erst mal, also vor allen Dingen auch im Vergleich zu der Schwester, halt eher zurückhaltend. Ja, ja, das, also mir viel, ich hatte auch erst mal drüber nachgedacht, aber wenn du halt überlegst, es ist eine mittelalterliche Welt, wo Informationen eben nur sehr begrenzt weitergegeben werden kann. Ja, wobei, also, ja, ja, aber da bin ich auch bei manchen Figuren wie Mysaria, die weiß ja auch über alles Bescheid. Und ja, klar, die hat auch ein anderes Netzwerk vielleicht noch, aber. Ja, die hat ihre Spitze, ne? Ja, aber weiß ich nicht, ob sich sowas vielleicht nicht dann doch, aber ja, kann, kann gut sein, dass sie das da erst erfährt. Also, also hier habe ich es halt so interpretiert, dass das halt frisch oder irgendwie kurz vorher ein Rabe eingetroffen ist. Also, Rainer ist ja auch noch nicht lange hier anscheinend und dass Lady Jane ihr das da erst so verklickert und da merkt man, oh, die hat ja echt ein Feingefühl, was, was dieses Mädchen angeht, ne? Das ist aber auch, ich, ich weiß nicht, also in der Vorlage heißt es eigentlich, dass Rainer es da ziemlich gut geht im Grüntal, dass sie irgendwie als Mündel von Lady Jane dort verweilt, auch noch, also wirklich auch noch im weitem Verlauf des Bürgerkriegs und dass es ihr dort wirklich gut geht. Aber ja, das ist natürlich auch wieder nur so der Bericht von außen oder basierend auf Gerüchten und Hörensagen. Und hier sehen wir es dann eben, das ist, also ich hätte mich auch gewundert, wenn eine Dame aus dem Haus Aaron, ja, plötzlich so entgegenkommt ist. Also, die ist hier wirklich, der Umgang von der, der ist wirklich so abschätzig und kühl, ne? Also, erinnert auch wirklich an, an Lisa Arendt, die ja auch mit Sansa so umgesprungen ist, ne? Eine Szene, die so ein bisschen, ich meine, wir sehen dann ja davon nichts mehr, vielleicht hätte man die in eine andere Folge stecken können, oder? Ich habe tatsächlich gedacht, wir kehren noch mal dahin zurück, weil es ja dann so hieß, ja, sehen wir euch beim Abendessen. Ich habe gedacht, okay, vielleicht geht es hier an dieser Stelle noch weiter. Nee, nicht. Aber ich finde es für so eine Folge, die, wie du ja auch schon sagtest, nach der vierten Folge wieder so ein bisschen, nicht den Überblick schafft, aber doch erst mal guckt, hier, wir müssen jetzt wieder schauen, dass wir alle Figuren wieder da hinkriegen, fand ich das nicht verkehrt. Und ich habe mich auch gefreut, Honeer wiederzusehen. Ja, da, obwohl, das war jetzt auch nicht so ein Ort, wo man jetzt so zwingend nostalgisch wird. Also ich habe es jedenfalls nicht erkannt, dieses Gemach von ihr oder so. Nö, das stimmt. Aber allein diesen einfach, gestaltet die Welt ja auch einfach, dass es das genau da noch gibt. Wir gehen mal weiter von Rhaena zu Rhaenyra, die mit Mysaria konspiriert und dann eigentlich auch nicht groß hinterm Zaun damit hält. Diese Eindrücke, die wir eben schon in der Szene vorher hatten, dass ihr Rat, Mysaria fragt ja dann, machen die euch verantwortlich für den Verlust von Rhaenys? Und Rhaenyra entgegnet dann so, ja, es wäre ja schön, wenn sie das tun würden. Nein, sie reden eher über mich statt mit mir. Und das stößt ihr richtig, richtig sauer auf. Und im Gegensatz zu Ellicent hat sie aber zumindest so ein Ventil, wo sie das mal so in der Art und Weise auch beichten kann oder einfach hervorbringen kann. Und das ist Mysaria halt in dem Fall. Übrigens fand ich in der Szene bezeichnend auch, wo Rhaenyra in dem Raum da platziert war. Nämlich, sie stand nicht etwa an einem Tisch oder nicht etwa, weiß ich nicht, an der Wand oder so, sondern sie stand für eine ganze Weile erst mal so wirklich aufgelöst mitten im Raum. Ja. Ja, also erst mal frei von irgendetwas, sondern wirklich erst mal alleine da im Raum. Und so, wie sie sich dann wahrscheinlich auch fühlt. Das stimmt, das fiel mir auch auf von der Bildsprache. Aber zum einen steht sie auch wieder in diesem Raum, wo im Hintergrund anscheinend so ein Altar mit einem Drachenschädel ist. Wo sie dann ja zuletzt Jace eingeweiht hat in das Lied von Eis und Feuer. Und darauf gibt es ja hier auch wieder Bezug, weil Rhaenyra regt sich darüber auf, ja, hier, die Könige muss sicher sein und die Kriege werden von den Männern geführt. Aber Mysaria erinnert sie da dran, ja, hier, euer Vater wählte euch. Das geht Rhaenyra aber noch mehr ab, weil sie meinte, ja gut, ich wurde ja auf den Thron vorbereitet, aber nicht auf den Kampf. Und das letzten Endes nur, weil ich eine Frau bin. Statt einem Schwert hat man mir früh den Becher meines Vaters in die Hand gedrückt. Wobei man da auch sagen muss, Viserys war ja selbst kein Kämpfer. Und hat sie letzten Endes, also es könnte sogar sein, dass er sie genauso auf den Thron vorbereitet hat, wie er mal auf den Thron vorbereitet wurde. Also ich weiß jetzt nicht, ob der auch Mundschenke spielt hat, wahrscheinlich nicht. Aber, ja gut, im Buch ist Viserys auch übergewichtig und fett, glaube ich, eigentlich schon gewesen. Also es ist die Frage, ob sie da so ihrem Vater im Nachhinein einen Vorwurf machen kann, weil der wusste es, glaube ich, selber nicht besser, vielleicht. Ja, wobei auch da ja nicht nur der Vater oder nicht nur Viserys an sich reinspielt, sondern halt ja trotzdem auch diese Gesellschaft, in der sie aufwächst, die allein schon das ja gar nicht so richtig, in Anführungszeichen, anbietet, dass sie damit aufwachsen kann. Dafür kann Viserys nichts so richtig. Und das kommt dann sicherlich, was du gerade gesagt hast, kommt da sicherlich noch hinzu. Aber diese Gesellschaft, die halt wirklich größtenteils nur Männer auf dem Thron kennt, die ist jetzt dann vielleicht auch wirklich nicht dafür ausgelegt. Und dann, ja gut, dass Rhaenyra dann halt mehr oder weniger im Vater dafür verantwortlich ist, repräsentiert dann vielleicht auch eher das System, an dem sie sich da abarbeitet. Naja, und ein System vor allem, sie meint ja dann, also hier alle im Rat oder generell, alle um mich herum wissen das, inklusive Dämen. Und hier wittern ja auch, ich weiß nicht, ob du die jetzt so bewusst wahrgenommen hast, aber die wurde ja schon in Folge 2 gezeigt, ihre Zofe namens Elinda. Die kommt da so im Hintergrund ins Bild, so aus der Unschärfe und fragt dann, also da merkst du halt auch, mit was für Sachen sich Rhaenyra in erster Linie rumschlagen soll, von wegen, ja wann gibt's denn ihr Abendessen? Genau, richtig. Das habe ich, die habe ich wahrgenommen. Und auch der Name, der ist mir irgendwie hängen geblieben, ja. Naja, die ist ja durchaus nicht völlig unwichtig, ne. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die eben auch in der Folge von Claire Killner erstmals auftauchte. Aber Rhaenyra will halt nichts wissen vom Abendessen und Mysaria fragt sich dann ja, was, was, was steht denn jetzt an? Also wollt ihr jetzt nach Daemon schicken lassen oder was habt ihr genau vor? Und Rhaenyra ist dann so langsam an dem Punkt, ja eigentlich habe ich mich jetzt viel zu lange darauf verlassen, dass Daemon da meinen Krieg kämpft und wie sieht das denn jetzt aus, auch vor meinem Rat, wenn ich jetzt hier vor Daemon auch bitte, bitte, bitte machen muss, ne. Und in dem Moment tritt sie dann halt auch vor den Drachenkopf-Altar, habe ich ihn getauft in meinen Notizen. Ja. Du hast schon recht, also sie spielen auch viel mit dem Raum. Ja. Generell in dieser Folge, ne, wie Leute im Raum positioniert sind, wie sie sich bewegen. Ja, vor allem dann auch bei den Freis auch. Genau, das spricht auch für gute Regie an der Stelle. Ja, Rhaenyra, man merkt sie, also so wirklich eine Antwort darauf findet sie eigentlich gegenüber Mysaria nicht. Die weiß nicht so wirklich, was ist eigentlich die Rolle in ihrem, also ihre Rolle in diesem ganzen Spiel. Ja, aber so ein Ventil ist ja schon mal etwas, was da vielleicht nötige Luft schafft, um daraus wieder was Erträgliches zu ziehen, was halt, ja, Alicent dann eben in dem Falle jetzt nicht hat. Sie hat zwar solche Leute, die auch für Mysaria funktionieren, das Stichwort Lord Laris, aber die arbeiten halt nicht für Alicent. Aber Mysaria ist ja jetzt, das ist halt, das bleibt immer so ein bisschen jetzt noch unklar. Hat sie die jetzt zur Meisterin der Flüsterer ernannt oder nicht? Ja, sie wirkt auf mich so ein bisschen von der Serie dort platziert. Also weißt du, so als eben so ein Ventil erst mal. Aber sie ist jetzt erst mal dort und erinnert mich mit ihrem Monolog, na, oder mit ihren Worten über das Volk in Königsmund auch so ein bisschen an Varys. Oh ja. Der ja auch immer die Perspektive des Volkes in Königsmund an erster Stelle gesetzt hat. Und sie, und da hat sich das natürlich bis zu ihr rumgesprochen, das zum Beispiel mit diesem Drachenkopf. Und dass das natürlich auch von vielen in King's Landing als böses Omen wahrgenommen wird und nicht es als großer Ruhm schafft. Ja, keine Ahnung. Das hat mich irgendwie so an Varys erinnert. Ja. An diese, wenn sie dann über die Tausenden redet, die da jetzt vielleicht auch in Königsmund zu reden beginnen, die sagen, na ja gut, also als Viserys hier noch da war, da gab es halt keine Totendrachen. Mhm. Und so weiter. Ja, und vor allem dürfte das Volk auch bald spitzkriegen, dass der König eventuell tot sein könnte. Und Rhaenyra unterschätzt dann auch die Macht, die da eigentlich drin steckt in dem Moment. Also, Mysaria beweist hier wirklich Einfühlungsvermögen. Also, ich kann mich dir da auch anschließen. Ich meine, ich habe es auch in manchen Besprechungen gesagt, Mysaria ist eigentlich der weibliche Varys. Also, allein schon, wie die aufgestiegen ist auch, ne. Sie sagt dann wirklich einen interessanten Satz. Also, nicht nur, dass man den Krieg auf mehr als eine Weise führen kann. Also, da hatte ich wirklich so im Kopf Infowars, ne. Auch aus unserer heutigen Realität. Sondern auch einen Satz. Wer unzufrieden ist, lebt von Gerüchten. Ja. Ne, also, das gemeine Volk in King's Landing. Und dann, da hat sie ja auch nicht Unrecht mit. Genau, es ist auch was wie in Folge 2. Und wir haben auch am Anfang der Folge, was sich vieles davon nahtlos halt übertragen lässt. Absolut. Das, also, allein schon, hatte ich, hatte ja auch den Begriff, glaube ich, verwendet vorhin, hier von wegen Verräterdrache, Framing. Klar, auf jeden Fall. Und auch der Titel, auch der Titel der zweiten Folge, eben von Claire Killner, war ja Rhaenyra, die Grausame. Das hat ja auch so ein bisschen den Bogen geschlagen. Also, ich hab ja, hab ich ja im Podcast erzählt, ich komm mich ja erst mit dem Titel nicht so anfreunden. Aber mittlerweile, ja. Auf Anraten von Mysaria schickt dann Rhaenyra ihre, ja, ihre Zofe Elinda weg, die von einem Soldaten begleitet wird. Was war so dein Eindruck, was da jetzt kommen könnte? Weil so richtig einen Payoff dafür gibt's ja in der Folge nicht mehr, ne? Jö, aber fand ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht weiter spannend. Okay. Also, es wird ja noch mal ganz kurz aufgegriffen, aber Rhaenyra begibt sich dann eben zu Bela und dann reden sie eben über Rhaenys. Und um die junge Dame dann auch so ein bisschen aufzuheitern, glaube ich, also Rhaenyra, erzählt sie ihr ja, weißt du eigentlich, wie sie Malus beansprucht hat, den Drachen? Und dazu muss man ja wissen, Malus war ja nicht immer der Drache von Rhaenys, sondern das war ursprünglich der von Alissa. Das ist die Mutter von Daemon und Viserys gewesen. Und als die dann verstorben war, haben dann eben, ja, zuerst Daemon und dann Rhaenys versucht, den zu beanspruchen. Also, es ist ja so, man könnte jetzt eigentlich denken, die Drachenreiter suchen sich den Drachen aus. Es ist aber umgekehrt. Eigentlich eher so ein bisschen wie bei Harry Potter, wo sich der Zauberstab den Zauberer sucht und nicht umgekehrt. Und, äh, ja, Malus wollte aber dämen nicht. Das hat den dann auch wirklich in rasende Wut versetzt, weil Malus galt damals wohl schon als mit der schnellste Drache von denen. Ja, aber Rhaenys hat Malus angenommen. Ach, ich find's auch schön, wie mit Rhaenys Figur, die ja auch ihre kantigen Seiten hatte, aber wie mit dieser Figur noch in dieser Folge auch umgegangen wird. Also auch, dass eben ihr, ihrem Tod, in Anführungszeichen, der Auftakt von dieser Folge gehört. Und auch wie sich das ja bis jetzt in diese Laufzeit der Folge durchzieht, das wird dir, der Figur wird das noch mal gerecht. Definitiv, das ist wirklich so ein kleiner Schwanengesang fast schon, ne? Der hier, der hier angestimmt wird. Also Rhaenys war ja auch durchaus ein, also ich glaube auch nicht nur hier im Podcast, sondern generell auch einfach ein Fanliebling. Und auch wenn Rhaenyra dann hier ja auch meint, ja, ich hatte, ich hatte meine Differenzen mit ihr, ne? Man erinnert sich ja an Staffel 1, wo die ja eigentlich alles andere als ein Herz und eine Seele waren über weite Strecken. Aber Rhaenyra hat, ist ihr auf jeden Fall angerechnet, dass die dann irgendwann doch sehr treu zu ihr stand und auch wirklich treu bis zum Ende gekämpft hat. Und Bela bedauert dann auch, dass sie sie nicht als junge Frau kennengelernt hat. Ja. Und Rhaenyra kann sie dann aber damit auch dann noch mal halt so ein bisschen wirklich ermutigen, glaube ich, dass sie ihr sagt, ja, also so unähnlich, wie sie damals war, bist du ihr gar nicht, ne? Also du ähnelt es irgendwie deiner Großmutter schon. Und deshalb, so wie ich mich auf sie verlassen habe, kann ich mich jetzt vielleicht auch auf dich verlassen, ne? Also auch, dass sie auch eine Kämpferin ist auf jeden Fall. Und Bela, merkt man ja schon, ist ja jetzt kein Heimmüterchen, ne? Das merkt man ja schon die ganze Zeit. Fand ich eine tatsächlich schöne Szene, muss ich sagen. Also auch noch mal so diesen Bogen da auch zu schlagen von hier mit den Drachen, wer die beansprucht hat und so weiter, fand ich wirklich ganz schön. Und man merkt auch, dass Rhaenyra sich Mühe gibt, auch so ein bisschen mütterlich gegenüber Bela zu erscheinen, ne? Weil die hat ja schließlich auch früh ihre Mutter verloren durch Drachenfeuer, ne? Ja. Und sie gibt ihr noch etwas mit. Genau, sie gibt ihr etwas mit, was Bela Lord Corlys überreichen soll. Denn sie hat, ja, die Entscheidung getroffen, dass sie nicht völlig, also nach Rhaenys Tod, dass sie irgendwie jemanden braucht, der ihr zur Seite stehen kann. Und das am besten als, ja, Hand der Königin, muss es dann ja in dem Moment heißen, ne? Genau, ja. Und schickt dann Bela eben mit dieser Schatulle und dem Angebot zu Lord Corlys, wo sie dann auch später ankommt. Wir kommen da aber noch nicht an, sondern landen einmal mehr in der Pissbude Harenhall bei Daemon. Und jetzt kommt eine wirklich, wirklich, wirklich merkwürdige Sequenz. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, schon drüber geschrieben, oder? Ja, so ein bisschen. Ich bin auch auf deine Erläuterungen gespannt. Aber das ist ja dieses Ding mit Daemon und seinen Visionen, das, glaube ich, schon seit Folge 3 geht. Ja, ja, ja. Oder schon seit Folge 3. Also es ist etwas, diese Visionen an sich, was man ja so, oder zumindest erinnere mich, falls ich da falsch liege, was man so aus Game of Thrones nicht kennt. Und damit meine ich jetzt nicht Visionen, weil Visionen gab es halt in Game of Thrones auch zu Genüge. Ich erinnere da, Danny im Thronsaal, im Verschneiten und so weiter, die gab es ja auch in Game of Thrones. Aber die so, also das waren halt so abstrakte Visionen von dem, was kommen könnte oder wo man sich der Schatten des Drachen überkündigt hat. Oder was weiß ich. Das war eher so prophetisch, ne? Genau. Aber so speziell auf eine Figur gerichtet und, ja, eben auf einen Handlungsstrang, auf die inneren Konflikte einer Figur gerichtet, sowas gab es meiner Meinung nach nicht. Und es reißt auch so ein bisschen aus, aus der ganzen Erzählweise dieser Folge, die halt immer sehr so, sehr durch Außenansichten geprägt ist oder halt durch emotionale Szenen, wo sich, wo aber nie in die Charaktere, also wo nie etwas aus den Charakteren jetzt bildlich herauskommt, sondern wo das immer von außen halt beobachtet wird, wie sie sich gehen. Aber dass das hier so wirklich von innen nach außen gekehrt wird, eben mittels Visionen, die sich jetzt ja schon zwei, drei Folgen hinziehen, das ist sowas, das wirkt schon wie ein Fremdkörper. Muss es vielleicht auch, weil ich glaube, es wäre extrem anstrengend, wenn das mit jeder Figur oder mit vielen Figuren passieren würde. Und ich bin da immer noch so, beziehungsweise auch jetzt hier bei dem, bin immer zwiegespalten so zwischen, passt das hier rein oder ist diese, ist diese Inneneinsicht jetzt nicht zu brüchig oder ist es vielleicht auch ein Mittel, das haben wir in dem Precast ja gemeint, um halt aus dieser Zange von Game of Thrones oder aus diesem, also um mal einen neuen Weg oder eine neue Dimension zu ergründen oder eine neue Stilistik einfach mal auszuprobieren. Und ich befinde mich da immer in diesem, in diesem, in diesem Zwiespalt. Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also zum einen ist es natürlich auch die Location Harrenhall irgendwo, die ja in Game of Thrones gar nicht mal, also zumindest in der Serie gar nicht mal so sehr ausgespielt wurde, weil im Buch spukt es dort wirklich. Ah ja, okay. Ja gut, ja. Das hat so seinen Ruf. Und dann haben wir natürlich auch noch den Einfluss von Alice Rivers auf ihn, der ja eigentlich schon seit, ja gut, in Folge 3 war es eher so, aber da hat er ja auch schon hier diese Nummer mit dem Wehrholzbaum und ihr werdet hier euer Ende finden, ne? Ja genau, stimmt. Da ging es los, ja. Aber es ist ja auch gar nicht Alice Rivers. Also es ist auch nicht mal wirklich nachts, obwohl man es eigentlich denkt. Ist allgemein immer sehr düster, ja. Er ist ja auf jeden Fall, also Matt Smith ist oberkörperfrei, alle Damen und es werden nicht wenige sein, werden sich bestimmt freuen, aber er vergnügt sich hier mit einer anderen Dame, einer blonden Frau, die er anscheinend auch nur sehen kann. Fängt wirklich schon an mit der rumzumachen, die sind beide nackt und während die da miteinander zu Gange sind, sagt die Frau, ach ja, hier, Damon, du warst immer der Stärkere, der bessere Schwertkämpfer, der bessere Drachenreiter. Und ja, hast du dich gefragt, wer das sein soll? Ich war nämlich zwischendurch am überlegen, ob es Emma Ahren ist und ob Damon vielleicht ursprünglich mal auf Viserys Frau auch irgendwie scharf gewesen sein könnte. Also ja, ich hab mich das auch gefragt. Ist das nicht später sogar noch Teil von dem Gespräch mit Alice? Ich weiß es grad gar nicht mehr. Ja, natürlich hab ich mich auch, weil die Figuren werden ja nicht zufällig da reingewürft. Also es ist jetzt nicht irgendjemand, der dort liegen wird. Aber es ist auch, also diese ganze Sache, dass es halt jetzt, dass es Damon in so einer Vehemenz jetzt trifft, ja, diesen Charakter, der auf einmal eine Fragilität aufweist, die, und ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich in dem Podcast auch schon, wo wir ja schon im Vornhinein, wo Matt Smith in dem einen Interview gemeint hat, dass das, dass seine Figur da teilweise Wege beschreiten wird, die, ja, die anders sind. Ja. Als in Staffel 1. Und das wird ja mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas sein, was er damit gemeint hat. Ja. Weil das etwas ist, wo, wie gesagt, das ist halt auch von dieser, von dieser Ansicht oder von der Erzählweise ein, wirklich ein Ausreißer aus dieser doch sonst sehr von außen betrachteten Erzählung. Ja, also ich meine, es wird natürlich alles doch schon irgendwie, also es wird ja schon irgendwie alles ein bisschen auch verklausuliert, so ist es nicht. Also zum einen hatte ich halt dieses Statement da, jetzt dieses Neue von Matt Smith im Hinterkopf. Zum anderen aber auch, was er schon bei der ersten Staffel sagte, nämlich, dass er da in seinen Augen zu viele Sexszenen hätte. Und, äh, dann wird ihn das hier eventuell, also ich meine, es ist ja gar nicht mal so explizit, also das wäre in Game of Thrones nochmal anders inszeniert worden. Ich muss sagen, ich fand es hier auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob die Schauspielerin es nicht wollte, aber ich fand es ein bisschen bieder, ehrlich gesagt, manchmal fast schon inszeniert, was die, was die weibliche Nacktheit angeht, weil es, das wirkte halt so ein bisschen, weiß ich nicht, also die, die hatte so ein bisschen sehr die Arme verschränkt vor der Oberweite, ne? Das, das wirkte auf mich ein bisschen aufgesetzt irgendwo, gerade auch in so einer Traumversion. Ähm, und, äh, ja, es wird dann auch wirklich explizit zwischen beiden oder, oder sehr intim und dann gibt es ja nochmal einen richtigen, äh, Stoß vor den Bug, denn, also sie sagt, glaube ich, irgendwie, er sei der Lieblingssohn gewesen und dann peilen wir, aha, das soll genau die Dame sein, von der wir gerade gehört haben, nämlich seine Mutter Alissa. Siehste, ja genau, da war ich mir nämlich gerade unsicher, aber du, du wolltest das einfach nur noch nicht verraten. Ja. Ich meinte nämlich, hat dir, hat dir nicht irgendwas im Kopf oder warum habe ich das hier, wer weiß, beim Targaryen Stammbaum kann auch manchmal was hier in die Notizen rutschen, hast du vielleicht nicht hingehört, aber nein, okay, ich habe mich zumindest nicht verhört. Ja, Ja, also der Name wird ja nicht gesagt, aber, nee, nee, aber die Art und Weise, auch wie sie dann dahindeutet und dann macht das ja auch Sinn, was die Dame da erzählt hat, mit der er gerade geschlafen hat, ja. Aber diese ganze, diese ganze Szenerie, ich glaube, das hattest du gerade gemeint, das hat auch immer so etwas Künstliches, oder? Ja. Und das ist halt auch was, was herausstellt, weil eigentlich ist alles andere sehr greifbar und sehr, geerdet. Sehr, sehr, sehr geerdet, genau, richtig. Und nur diese, diese sehr, sehr abgefahren, die dann auch teilweise auch mit dem Damon Oberkörper frei, auch so ein bisschen fast Fanfiction-like. Ja, ja. Aber ja, das hat sowas, also es ist in vielerlei Hinsicht einfach ein Ausreißer, nicht nur aus dieser Folge, sondern schon aus den letzten Folgen. Ja, also steigert nochmal diese ganze Vision Nummer, weil ich muss sagen, ich fand das zuletzt eigentlich recht interessant, immer inszeniert, also auch so aus der Situation heraus und ich muss sagen, ich finde auch, es gibt Matt Smith die Möglichkeit, bisschen mehr von seinem Charakter zu zeigen, ihn auch mal irgendwie ein bisschen verletzlicher und, und aufgewühlter zu präsentieren und nicht immer so, so abgeklärt und mir ist alles scheißegal. Aber er ist hier ja nicht mal, also das ist halt der Unterschied, sonst haben ihn diese Vision eher immer so nachts heimgesucht, hier ist aber da halt wirklich gar nichts von, sondern, und die Überleitung, da muss ich jetzt, du meintest ja schon hier, das mit Sayora und seiner Wunde und dann die Überleitung da zum, zum Käse-Omelett oder was das war, das hier war auch so ähnlich, ne? Dann, äh, geht auch zum Essen. Genau, denn er sitzt, also es ist, er betrachtet, er ist irgendwie seine Hände, es ist total verstimmt, weil er jetzt irgendwie gepeilt hat, oh, ich schlafe gerade mit meiner Mutter in meinem Kopf, dann hört er Lord Strong, der ihm irgendwie großartig, also der plötzlich hinter ihm auftaucht, obwohl er immer noch oben ohne ist von wegen, ja, schmeckt euch die Ente denn nicht. Ja. Damon ist dann irgendwie völlig verstimmt und merkt dann erst mal, also, dass er hier nicht mehr allein, also Lord Strong ist zwar schon da, neben ihm, aber er sitzt halt an der Tafel. Ja, genau. Und Damon bewegt dann auch erst so seine Finger und merkt, oh, er hat ja eigentlich eine Gabel in der Hand, also, das sind hier schon echt, das hat schon teilweise was von Shining irgendwie oder so, ne? Und Damon sitzt dann auch an der Tafel, also da wird dann irgendwie rumgereicht, hier, Ente, ihr könnt auch ganz haben und Damon sitzt zwischen Lord Strong und einem seiner Söhne, darf da auch das Essen weiterreichen und Alice Rivers ist auch da, hat ihn so ein bisschen im Blick und schenkt Wein ein, äh, aber, äh, ja, also, das wird immer schlimmer bei ihm, hat man das Gefühl, ne? Und es ist so die Frage, inwiefern sie da ihre Finger im Spiel hat, weil sie hat ja auch schon seine Mutter erwähnt, ihm gegenüber, ne? Oder erwähnt sie später ihm gegenüber. Das, das zieht sich ja echt so ein bisschen durch, also nicht nur in der Szene mit Rhaenyra, sondern jetzt auch hier, aber, ja, Damon ist irgendwie sehr verwirrt, hat auch nicht wirklich Hunger und deshalb lässt er sich von Lord Strong mal wieder so ein gewisses Update geben, äh, zur Schlacht von Rooks Rest, die wir ja in der vierten Folge gesehen haben und er berichtet dann, dass dort beide Seiten mehr oder weniger Verluste erlitten haben und das jetzt so ein bisschen unklar ist, wie es jetzt eigentlich weitergehen soll im Reich und Damon sieht das dann als Möglichkeit, äh, ja, dass er als, als starker König und Anführer dann auftreten und dann eben, äh, Stärke demonstrieren, äh, möchte und er will ja, also er hat ja diesem Lord Blackwood, hat er ja aufgetragen, die Brackens auf seine, seinen Kurs zu bringen und die wollen dann mit ihm zusammen, äh, die Burg für ein großes Heer herrichten, äh, und er sieht sich dann wirklich so als, ja, als der Anführer des Ganzen und kann sich dann auch so relativ mittlerweile fangen und will dann wissen eben, wie die Arbeiten in der Burg vorangehen, die Burg, die ja wirklich in einem hundsmiserablen Zustand ist, wie wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, ne? Wie wirkt denn eigentlich dieser Sir Simon auf dich? Äh, ja, es ist einer von vielen Lords, die dort mit dabei sind. Okay. Aber ganz ehrlich, es ist, äh, für mich, ich, ich find, äh, die Details schön, ich find auch, dass dieses Ganze, dieses ganze Scharret da um Harrenhall oder dieses Ganze, da muss jetzt gebaut werden, mhm, dass das, dieser ganzen Welt halt noch mehr, also, dass die das noch lebendiger und echter macht und auch dieses Gesuchte von ihm, wegen des Geldes, mhm, dass das ja auch eine Diskussion, die ja, äh, jeden Ort fast irgendwie prägt und das macht es halt auch einfach griffiger und einfach, äh, noch realistischer in, 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 in dieser Welt. Das heißt da einmal, äh, auch gegenüber Damon, dass da irgendwie die, die Fledermäuse so stark in der Festung vertreten sind, dass manche Korridore wegen deren Ausscheidungen nicht mehr wirklich passierbar sind und Damon will dann aber eben aus dem Umkreis, will er irgendwie Bauern, äh, heranziehen lassen, die dann, äh, dort eben Holz, äh, heranschaffen sollen, also die, die wollen das wieder befestigen, kann man so zusammenfassen. Das klingt halt alles sehr sinnig und sehr, also ich glaube, andere Serien oder andere Geschichten, andere Filme auch, würden diese Details einfach weglassen. Ja. Aber es fördert diese Welt einfach ungemein. Absolut. Viele Leute haben ja irgendwie gedacht, jetzt gibt's halt nur noch Action, aber, ja, man braucht halt auch erstmal ein Fundament dafür irgendwie, ne, also, die müssen, die müssen erstmal alle ihre Verbündeten jetzt irgendwie zusammenziehen oder überhaupt mal welche finden. Aber sie haben, und das kam ja schon in Folge 3 durch, äh, House Strong hat mehr oder weniger ein Geldproblem, denn Sir Simon meint, ja, ist ja alles schön und gut hier mit euren Plänen, wie ihr das hier, äh, instand halten wollt oder wieder instand setzen wollt. Aber wie sieht's denn mit der Bezahlung aus dafür? Weil die haben nämlich das Problem, und das hat Lord Laris auch schon in der letzten Folge erzählt, dass die seit dem Tod von Lionel Strong, dass die hier eigentlich mehr oder weniger mittellos sind, weil Laris, äh, einen Großteil seines Vermögens nach King's Landing hat abtransportieren lassen. Deswegen haben die laut Lord Strong noch gerade so eben genug Gold, äh, in der Kiste, um ihren Hausstand und ihr Essen, äh, zu bezahlen und haben dann aber so die Hoffnung, dass, äh, Damon, der bekanntlich der Abgesandte der Königin ist, dass der dann vielleicht die Königin dazu verleiten könnte, hier ein bisschen, äh, Gold locker zu machen. Aber Harrenhal, äh, untersteht ihm, meint dann Damon und er wird dafür einstehen, nicht die Königin und er will auch, also, diesen Konflikt zwischen ihm und Simon gab's auch schon in der dritten Folge, dass er ihn ständig meinen Prinz genannt hat und er dann mit eurer Gnaden angesprochen werden wollte und das wird dann nochmal gesteigert, er will nämlich jetzt mit König angesprochen werden. Sieh an, sieh an. Ja. Da haben wir wieder so einen Bruch, der von der, der einen Seite da abbricht. Ja, obwohl, ich muss zugeben, so langsam, also an, an für sich finde ich diesen Harrenhal-Plot gar nicht mal schlecht und Tavisa auch sehr amüsant, aber so langsam, es ist jetzt halt wirklich die dritte Folge, wo dir klar wird, dass Damon eigentlich für sich selber arbeitet mittlerweile, ne? Ja. Ja. Und wirkt auch ein bisschen, das hatten wir, glaube ich, vorher geschrieben, auch ein bisschen erstmal auch dort platziert und erstmal so ein bisschen aufgehoben dort. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob man vielleicht, wenn ich mir die Szenen aus den letzten drei Folgen angucke, ob man die vielleicht nicht auch hätte zusammenpacken können in irgendeiner Form. Ja, ja gut, ich meine, ein gewisser Prozess muss ja gezeigt werden und natürlich auch, dass Zeit vergeht, aber es wirkt auf Dauer einfach so ein bisschen repetit. Ob man dann vielleicht eine Stadt oder zwei, drei Folgen, genau. Ich bin gespannt, wie es mit den Visionen weitergeht. Ja, ob er noch mit anderen Familienmitgliedern irgendwas haben wird, ja. Wir wechseln dann aber erstmal rüber zu King's Landing und einer Ratssitzung, die wir ja jetzt, glaube ich, schon mehrere Male angeteasert haben, wo Alicent zwischen Laris und Kristen Cole im Rat sitzt. Großminister Orwell berichtet dann erstmal über den Gesundheitszustand von Aegon. Also sie haben zwar die Rüstung aus valyrischen Stahl anscheinend von ihm herunterschneiden können, aber er hat darunter starke Verbrennung, Knochen sind gebrochen und sie wissen ja auch noch gar nichts irgendwie von inneren Verletzungen. Also ist es unsicher, ob der überhaupt jemals erwachen wird. Also er ist immer noch bewusstlos. Das ist auch eine Abweichung vom Buch, kann ich an der Stelle sagen. Da ist der zwar sehr, sehr entkräftet, aber trotzdem anwesend, wird dann so mehr schlecht als recht über Wasser gehalten. Und was ich hier sehr interessant fand in der Szene, also generell von der Inszenierung ist die sehr toll, weil nämlich auch während Alicent da sitzt, diese verwaiste Kugel von Aegon die ganze Zeit in der Mitte des Raumes liegt. Also sprich, sie versuchen jetzt einen Nachfolger zu finden. Und an dem Spiel von Olivia Cooke fand ich sehr interessant. Die hat ja in der ersten Staffel hat die ja sehr an ihren Fingernägeln immer herumgeknibbelt, wenn die irgendwie nervös war oder sonst was. Oder vor allem, wenn es um ihren Vater geht und dessen Erwartungen. Und hier lässt sie die Finger irgendwie so unruhig über den Tisch gleiten, als wollte sie das eigentlich machen, aber traut es sich halt gerade nicht in dieser Runde. Das fand ich ein tolles Detail. Ja, wir sehen hier auch dann genau die Dynamiken oder Mechanismen, wie wir sie halt in der kleinen Ratssitzung mit Rhaenyra auch gesehen haben in Drachenstein. Das ist gut, das ist hier schon länger Tonus, weil es da auch ja meistens nur Alicent gab und sonst keine andere Frau, aber die die bekannten Gesichter, die ja beraten darüber und wenden sich ja dann auch ziemlich schnell von dem, von der aus ihrer Sicht wahrscheinlich schon reichlich absurd erscheinenden Vorstellung davon, dass Alicent ja jetzt die Vertretung, Vertretung, also die die Herrschaft übernehmen könnte, ziemlich schnell ab. Ja. Ist natürlich auch wieder, also allein wie Aemond da herumstolziert von der einen Seite auf die andere Seite. Mhm. Für ihn kommt es auch dann gar nicht überraschend, dass sich da auch Leute wie Laris und Kraut sich für ihn aussprechen, obwohl Alicent natürlich auch so ein paar valide Punkte eigentlich auf ihrer Seite hat. Ja. Und wie gesagt, eben auch mit die einzige Figur oder die Figur, die es am deutlichsten sieht oder durchschaut oder eben spürt, was da mit Aemond jetzt eigentlich in Position gebracht wird. und das fand ich eben hier auch spannend, diese Dynamik und dann natürlich im Gegensatz zu Rhaenyra, die es halt, die sich da irgendwie rauszuwenden versucht und die da wirklich auf begehrt. Das versucht Alicent eben mit ihren Argumenten auch, aber bei ihr und da ist die Inszenierung dann hier natürlich sehr greifend und sehr prägnant. Sie kriegt von der restlichen Ratssitzung, nachdem dann Aemond als der mehr oder weniger Nachfolger da erwählt wurden, ist ja gar nicht mehr viel mit. Die Kamera fokussiert sie, aber anders als bei Rhaenyra versinken, die Gespräche so langsam, die Wörter verschwimmen, man hört Alicents Atem sehr, sehr deutlich und die Kamera fokussiert sie und da ist dieses Brodeln und es hat echt schon was klaustrophobisches, wenn die Kamera da so sie langsam, ja langsam noch auf sie zufährt und wirklich der Rest sich immer mehr zusammenschnürt, also das war eine sehr einschnürende Szene. Olivia Cooke spielt da auch sehr stark wieder, ist mir ja schon in Folge 3 aufgefallen, die hat sehr ausdruckstarke Augen und die werden auch immer größer und weil dann irgendwie nur noch auf Aemond im Verlauf vor dem sie wirklich schon richtig Angst bekommt von dem, was der da erzählt und Aemond ist in der ganzen Szene, also erst sagt er ja gar nicht großartig was, aber er weiß, also der lauert eigentlich nur darauf, dass seine Ernennung offiziell gemacht wird und wechselt dann, also das ist auch halt bildsprachlich klasse, wie der halt von diesem Beistellstuhl aufsteht, sich die Kugel schnappt und dann ans genau andere Ende geht, also man muss ja überlegen, der gehörte ja nie wirklich so offiziell zum Rat, der saß ja eigentlich immer nur so dabei und jetzt hat er von jetzt auf gleich den Vorsitz. Ja, ja und das, wie gesagt, das ist mit dieser Positionierung, also auch, dass er halt von der einen Seite wirklich auf die andere Seite geht, auch sehr geschickt gemacht. Das ist super und also auch mit, ne fand ich, fand ich eine wirklich richtig gute Szene, obwohl Alison ja auch ein bisschen Beistand bekommt, zumindest von Master Orwell, der halt irgendwie meint ja hier, sie hat sich, sie hat sich bewiesen als, also sagt sie ja auch dann von wegen, als Visieres krank war. sie hat ja durchaus schlüssige Argumente auf ihrer Seite. Ja, aber letzten Endes hat sie keine Chance dagegen, also vor allem ist ja auch das Argument, ja sie ist eine Frau und wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir hier eine Frau auf den Thron setzen, aber Rhaenyra wird genau deswegen dann abgewiesen oder verächtlich gemacht. Was mir noch auffiel, dass Alison wirklich an einer Stelle auch in so einem Modus ist wie ihr Vater, nämlich das Volk wird zwar bald die Abwesenheit des Königs bemerken, der ja schlecht regieren kann, aber währenddessen soll es halt gefüttert werden mit irgendwelchen Propagandalügen von seinen Heldentaten. Also ist auch wieder reiner Infowar, an der Stelle. Ja, ja. Aber letzten Endes steht für die anderen nicht wirklich großartig im Raum, wen sie jetzt hier zum Nachfolger ernennen, auch wenn den Ausschlag dafür einmal mehr Kristen Cole gibt, der aber auch so richtig abwesend eigentlich nur da rumsitzt, ne? Schon wieder, ja. Er hat kein Schwert zum Schruppen dabei, aber guckt trotzdem nicht sehr konzentriert, ja. Der könnte wie so, ich meine, Aegon hat doch das Rumspiel mit der Kugel zur Kunstform erhoben, ne? Also, da wäre doch noch vielleicht Möglichkeit. wie Aiment sich die, diese Kugel da stibitzt, so einfach aus der Mitte, so nimmt sie so und wie er sie sich, also wirklich so genüsslich, wie als würde er gerade, keine Ahnung, eine Weintraube aus einer Schüssel nehmen und die dann sich zu sich holt. Und dabei keine, keine Mine richtig verziehen, ne? Naja, oder schon fast so, also fast so, fast, fast ein Lächeln, also fast, aber nur so, also ganz, ein Hauch. Ganz, ganz, ganz genau, so ein Hauch, ja. Ich kann auch anmerken, im Buch wird das alles sehr, sehr viel glatter beschrieben, also da ist es nämlich so, dass Kristen Cole derjenige ist, der Aemon dazu drängt, jetzt hier den Titel als Prinz, Regent und Protektor des Reiches anzunehmen. Da merkt man auch wieder den Vorzug dieser Serie, dass sie daraus wirklich so einen Konflikt bauen, ne? Und auch dann im Hinblick auf Alicent eigentlich zeigen, ja, das ist auch ein Motiv, was wir schon bei Rhaenyra hatten, auch wieder in der zweiten Folge eben, die Frauen können hier machen und tun und sich beweisen, ihnen wird keine Chance gegeben in dieser Welt. Aemon übernimmt dann hier auch sofort, ja, das Ruder, ne? Also wirklich so, als wenn er nicht jetzt irgendwie hier der neue Vorsitzende wäre, sondern will dann ein Status-Update zu den Flusslanden haben. Tilland Lannister berichtet ihm dann, ja, also hier die, die Banner-Männer der Tullys, die ja eben bei Daemon da in den Fluss landen sind, die sind komplett zerstritten und in Aufruhr und es dürfte keine Möglichkeit geben, vorerst dort irgendwie eine Armee zu mobilisieren. Klaris schlägt vor, auf Oscar Tully einzuwirken, den wir in der vierten Folge gesehen haben, weil der könnte ja auch bald das Erbe von Riverrun antreten. Und ja, das ist dann eben diese Szene, wo wir dann eigentlich nur noch wirklich aus dem Off hören, was die da bereden und Alicent ist eigentlich wirklich komplett entmachtet und außen vor. Also sie bleibt da zwar sitzen, aber sie kriegt bei jeder Äußerung von Aemond, kriegt sie, glaube ich, es immer mehr mit der Angst zu tun, weil der misstraut nämlich zum Beispiel auch Lord Laris, weil der Daemon einfach Harrenhall so überlassen hat, was sowohl Aemond als auch Daemon als sehr kostbar ansehen. Aemond hat dann den Vorschrag, dass Tilland Lannister, der Bruder von ihm, also Jason Lannister, der soll mit einem Heer aus dem Westen kommen und den Aufruhr der Flusslande dadurch ausbremsen und sich damit halt auch um Daemon kümmern. Und Maester Orwell weist dann noch darauf hin, dass sie so langsam, aber sicher auch mal, also auch im Hinblick jetzt auch auf die die Abwesenheit des Königs, dass sie jetzt so langsam auch mal dem gemeinen Volk Aufmerksamkeit zukommen lassen sollten, weil das ist nämlich schon generell sehr angefressen durch die Velaryon-Blockade und immer mehr von denen fliehen aus der Stadt und verbreiten eben auch Gerüchte, sorgen damit für Unruhe und deshalb lässt Aemond die Tore schließen beziehungsweise es darf nur noch jemand, also Leute dürfen nur noch mit Erlaubnis rein oder raus. Und das ist echt schon so, der baut da echt schon einen kleinen Polizeistaat auf, was das angeht, ne? Ja. Er beendet dann die Sitzung und befiehlt dann noch so nebenbei ja endlich mal die verdammten Rattenfänger von den Mauern zu schneiden, ne? Also damit beseitigt er auch letzten Endes so die letzten Spuren eigentlich der Regentschaft seines Bruders, die ja auch nicht so lang war. Genau, ja. Dann wechseln wir rüber eben zum Gemeinvolk, die wir ja zuletzt, ich meine, in Folge 2 beigesehen haben, ne? Dieser Schmiedemeister Hugh und seine kleine Familie mit seiner kranken Tochter und bei denen hängt auch jetzt eher so der Haussegen schief, ne? Und das ist ja aber auch das, was ich auch in unserer Vorbesprechung meinte, dass man vielleicht auch mal sieht, jetzt nicht nur Sitzungen im kleinen Rat, sondern was genau geht dort ab. Ja, richtig. Und genau das macht diese Serie und auch Claire Killner, die ja schon in der Staffel 1 in einer sehr doch einprägsamen Sequenz richtig in Königsmund eingetaucht ist. Die kehrt jetzt eben hier auch wieder dort nach Königsmund zurück, in so ein bisschen Inneneinsichten von dieser Familie. Auch hier spielt natürlich wieder das Geld eine Rolle. Oh ja. Nochmal eine Spur dringender als jetzt vielleicht beim Herrn Kraft. Diese Bilder, die dann dort erzeugt wird oder diese Gedanken, die ja auch viel in unserer Gegend war irgendwie in der Rolle spiel von wegen der Gedanke daran, ja, wenn wir hier nicht leben können, dann müssen wir diesen Ort hier irgendwie verlassen, weil woanders haben wir vielleicht mehr Chancen, ein überhaupt Leben zu führen. Definitiv. Und auch so, ja eben, die Beweggründung aus denen heraus das passiert, ne? Essen wird knapp, es verbreiten sich Gerüchte, die Leute fühlen sich in der Stadt nicht mehr sicher. Seine Frau sagt dann auch, die Nachbarn fangen schon an, hier sich gegenseitig zu bestehlen, ne? Also, die müssen weg und Hugh weiß aber nicht so wirklich, wohin. Nach Norden? Er nicht. Nach Süden? Schon gar nicht. Während seine Frau meint hier, ja, der Verlust von Malus, also, den wird Rhaenyra wohl kaum ungesühnt lassen und sie sehen ja in Rhaenyra halt die, naja, sie sehen halt Rhaenyra die Grausame wahrscheinlich in erster Linie. Seine Frau will weg nach Stolperstadt zu ihrem Bruder, also Templeton, Stolperstadt, der Name fällt ihr zum ersten Mal, der wird noch sehr wichtig und Hugh klammert sich und Hugh klammert sich aber immer noch so an dieses Versprechen des Königs, ja, hier, der wollte mich doch bezahlen für meine Schmiedearbeit, aber da dachte ich mir dann auch so, irgendwie ist das auch ein bisschen irrational, ne? weil du wirst doch wohl mitgekriegt haben, dass mit dem König irgendwas da nicht, nicht so ganz koscher läuft aktuell. Ja, ja, wobei, wenn du, weiß ich nicht, wenn du da so, so drin bist und du kriegst ja auch nur das mit, was du mitkriegen sollst, was du mitkriegen sollst und jetzt fängt es halt an, dieses Bild dazu zu bröckeln und dieses Ganze, also schon halt mit dem Kopf am Anfang der Folge, dass da irgendwas, und ich finde, wie sich das hier hochschaukelt, ist auch wieder sehr nahbar eingefangen und auch sehr, sehr verständlich eingefangen und dann natürlich diese Bilder oder diesen Schritt dann von Eamon zu sehen, da den Riegel vorzuschieben ist schon, also da entstehen schon ganz schön hässliche Szenen da in Königsmund. Ja, da braut sich was zusammen, würde ich schon wirklich sagen, ne, also man hat ja dann auch in den Trailern, hat man ja zum Beispiel auch noch was gesehen, mich erinnerte es auch sehr daran, in der zweiten Staffel Game of Thrones, wo, äh, Joffrey da am Ende sogar noch mit dem Kuhfladen beworfen wird und es da einen richtigen Aufstand gibt, ne, also, sowas könnte hier auch bald bevorstehen, vor allem, wenn die da zusammengepfercht werden. Mhm. Ähm, jedenfalls werden die Rattenfänger, äh, von den Mauern geholt und auf einem Wagen geladen und weggebracht und, äh, da sehen wir tatsächlich noch den Hund von dem Rattenfänger, der anscheinend die ganze Zeit dort Wache gehalten hat und er läuft sogar noch hinter dem Wagen hinterher, ne. Ja, nettes Detail. Da, da hatte ich nämlich sogar noch gehört, dass George R. Martin sich drüber geärgert haben soll, dass er das nicht geschrieben hat mit dem Hund. Hm, ja, gut, wobei ich denke, ja, also, du nun diesen einen Satz schreibst oder mal das sechste Buch fertig. Ja, das wäre, ja, Gruß, Gruß an George R. Martin. Äh, wir haben dann aber in der Szene eigentlich hier mit anderen, nämlich, äh, Alicent, äh, die hier vorbeikommt, auch so leicht angewidert, ist wahrscheinlich auch von den Gerüchen, äh, auf den Straßen. Sie will aber, äh, zu Sir Kristen, der hier eben den Befehl ausführen lässt, also eben die Rattenfänger von den Mauern zu holen und sie redet dann direkt auf den einen, ja, hier, also, äh, wollt ihr das jetzt einfach weiterhin geschehen lassen? Ihr wisst doch, wie, wie Eamon drauf ist und man merkt so langsam, äh, bahnt sich hier oder kommt hier jetzt eigentlich dann zustande so ein endgültiger Bruch zwischen ihr und, äh, Kristen Cole, ne? Kristen ist ja, äh, traumatisiert wirklich schon von, von Rooks Rest und erzählt dann auch, was er dort gesehen hat, also wirklich geschmolzene Rüstungen, brennende Männer. Praktisch bedeuten Armeen jetzt gar nichts mehr in diesem Krieg, sondern eigentlich nur noch Drachen. Genau, er sagt das ja auch direkt. Wir haben den Krieg den Drachen übergeben, oder? Sagt er das nicht so? Genau, genau, richtig. Und, äh, deshalb ist er der Meinung, sie sollten auch von einem Drachenreiter angeführt werden, also sprich von Eamon, weil ich glaube, es gibt keinen größeren Drachenreiter, ne? Mhm. jedenfalls nicht, äh, größeren Drachen. Alicent hat dann, äh, also eure Treue verflüchtigt sich irgendwie auch, nur nachdem sie noch nachts irgendwie vorhanden ist, ne? Also sie hat ja auch eine Affäre mit ihm, was es ja im Buch auch nicht gibt, und auch nicht, dass sie eventuell von ihm schwanger gewesen sein könnte. Und sie meint, ja, ist jetzt hier Gerechtigkeit, irgendwie Diplomatie, das zählt alles nicht mehr, wir vertrauen jetzt nur noch auf Stärke. Ja, dann merkt man, dass er sie eigentlich mehr oder weniger, es ist, es ist die Frage, lässt er sie fallen, oder lässt sie ihn fallen? Was meinst du? Also ich kann die Figur von Cole halt gerade, ich glaube, die Figur hätte anders, also würde er anders handeln, oder würde er jetzt natürlich andere Entscheidungen treffen, wenn sie das nicht erlebt hätte. Deswegen, ich kann gerade ihm gar nicht so richtig zusprechen, äh, inwieweit er da gerade Herr seiner, seiner Entscheidungen ist, genau, weil er doch immer noch sehr benommen einfach wirkt. Ja, deswegen, schwierig. Ja, der ist, äh, traumatisiert ist der, also das, das merkst du richtig, der, also, es hat mich sogar gewundert, dass der gegenüber Alicent hier so offen erzählt hat, oder so ein bisschen zumindest jetzt erzählt hat, was, was da eigentlich passiert ist, weil in der Szene da, wo er da sein Schwert ölt, da ist er ja komplett verschlossen, und, äh, ansonsten scheint der auch wirklich, also der ist sehr, sehr still geworden, also auch schon im Rad, da war ja wirklich nichts weiter als auch, ja, ja, gut, ich, bin auch noch da, ne, und dann kommen wir eben, äh, zu dieser, äh, Sequenz, die schon, äh, sehr, sehr bedrückend ist, wo ihr dann hier wirklich das gemeine Volk auf das Stadttor zuströmt, äh, darunter auch Hugh mit seiner Familie und seiner kranken Tochter auf dem Arm, und die Stadtwache hat hier sichtlich auch Probleme, halbwegs für Ordnung zu sorgen, also, als sie dann die Tore schließen, versuchen welche da sogar noch die Torgitter zu erklimmen, und die, diese Bilder, die sich dann hier offenbaren, die sich, die sind wirklich erdrückend, die sind wirklich erdrückend, und haben echt eine, eine Kraft, mit der ich von dieser Folge, weil ich nicht mit dieser, mit dieser Perspektive des Volkes jetzt an sich so in der Art gerechnet habe, ne, die aber wirklich ne, ne, ne Kraft haben, wenn da dann die Massen aus Königsmund versuchen, eben Königsmund zu verlassen, oder zumindest zu den, zu den Toren da gehen, und, dann dort aber sprichwörtlich die Tore halt zugemacht werden, ja, ähm, und, 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 und keiner mehr, mehr raus wird, es im Gegenteil sogar so wirkt, ja gut, bei Cersei war es noch andere Beweggründe, die ganzen Männchen da in ihren Burghof zu holen, aber dieses ja fast einpferchen, oder dann einfach den Riegel verschieben, dass keiner mehr rauskommt, das sind echt bedrückende Szenen. Auch wieder ein Hinblick auf die Stärken von Claire Kilner, das kann sie halt auch, ne, wenn du dich an, also diese Hochzeitsfolge von ihr, die war zwar so eine Sache für sich, aber da war das halt auch toll inszeniert, dass es da erstmal diesen Tumult gibt, und keiner wirklich weiß, was da, was da los ist, ne, an der Stelle. Sie hatte auch die Hochzeitsfolge, war sie das auch? Ja, ja, die kommt mir generell so ein bisschen, die, die Frau erinnert mich irgendwie immer mehr an Michelle McLaren, die, äh, bei Game of Thrones, die war ja auch immer so dafür da, um so etwas schwächere Folgen inszenatorisch so ein bisschen aufzuwerten, hatte ich das Gefühl. Na gut, die Hochzeitsfolge hatte ja noch andere Probleme. Ja, ja, die, kann man mal gerne reinhören, das Recap von vor zwei Jahren, die war, die war wirklich so, also das ist wirklich mit so die schlechteste Folge der Serie, äh, in Anführungs schlechteste auch, wenn die, die ist nicht wirklich schlecht, aber die hat wirklich Probleme. Und dann gibt's hier aber in dem ganzen Tumult, der jetzt hier entsteht, äh, ne Ansage von einem Goldrock, nämlich, ja, das passiert hier auf Geheiß von Aemond, Prinzregent und Beschützer des Reiches, und Hugh und seine Frau, und natürlich alle anderen hören das natürlich auch, und stellen jetzt fest, was, Aemond gibt jetzt hier die Befehle. Das war auch eigentlich ziemlich dumm von diesem Goldrock, weil letzten Endes hat der damit die Katze aus dem Sack gelassen, dass der König vom Haken ist, ne? Ja, ja, gut, aber ich, ja, ich weiß auch nicht, ja, stimmt, okay, im Rat haben sie eigentlich noch beschlossen, ähm, lasst mal hier von den Heldentaten berichten. Ja. Ja, das jetzt zu unterbinden, ist ja auch so ein bisschen, erzielt vielleicht den gegenteiligen Effekt, weil dadurch, dass sich das natürlich dann jetzt dort alles aufstaut, und dadurch ja eigentlich nur noch mehr Panik geschürt wird, in dem Sinne, ja, Moment, jetzt, jetzt ist ja alles zu, jetzt, also, das verschärft die Krisen an sich ja nur. Ja, vor allem, dass, äh, dann jetzt auch noch durch diesen Goldrock da eben zum Tragen kommt, dass die auch noch belogen werden, ne? Dass sie eigentlich vor verendete Tatsachen gestellt werden. Ja, also zumindest, dass, dass dieser Schein von einem großen Sieg und von, von, von Stabilität und von der Machtdemonstration, dass das eigentlich mehr Schein ist, als das, was es wirklich ist, ja. Wir wechseln aber, äh, in ein ganz anderes Setting, was, äh, aber auch ein Wiedersehen ist, äh, mit, äh, alten Game of Thrones Gefilden, ne? Ja. Wir wechseln nämlich, wir wechseln nämlich in die Flusslande, genauer gesagt zu den Zwillingen, äh, wo sich ja Jace bekanntlich, äh, hinbegeben hatte, um mit Lord Fry zu verhandeln, und er tut es nicht nur mit Lord Fry, sondern auch noch dessen Frau, äh, ich hab jetzt nicht gesehen, wie dieser Lord Fry heißt, aber er hat jetzt auf jeden Fall, also, er hat zum einen nicht sehr viel gemein mit, mit, ähm, Waldach frei, eigentlich überhaupt nichts, und irgendwoher kannte ich den Schauspieler. Ich musste auch kurz gucken, ich hab jetzt auch erst gedacht, also, ich hab mir das angeguckt und gesagt, okay, ist er das jetzt? Ja. Oder ist das irgendwie noch so ein, noch so ein, noch so ein, noch so ein Vorgeplänkel, was da jetzt geführt werden muss? Aber nein, das, das waren da die, die Freis, da muss ja dann, also, auch der Auftritt von seiner Frau, der ist ja auch, also, die sitzen ja da beide auch an diesem Tischchen, äh, jetzt, nicht, nicht der eine, äh, ist jetzt dem anderen da irgendwie überlegen, sondern die sitzen ja schon mehr oder weniger, weiter an Seite. Da, genau, gleich berichtigt, gleich, äh, entlang, wo ich mir sage, okay, da muss, also, irgendwas muss dann ja in den, in den 100 Jahren da, in den 200 Jahren mächtig schief gelaufen sein, dass das in so eine krude Richtung abgedriftet ist, wie es letztlich dann bei Game of Thrones zu sehen ist. Ähm, deswegen, ich war auch erst, äh, mehr, weniger überrascht, aber ich fand's auch cool, wie da natürlich auch die Erwartungen, so bei, bei den Ahrens, finde ich, haben sie noch voll, also, dieses Bild, was man halt vom Haus Ahren hat, haben sie, ja, mit, mit dem, mit der Vertreterin da schon noch mal gefestigt. Mhm. Und dann finde ich's mit einem Kniff, dass ich's dann bei den Freis nicht mache. Also, auch wieder, wie das Setting eingeführt wurde, fand ich toll, ne? Also, dass du nicht nur einfach stumpf die Zwillinge siehst, sondern in erster Linie, äh, den, den Drachen Wehrmacks, äh, von Jace, der da irgendwie ein bisschen weiter weg sitzt, aber doch so relativ in, in Nähe, ne? Also, Jace hat den da wohl auch nicht, äh, ohne Grund geparkt, weil es soll ja auch ein bisschen Eindruck machen, Genauso wie aber auch die Platzierung des Tisches natürlich Eindruck macht. Mhm. Weil, also, indem sie halt, äh, das genau in der Mitte, genau, dieser Brücke da, äh, platzieren, sie sitzen ja dann quasi genau darauf, auf was Jace dann spekuliert, oder auf das, was er haben. Und das, das so, also, das war auch von dem Herrn Frey schon geschickt, das dort zu platzieren. Ja, ich meine, das ist ja eine kostbare Brücke, man darf nicht vergessen, also Rob Stark ist dafür in den Ehebund eingegangen und hat ihn gebrochen, ne? Naja, eben, und, und dann natürlich die Verhandlungen genau dort in der Mitte, auf dieser Brücke, äh, stattfinden zu lassen, ist natürlich schon, ja. Ja, es ist auch psychologisch, ne? Es ist, richtig, genau, ist ein Mittel, ähm, um da diese Bedeutung einfach auch nochmal hervorzuheben, also, oder zu verstärken einfach. Mhm. Ja, aber Jace hat, nicht so ein leichtes Spiel mit den Freys, wie er dachte, denn, äh, Lord Frey sagt, äh, ihm gerade heraus, ja, äh, unser Lehnsherr, Lord Grobi Tully, hat sich noch nicht für Rhaenyra erklärt und er will ja wohl kaum gegen dessen Willen handeln, denn das bedeutet ein Todesurteil in dieser Welt, ne? Ja. Was eigentlich schwer, äh, wenig überraschend ist, weil gefühlt, äh, gibt's für alles hier Todesurteile. Und Jace wirft dann so ein Ja, aber was ist denn mit dem Willen der Königin? Also sprich seiner Mutter und das beeindruckt beide aber so gar nicht. Äh, Jace klärt sie dann darüber auf, dass Jason Lannister ja im Westen ein Heer zusammenzieht, beziehungsweise aufstellt und das darf in seinen Augen auf keinen Fall Riverrun oder generell die Flusslande erreichen. Geht ja dann darum, dass, äh, eben, äh, Männer von Gregor Stark, die ja aus dem Norden kommen, die sollen ja hier, äh, über die Zwillinge, also über den Kreuzweg, sollen die möglichst schnell über den, äh, Trident kommen, also über den, den Fluss. Und dann, äh, sind sie eben nicht mehr auf Daemon angewiesen. Das war ja sein Plan. Und Lord Frey hat dann aber Bedenken, vielleicht traut ihr der Stark-Armee ein bisschen zu viel zu, weil jetzt zieht so langsam jetzt der Winter auf. Und die könnten ja auch zu langsam sein. Und, äh, Lady Frey meint auch, wir können euch versichern, und das Zögern hat gar nicht mal mit eurer Mutter oder mit Lord Grover zu tun, den sie auch wirklich, und das hatte so leichte Olenna-Türell-Vibes, den nennt sie einfach so ein Hornochsen, ne? Aber es ist ja, es ist ja kein Türell. Weil das, das hatte, glaube ich, Oma Türell, glaube ich, auch so, hatte ihren Sohn, glaube ich, sogar Lord Hornochse genannt oder sowas, ne? Ähm, aber, äh, das ist nicht der Grund für ihr Zögern, sondern, ganz simpel, Varga. Ja. Die haben natürlich wahrscheinlich auch, äh, Kunde erhalten, äh, von dem, was da auf Rooks-Rest passiert ist. Und Varga hat natürlich auch schon darüber hinaus wahrscheinlich einen gewissen Ruf. Aber deswegen meine ich, hier sieht man es auch wieder, diese Nachrichten verbreiten sich schon doch. Also, natürlich ist es auch, äh, hat man hier sicherlich auch irgendwie den schnell, äh, genau, dass sich schnell rumspricht, aber ja. Ja, also, ich denke mal, dass von King's Landing aus auch wirklich ständig Raben ausgesandt werden, um halt auch keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass da irgendwas sich anders verhalten haben könnte, ne? Ja, ja, klar. Ähm, und, äh, apropos King's Landing, weil Jace ist der Meinung, ja Gott, das ist doch weit weg und Varga ist in King's Landing und mein Drache ist direkt hier. Das beeindruckt die aber immer noch nicht so wirklich und sie wollen wissen, ja, bietet ihr denn jetzt Schutz an? Und er sagt dann so, das fand ich auch interessant, er bietet Schutz an nicht nur seinen, sondern auch den seines Onkels Damon. Obwohl, Moment, Damon ist doch Rhaenyras Onkel, ne? Genau, Großonkel dann? Ich blick da irgendwie nicht mehr durch, wenn ich echt bin. Ja, aber jedenfalls, genau, er, er, er verspricht erst mal was und ist es nicht sogar die Lady Frey, die da fragt, ähm, und davon weiß er auch? Ja, ja, genau, genau, genau. Und der weiß von seinem Glück. Ja, 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 na klar, na klar, dafür gibt's nur, aber dafür fordert er ja dann auch noch ein bisschen mehr. Ja, denn die Freys wollen das, äh, wo Damon im Moment drauf hockt, nämlich Harrenhall. Und da, äh, Lord Laris, äh, dort auch nicht mehr, äh, verweilt, beziehungsweise nicht mehr der Eigentümer ist, spekulieren jetzt die Freys da drauf, ja, könnten wir die Festung nicht haben, äh, wenn der Krieg vorbei ist, ne? Dafür fordert dann aber Jace noch ein bisschen mehr ein, für die Königin als nur die Passage, nämlich gebeugte Knie, wie das immer so schön heißt. Und, äh, die Freys sehen sich dann, glaub ich, erst noch ein bisschen an und dann, ja, äh, haben wir, das fand ich auch inszenatorisch echt toll, wir haben eine wirklich weite, weite Totale der, äh, Zwillinge, wo man Jace dann irgendwie über diese Brücke gehen sieht, ne? Von, ganz von weit weg. Ja. Fand ich auch sehr toll inszeniert an der Stelle. Also, die Freys hat er auch gar nicht mal so wirklich mit den Drachen rumbekommen, weil die meinen halt auch, ähm, ja, euer Drache kann ja wohl kaum an zwei Orten auf einmal sein und schon gar nicht an dreien, ne? Mhm. Also, äh, so wirklich, also damit hat er die gar nicht rumgekriegt, sondern eher mit Harenhall, wo man sich dann fragen muss, was wollen die alle mit dieser Scheißburg, ne? Und Stichwort Harenhall, äh, dort landen wir dann, wo eben, äh, die, äh, ja, Aufbauarbeiten vonstatten gehen und da sehen wir dann auch, dass Daemon durchaus jemand ist, der sich auch schon mal die Hände schmutzig machen will, was mich dann doch ein bisschen überrascht hat, ne? Ja, vielleicht ist es auch so eine Art, wie, was, was des Kristen Coles, äh, sein, ähm, Schwertpolieren ist, ist das Daemons Holzhacken. Ja. Ähm, vielleicht braucht er auch einfach was, was er da zu tun hat, um nicht aus Angst vor, oder aus Sorge vor neuen Visionen. Mhm, aber die suchen ihn trotzdem heim. Ja, das ist richtig. Äh, denn er hört irgendwie völlig random einfach Frauen schreien oder, oder eine Frauenstimme auf jeden Fall schreien, irgendwie, nein, 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 oder irgendwie sowas. Und, äh, hat dann aber auch, also er ist auch so schon so eingeschossen, dass Lady Alice damit irgendwas zu tun hat, die ihn ja von oben beobachtet, während er der Holz hackt. Und, äh, er sieht sie dann weggehen, rafft dann sein Zeugs da zusammen und, äh, ja, das, also das muss man ihm schon anrechnen, der hilft da anscheinend auf der Baustelle, ne? Ich meine, er ist von wegen, ach, ich bin hier der König und so und dann. Ja, wobei er halt auch irgendwie anpacken möchte und, und dann das, ja. Letzten Endes eigentlich auch für Rhaenyra, ne? Das zieht sich so durch die ganze Folge, dass hier alle möglichen Figuren sind, die zum Nichtstun verdammt wurden. Genau. Und aber irgendwie irgendwas machen wollen. Er hilft auf jeden Fall auf der Baustelle, dann kommt Alice zu ihm und meint dann auch, naja, also ihr könnt ja Äxte, äh, längst nicht so gut schwingen wie Schwerter. Und, äh, er sagt dann ja, während André jetzt hier rumsitzen und auf ihren Thronanspruch warten, tue ich das nicht. Ich, ich mach mir die Hände schmutzig. Und sie will dann seine Hände sehen und, äh, erzählt ihm dann davon, dass, äh, im Umfeld oder im, Umland so langsam Gerüchte aufkommen und dann hört er wieder, also, äh, er hört ihr gar nicht so richtig zu, glaub ich, beziehungsweise es sind keine Neuigkeiten für ihn, sondern er hört wieder irgendwelche Schreie verhallen und sie hält ihm dann auch einen Vortrag, ja, äh, der Krieg ist so furchtbar und Kinder werden den Müttern genommen, Männer, äh, die, die, äh, heimkehren, finden ihr Haus geplündert und ihre Frau entführt. Er sagt dann zwar auch, dass, dass Krieg furchtbar ist, das ist aber irgendwie dann auch so eine Phrase von ihm, weil, äh, sie meint, dass sich der Krieg vor allem, also, dass der Krieg eigentlich ein Verbrechen gegen die Unschuldigen ist und dass jeder, der sich für einen aufrechten Mann hält, das eigentlich verweigern müsste, ne? Da muss ich jetzt sagen, irgendwie, die Szene hier, die nahm der Tante irgendwie so ein bisschen das Mysterium. Hattest du auch das Gefühl? Also, ich finde erstmal, wir haben ganz schön viele solche Figuren, die so, die so ein bisschen auf mysteriös und auch unberechtbar tun. Ja, sie wird schon so ein bisschen zu nah, also, in der vierten Folge hatte ich den Alltag, dass sie wirklich zu so einer Art, ah, wie hieß die nochmal, die rote Frau, ist jetzt auch egal. Melisandre? Genau, Melisandre, ja, dass sie zu so einer Art Melisandre 2.0 aufgebaut wird. Aber, äh, sie ist anscheinend in einem Irrtum, dass sie ihn für einen aufrechten Mann gehalten hat und er meint dann, ja, hier, die Brackens hatten ihre Chance und die werden vielleicht gefügiger, wenn, wenn die um das Leben ihrer Kinder bangen müssen, beziehungsweise, wenn das von ihnen abhängt, äh, Alice meint dann so, ach ja, ihr stellt hier also ein Heer auf von Männern, die euch hassen sollen dafür, ne, also, die halt aus so einer reinen Trotzreaktion, aber das ist ja, glaube ich, genau das, was Damon haben will, ne? Ja, das wurde ja in der Szene zuvor aufgebaut mit Damon. Genau, und der verspricht dann, ja, sobald sie mir folgen, werde ich sie dann, äh, fair behandeln und die können dann mit gutem Beispiel vorangehen für andere Häuser, die, äh, äh, also denen es dann freisteht, dass der König so mit ihnen verfährt und Alice ist davon aber ziemlich angewidert, ich glaube, die, die verbindet ihm irgendwie auch so ein bisschen die Hand, ne, weil er hat ja irgendwie vom Holzhacken oder was. Sie ist dann aber der Meinung, ja, letzten Endes sind diejenigen, äh, die, äh, die Ränkespiele der Mächtigen ertragen müssen, dann eigentlich nur die Schwachen und die Frauen und will dann auch schon gehen. Damon will dann auch eigentlich wieder an die Arbeit und meint dann, ja, komm hier, Aegon hat, wird, wird nicht überlebt haben und unter Aemond wird, würde es noch viel schlimmer werden. Geht dann, ich glaube, er latscht dann zurück auf die Baustelle und sie hinter ihm her, ne, so ein bisschen. Er sieht sich, also, das, das kommt ja halt nochmal durch, er sieht sich wirklich jetzt als Viserys wahren Erben, ne, also, er sagt von wegen, Rhaenyra wird keinen Erfolg haben, weil die Leute wollen keine Frau, die wollen einen starken Mann. Genau. Sie will ja wohl kaum die Hightowers, sondern sie will Viserys wahren Erben, also, da merkt man eher, äh, billigt Rhaenyra eigentlich gar nichts mehr zu und, ja gut, er billigt ihr zu, an seine Seite zu kommen und dann mit ihr zu herrschen, aber letzten Endes, ja, die wird dann halt bessere Zierrat für ihn wahrscheinlich, ne, und, äh, du merkst auch, wie ignorant er dann eigentlich auch gegenüber allem anderen ist, weil sie sagt dann, ja, was ist denn, wenn ihr damit nicht durchkommt, wenn ihr damit scheitert, mit eurer Eroberung von King's Landing, was ihr da plant, er dann so, ja, ach ja, dann bin ich tot und er interessiert mich gar nichts mehr. Ja. Sie verweist dann noch, und das ist dann eben die Verbindung zu der Szene vorher, sie verweist dann nämlich noch, äh, relativ ohne Kontext auf seine Mutter, also wieder Alissa und, äh, geht dann weg und da fand ich interessant, Sir Simon kommt dann nämlich dazu, geht an ihr vorbei und ich war echt am überlegen, kann der die eigentlich überhaupt sehen? Hm. Ah. Also könnte die eventuell auch eine Einbildung sein? Interessant. Ja. Also sein Blick halt, ne? Ja, okay, gut, den hab ich jetzt auch nicht mehr, wie gesagt, also Sir Simon ist so eine Figur, die ich nur so am Rande wahrnehme, aber. Oh, schade. Ich mach den irgendwie. Ja. Der Schauspieler hat was, finde ich. Hm. Wo du das sagst, müsste man nochmal genau drauf achten oder allgemein auf die Szenen, wo sie miteinander agieren, weil ich glaube, also sie agieren ja auch immer etwas losgelöster vom, vom, vom Rest, vom Rest von Harrenhall. Ja. Also entweder dort, äh, in, genau. Also, ja, vielleicht. Äh, also Sir Simon hat eine Botschaft für ihn aus Stonehedge, äh, die jetzt lautet, dass die, äh, Blackwoods die Brackens besiegt haben und, äh, Lord Amos Bracken jetzt für Damon kämpft. Damon freut sich darüber und lässt dann nach, äh, äh, Lord Blackwood schicken und die wollen hier dann in Harrenhall feiern, was anscheinend Sir Simon nicht so genehm sein könnte, ne? Äh, ja. Das sieht man auf jeden Fall. Dann wechseln wir rüber zu Driftmark und, äh, Corliss, der dort am Pier steht, in die Nacht hinausblickt. Ja, und wirklich so ein bisschen, der steht immer noch so neben sich, würde ich sagen, ne? Ja, ich hab geschrieben, Corliss steht dramatisch da. Ja, das, das, ja, auch so ein bisschen Bedeutungsschwanger, ne? Ja, ja, ja. Bela ist dann auch ganz überrascht, äh, dass sie ihn dort vorfindet, also wirklich am Pier, äh, und nicht irgendwie in der Burg und, äh, Corliss meint dann aber, ja, also die Burg ist für mich eigentlich nur noch eine Gruft. Es hat mich so ein bisschen an so Leute erinnert, die es aus irgendeinem Grund gerade nicht so in der eigenen Wohnung aushalten können, ne? Mhm. Und wahrscheinlich erinnert ihn auch einfach viel zu viel an Reynes. Ja. Allgemein, diese ganze Szene hat die ganze Zeit, äh, so eine Tragik, ohne dass es je irgendwie so dick aufgetragen sich anfühlt. Also einmal natürlich das mit dem Verlust von Reynes und die reden ja auch dann kurz miteinander, das ist ja auch ein emotionales Gespräch, aber auch dann dieser Versuch von, von Corliss, sie ja noch zur, zur Erbin, mhm, da zu überreden, muss man ja fast sagen, oder er versucht es ja fast noch, aber auch dieses, diese Ablehnung, die dann von Bela kommt, indem sie einfach sagt, ja nein, ich bin doch, ich bin doch Feuer und Blut, äh, und damit halt sagt, äh, das ist es nicht. Das hat auch nochmal so eine, so eine Tragik, weil Corliss sich das dann, glaube ich, in dem Moment wirklich sehr gewünscht hätte, dass, dass sie da zustimmt. Wahrscheinlich schon und das ist ja, das passt ja dann auch zu der, äh, mit letzten Szene, glaube ich, die er mit Reynes hatte, wo die ihn ja so fast so überreden wollte, entweder Bela oder Rhaena zum, äh, Lord der Gezeiten zu ernennen, ne, oder zu, genau, zu Herren, ja. Das war halt auch nochmal, also genau in Verbundenheit mit diesem Gespräch, mhm, einfach, doch noch, also wie, wie als, als wäre er Reynes noch was schuldig und das eben noch, äh, genau, da doppelt noch einen Grund gegeben hat. Und er ist ja auch erst so ein bisschen eher abweisend gegenüber dem Angebot von Rhaenyra, dass er jetzt die Hand werden soll, ne, weil er meint ja, hat die, hat die Frau immer noch nicht genug, äh, ich meine, er hat ja diese Velaryon-Blockade da auf der Gurgel initiiert und, äh, jetzt ist auch noch seine Frau gestorben, also reicht es nicht mal so langsam. Genau. Wir können das ja auch schon, wie die kurze Szene, es gibt ja dann kurz später einen Shot nochmal, wo, wo Kohl ist dann, da, äh, in Driftmark ist und die Schatulle mit der Hand darin öffnet. Genau, und dann erst so, glaube ich, mit sich am Kämpfen ist, aber doch dann die Faust drumherum ballt. Ja. Und, äh, was hier auch noch, ähm, durchkam im Hinblick auf Reynes, ähm, weil Bela, äh, sagt dann, dass sie gerne irgendwie, also sowohl Reynes als auch, ähm, Haus Velaryon so gern in ihrer Hochzeit erlebt hätte, ne, also, wo dann irgendwie alle neidisch waren, weil, äh, Lord Corlys ist ja durch seine neun Reisen, ist er ja wirklich einer der reichsten Männer oder sogar der reichste Mann der Siebenkönigslande. Da kommt noch mal durch, dass er, glaube ich, vieles von diesen Sachen getan hat, um Reynes, äh, zu beeindrucken, ne, zu der Zeit damals. Also, da, da werden ja sogar die, äh, Städte Yiti und Asshai werden ja da sogar erwähnt. Ja, aber man merkt, Bela ist Feuer und Blut, allein auch von ihrer, äh, Kleidung her, ne? Die trägt ja rot, während ihre Schwester, äh, äh, schwarz trägt, glaube ich, ne? Also, in der Szene, äh, trug sie auf jeden Fall rot, wobei ich auch dachte, hat nicht, hat nicht, hat nicht Reynor auch im, äh, rot oder zumindest rote Streifen oder rote Sachen? Ja, ist gut möglich, aber eher so wie Rhaenyra, so ähnlich, ne? Ein bisschen dunkler, ja, 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 ja. Mhm. Ja. Äh, wir gehen über zur nächsten Szene, keine Sorge. Ja, also, wir merken schon, äh, liebe Besucherinnen, diese Folge ist so dicht gezählt mit kleinen Einzelszenen. Ja, total. Und genau so eine kleine Einzelszene haben wir jetzt auch schon wieder, deswegen sind wir jetzt auch schon wieder hier so gut in der Zeit, aber ja. Ja, wir sind gut in der Zeit, auf jeden Fall. Wir begeben uns nach Dragonstone, genauer gesagt zu Rhaenyra am Ratstisch, die aber, also, es ist immerhin keine Ratssitzung, ich meine, diese ganze Serie ist ja voll mit Ratssitzungen, ne, auf beiden Seiten. Äh, nein, sie ist relativ alleine und Sir Orphred, äh, kommt zu ihr, verneigt sich und das ist so, also, ich musste so ein bisschen dran denken, irgendwie ein, ein Chef hat so ein Mitarbeitergespräch oder sowas. Ne, also, von wegen, oh, jetzt lass mal unter vier Augen, aber er ist dann doch relativ überrascht, als Rhaenyra ihm jetzt nicht irgendwie die Zähne ziehen will, sondern letzten Endes gibt sie ihm recht. Die größte Hoffnung auf eine Armee, die sie haben, ist Daemon. Sie räumt dann auch ein, dass sie sich vielleicht auch geirrt hat, äh, darauf zu warten, dass der durch irgendwas mal seine Treue beweist und deshalb will sie jetzt endlich, äh, mal Maßnahmen ergreifen. Sie will nämlich Sir Orphred nach Harrenhall schicken. Mhm. Und, äh, äh, der wittert das dann aber eher, weil er ja eben jemand ist, der ihr schon ordentlich Kontra gegeben hat zuletzt, äh, der versteht das eigentlich erst so, dass sie ihn aus dem Rat entlassen will. Ja, was aber ja vielleicht auch ein Nebeneffekt ist. Ja, ja, natürlich, klar, dass sie ihn so ein bisschen vom Haken hat. Ja. Aber auf der anderen Seite fand ich's auch gut, dass sie dann sagt, ja, ihr habt zwar meine, meine Geduld strapaziert und, und das sagt sie dann auch im Hinblick auf die anderen Ratsmitglieder, also ich würde mir wünschen, dass hier mal ein bisschen mehr ihrer Königin, äh, der sie doch ach so treu ergeben sind, den Rücken stärken könnten. Das, das fand ich schon cool, dass sie sich irgendwie, oder dass sie sich zumindest gegenüber Sir Orphred auch diplomatisch gibt. Also ihr und euer Haus haben der Krone bislang immer treu gedient und ihr würdet wahrscheinlich im Traum nicht die Hightowers, äh, auf dem, auf dem Thron akzeptieren. Also sie hat eingesehen, dass sie die Flusslande brauchen, um eine Möglichkeit zu haben, King's Landing anzugreifen. Aber während Damon halt einen Raben einfach ignorieren kann, kann er das mit, äh, Sir Orphred vielleicht weniger. Aber das war dann auch so ein bisschen merkwürdig, wie der dann nämlich fragt, ja, was soll ich denn genau tun? Und sie dann so, ja, redet ihm doch mal gut zu. Das war so ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, naja, sie weiß ja auch nicht ganz, was ihn dort erwartet. Also, ich weiß auch nicht, ob sie ihm präzisere, äh, Anweisungen hätte geben können, weil sie kennt halt schlichtweg den, den Zustand oder die Verfassung und allgemein halt die Lage von Damon nicht. Ja. Deswegen, ja, das, das wirkt so ein bisschen, äh, okay, auf gut Glück. Ich fand's, ich fand's unfreiwillig komisch, muss ich zugeben. Ja, okay, aber es ist halt, äh, wie, wie sie halt sagt, er kommt halt auch wieder zurück oder kann dann halt dann davon berichten, was ein Rabe jetzt ja gut, nicht machen kann. Ja, ja, der wird einen Raben niemals zurückschicken oder einfach gar nicht drauf reagieren, ne, und, äh, sie kann sich dann, also ich mein, sie kennt ja trotzdem Damon und wittert dann schon so, ähm, ja, der könnte da theoretisch auch eine Armee für sich selber aufstellen und Sir Orphred findet das dann, also meint dann, dass der das doch niemals wagen würde, aber Rhaenyra kennt eben ihren Ehemann und deshalb soll Sir Simon gehen und fragt dann nochmal so im Nachhinein, ja, was soll ich Damon jetzt denn komplett sagen, weil man merkt, der ist nicht so wirklich drauf schlau geworden, was sie da sagt und von ihr kommt dann nur so, ja, ich möchte gern unsere letzte Unterhaltung fortsetzen. Und wenn man das Unterhaltung nennen konnte, ich mein, es war ein übler Ehekrach, ne, der übrigens großartig gespielt war und auch inszeniert. Das war wirklich so, äh, Marriage Story Dragonstone, würd ich sagen, ne. Äh, aber wir landen dann, äh, tatsächlich wieder auf Harenhall, äh, und bei Damon, der, äh, nachts immer noch keinen Schlaf wirklich findet und, äh, auch Geräusche hört, dann versucht einzuschlafen, aber dann kommt mitten in der Nacht Lord Strong und unterbreitet ihm, dass die Lords der Flusslande eingetroffen sind und sofort eine Audienz mit ihm haben wollen. Und das ist schon einigermaßen dreist, weil es dürfte wirklich mitten in der Nacht sein, ne. Ja gut, aber haben ja auch guten Grund. Also Damon, ich höfiert sich da ja, äh, auch erstmal, aber ist dann auch im Nachhinein fast ein bisschen kleiner. Oder zumindest sagt er dann erstmal nichts mehr, als er dann den, den Grund für das Aufgebrachtsein dann erfährt. Den, er ja, also, der ja jetzt für ihn nicht vielleicht sehr überraschend, aber vielleicht von der Vehemenz, mit der es dann vorgetragen wird, vielleicht doch ein bisschen überrascht ist. Ja, er ist, äh, ja gut, das ist, der ist natürlich auch so ein bisschen mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja, ich glaube auch, wenn du dann mitten in der Nacht erstmal rausgerissen wirst und dann erst noch was wirst, ja, ich bin der König, was, also, er geht ja auch dann schon wieder mit so einer Attitüde daran, was, was, was denkt ihr denn euch, muss ich euch hier erst was beibringen, dass ihr den König nicht, König nicht zu wecken habt, oder so, äh, ja, mhm, ihr stört den königlichen Schlaf, ne? Ja, da merkst du, ja, also, er wird dann in die Halle geführt und dort sind, äh, ja, mehrere Flusslords inklusive einer Lady versammelt und Sir Simon klärt dann noch, klärt dann noch damit darüber auf, dass, ja, Haus Brecken wurde gefügig gemacht, aber es gab Komplikationen und dann kommen diese ganzen Lords angerückt mit, ja, hier, die Blackwoods haben geplündert, gebranntschatzt, äh, unsere heiligen Septen zerstört, Bauern getötet, Vieh gestohlen und Jagd auf Kinder und Frauen gemacht, also wirklich schon barbarisches Zeug, da, da ist auch eine Frau bei, das fiel mir auf eine einzige Frau aus dabei, ne? Und das ist vor allen Dingen die, die ja dann mehr oder weniger nach vorne tritt und dem dann richtig, äh, die Meinung sagt. Einheit. Richtig. Also, das fand ich auch wieder, äh, bemerkenswert in so einer Folge, wo, ist ja doch, also, wo, wo ein hoher Anteil sich auch einfach, äh, mit, äh, oder einfach Frauen inszeniert, äh, das fand ich hier auch wieder, äh, auffällig. Ja, so schreibe ich halt auch sowohl dem Drehbuch als auch der Regie wieder zu eigentlich, ne? Die macht halt wirklich eine klare Ansage, die Drachen sind das eine, aber wir werden uns hier niemals einem Tyrannen unterwerfen oder für einen Tyrannen marschieren, der, äh, ein Kind in den Armen seiner Mutter hat töten lassen, ne? Und da, ja, da fällt dann genau das auf ihn zurück, was er, äh, zu Beginn der Staffel verzapft hat mit Blut und Käse, ne? Es, 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 es fiel auch irgendwie das Wort Eindringling oder irgendwie so in der Art. Ja, ja, genau. Sie nennt ihn wirklich, sie nennt ihn Eindringling. Genau. Ja, also wirklich direkt frei heraus, frei Schnauze, könnte man schon sagen, ne? Und die stört das halt auch immens, dass jetzt die Blackwoods wirklich ihre Gräueltaten, die letzten Endes einfach nur wieder ein Aufwärmen der alten Fäde sind, gegen die Erzfeinde, dass die das jetzt auch noch unter dem Banner der Targaryen tun. Ähm, Daemon will dann aber wissen, das fand ich auch ein super Moment, wo er dann, äh, sagt hier, ja, das ist doch eine Lüge hiermit, dass ich für den Tod des Kindes da verantwortlich bin. Äh, bringt mir denjenigen, der das, der das behauptet und ich kümmere mich um ihn. Und dann sagt dieser, sagt einer dieser Lords, ja, dieser Mann, den ihr haben wollt, das ist das halbe Königreich. Ja. Was auch so ein bisschen, also, Daemon ist da auch in seinem eigenen Film. Also, Total. Sieht man ja auch, sieht man ja auch, hat er nicht, steht da nicht, steht nicht noch jemand hinter ihm? Oder bildet er sich das ein? Irgendwer war doch da noch. Ja, ja, er bildet sich ein, dass Lena neben ihm steht und ihn dann irgendwie ermahnt, ja, schützt du unsere Töchter vor dem Krieg. Aber es ist hier noch, noch abstruser, weil vorher war es ja so, dass er irgendwie andere Damen oder vielleicht auch Lady Alice, dass er die als Lena gesehen hat. Aber jetzt steht wirklich keiner neben ihm. Ja. Also, das scheint immer schlimmer zu werden mit ihm, ne? Ja, ich muss sagen, also, ich, ich finde, Matt Smiths Schauspiel holt hier wirklich was raus. Also, du meintest ja auch, er ist dann schon wirklich so kleinlaut, ne, an einer Stelle. Ja, der ist dann kurz, ja. Und dann, äh, ja, die marschieren raus, ne? Also, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Ja, das ist ja eigentlich die Haltung, für die er sie haben wollte, ne? Von wegen, ihnen ist es scheiße egal, ob sie brennen, aber sie wollen halt trotzdem nicht für ihn brennen. Ja, aber er wirkt halt trotzdem schon irgendwie, also gut, kann natürlich auch der Tageszeit so zuschreiben, aber er wirkt auch erstmal überrumpelt. Ja, total. Und, äh, das fand ich auch interessant, dass, äh, er betrachtet sich auch so seine Finger, wo ich mir dachte, hat er, denkt er, er hat da schon wieder Blut an den Händen, weil dieses, dieses Motiv, das zieht sich ja auch bisher quer durch diese Vision, dass er am Ende irgendwie immer Blut an den Händen hat, ne? Ist ja auch nicht sonderlich subtil symbolisch, ne? Aber, äh, das fiel mir da auf. Er stellt sich dann, also er ist, er ist ziemlich, ja, überfordert, eigentlich schon perplex. Vielleicht ist es auch die Uhrzeit, keine Ahnung. Er stellt sich jedenfalls an den Kamin und dann haben wir einen tollen Gegenschnitt zu Rhaenyra, die ebenfalls an ihrem Kamin steht und ich fand es wirklich toll, weil zum einen wirkte es so, als ob die halt wirklich so gegensätzlich sind, zum anderen kann man es aber auch so interpretieren, dass sie vielleicht doch direkt neben ihm steht, so aus seiner Perspektive, ne? Mhm. Fand ich bildsprachlich richtig cool und auch einen tollen Übergang und, äh, Rhaenyra, äh, ist, das ist eigentlich auch nur ganz kurz, ne? Die lässt sich dann da irgendwie ihre Haare kämmen von der Tofe, die ja da nicht Elinda sein kann. Genau. Elinda ist woanders. Genau, die ist an anderer Stelle, die begibt sich nach, äh, King's Landing, kommt dort ans Tor, wo anscheinend ziemlich strenge Maßnahmen mittlerweile, äh, an der Tagesordnung sind. Es regnet und stürmt auch ziemlich, aber sie geht gezielt auf einen Goldrock zu, der anscheinend, äh, sich gerne mal für irgendwelche Dienste bezahlen lässt und teilt ihm dann mit, dass, äh, sie von Lady Mysaria kommt, die der Goldrock ja eigentlich für tot gehalten hat und die ja auch generell eher so für tot gehalten wird, glaube ich, ne? Ja. Sie meint dann ja, die würde ja wohl kaum sterben, ohne vorher einzufordern, was ihr zusteht und deswegen möchte Elinda mit einem alten Freund sprechen. Dieser Goldrock nimmt sie dann mit. Der ist auch noch so ein bisschen verwirrt, weil er meinte ja, die meisten Leute wollen hier gerade eher raus statt rein. Die geht dann eben zu einem Haus, klopft dort an, da öffnet ihr eine Frau, die sie anscheinend kennt. Ich weiß nicht so richtig, wo das hinführen soll, aber wenn du dich jetzt erinnerst, diese Zofetalia von, äh, Alicent, die stand ja auch schon in den Diensten von Mytharia. Also die war ja auch schon eine Spionin. Meinst du, Elinda wurde wohl eh nicht bei Rhaenyra eingeschleust? Auch ein interessanter Gedanke. Die Fakten, die wir, die wir über sie wissen, sind halt so gering, beziehungsweise habe ich sie als so gering in meinem Kopf abgespeichert, ich kann dir da nichts dahingehend sagen. Aber die wirkte schon sehr vertraut mit ihr, ne? Und wenn du überlegst, ich meine in der zweiten Folge oder in der dritten, nee, in der dritten, hätte es auch eine Szene gegeben, wo Elinda mit, äh, Mytharia spricht irgendwie, also. Da scheint eine gewisse Verbindung zu sein. Ich weiß nicht so wirklich, wohin das hier führen soll, aber ich finde es nicht uninteressant. Wir sehen da noch kurz, also ich muss sagen, diese Folge ist irgendwie, die ist so, die ist so ein bisschen zerklüftet, irgendwie, oder? Da sind ja Szenen, die wirken fast so reingeworfen. Also hier wird zwischendurch, also während Elinda, äh, dann dahin geführt wird, haben wir eine ganz kurze Szene, wo wir dann sehen, dass jetzt Herr Orfred irgendwie nachts, äh, Richtung Harrenhall reist. Echt? Aber so richtig den Zusammenhang habe ich nicht verstanden. Okay, dann, dann habe ich die, äh, dann habe ich die verpasst. Oder war das nur so, war das nur so ein Shot? Das war wegen 15 Sekunden oder so. Dann habe ich mir den hier nicht als einzelne Szene notiert. Aber ich fand das halt so merkwürdig, dass du halt erst Elinda zeigst, ne? Ja, ja. Hier finden jetzt wieder verschiedene Sachen ihren Anfang. Also als würde man wieder die Spielstein jetzt in die Richtung anstoßen, in die Richtung anstoßen, in die Richtung anstoßen. Und also ja, zu dieser Zerklüftetheit, das sage ich vielleicht dann ganz am Ende nochmal, wenn wir kurz zum Fazit kommen. Das hat mich beim, beim Ansehen der Folge jetzt gar nicht so gestört. Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, es wirkt schon sehr bruchstückhaft oder sehr mosaikartig. Ja, und dem Mosaik setzen wir jetzt noch ein Steinchen zu, denn wir haben noch eine ganz kurze Szene in King's Landing, wo Aemond vor dem eisernen Thron steht, mitten in der Nacht. Ich habe geschrieben, Aemond gibt sein Schurken-Intro. Oh ja. Das war nämlich wirklich so, wie man einen Bösewicht einführen würde, im Dunkeln mit Blitzen von Blitzen erhellt, dann steht er vor dem Thron. Also das hatte schon was sehr Imposantes. Ja, und dann steht aber plötzlich Helena hinter ihm. Also ich glaube, er will schon auf den eisernen Thron steigen und die sagt dann eigentlich nur zu ihm, ja, warst du dir das jetzt wert? Und da weiß man, also die könnte schon wissen, was er getrieben hat. Die hat ja bekanntlich ihre Träumereien und seerischen Fähigkeiten schon irgendwo. Aber wie er dann auch auf sie reagiert, also er ist ja nicht irgendwie erschrocken oder so, sondern eher so ... Er ist immer gefasst. Ja, er ist so oder so immer gefasst, klar. Aber da ist ja schon, das hatten wir bisher gar nicht so erwähnt und ich glaube auch in der ersten Staffel nicht so, der scheint ihr ja mehr zugetan zu sein als Aegon. Also ich erinnere mich daran, dass er auch Driftmark gesagt hat, dass er die freiwillig heiraten würde und Aegon hat dann gemeint, ja, sie ist doch eine Schwachsinnige. Und letzten Endes wurde Aegon auch nur mit ihr verheiratet, weil er der Erstgeborene ist. Ja, gut. Und ja, bei Aemon ist es natürlich auch immer dieses Jahr ... Also, ich mach das, weil es bringt ja auch irgendwas. Ja, ja, genau. Aber er ist, ich meine, überleg, er ist jetzt praktisch so Halbkönig und dann ist da die baldige Witwe seines Bruders, die er schon immer haben wollte, obwohl es seine Schwester ist. Also, der stimmt schon. Also, mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber es gibt online wirklich einige, die Aemon und Helena schippen. Und dass Aemon irgendwie auch sie immer deutlich besser behandelt hat als der andere Bruder. Aber es ist, wie gesagt, auch nur eine ganz kurze Szene. Ja, gut, das hat man ja auch noch oft gesehen, ja. Ich fand das auch okay, dass sie so kurz war, weil sie, wie gesagt, für mich wie so nochmal so ein Intro gewirkt hat, wie als damals hier Cersei in Game of Thrones gekrönt wurde. Ja. Wie sie einfach diese Krönung von Cersei und diese Black Queen dann, wie sie da auf dem Thron saß. So dieses Intro hat irgendwie jetzt Aemon nochmal bekommen. Ja gut, Aemon hat eh ... Also, der hat eine Präsenz, das ... Also, mein Problem bei der Folge ist wirklich, dass hier so viele Szenen sind, die sich nicht so richtig entfalten können. Also, ja, da komme ich im Fazit nochmal drauf. Wir haben dann noch eine, auch relativ kurze, die sich hier anschließt, nämlich von Aemon im Bett bandagiert. Anakin Skywalker lässt grüßen. Dieses kurze Aufatmen, aber also, das ist ja auch kein Zufall, dass die hinter diese Aemon-Szene da gepackt ist. Ja. So von wegen ... Das ist kein Zufall. Weil Aemon steht halt siegessicher vor dem Thron, also, klettert fast drauf. Und dann im Umschnitt oder in der nächsten Szene sieht man, wie Aegon noch so ... Also, wie er atmet. Also, wie ... Ja, so leicht zu sich kommt, ne? Genau. So, ja. Und Alicent ist neben ihm, hält ihn eigentlich erst sein Händchen, kriegt aber nicht so richtig mit, dass er so langsam zu sich kommt, geht dann weg und hört auch nicht, wie er hinter ihr herruft, Mami, ne? Da ist halt auch wieder die Tut und Macht alles für den, aber in den richtigen ... Also, in den entscheidenden Momenten kriegt Alicent irgendwie nicht so wirklich mit, wie es um ihre Söhne bestellt ist an einigen Stellen. Wenn man jetzt auch an Aemon denkt, der zu einer Prostituierten gehen muss, um irgendwie eine Mutterfigur zu haben, ne? Aber da bleiben wir gar nicht lange, denn wir landen wieder auf Dragonstone bei Rhaenyra, die in der Bibliothek sitzt und sich einmal mehr Bücher ansieht über ihre Vorfahren Visenya und deren Schwert Dunkle Schwester, worauf sie Jace, der dann reinkommt, auch anspricht. Und Jace hofft dann aber, dass Visenya ... Ich weiß nicht, hast du Visenya auf dem Schirm? Nee. Das ist eine der Schwestergemahlinnen von Aegon dem Eroberer und die ist damals schon bei der Eroberung auf Varga gegangen. Ach ja, doch. Also, das ist die ursprüngliche Besitzerin von Varga. Und Jace kommt dann zu ihr, hofft aber, dass die jetzt nicht irgendwie ein Vorbild für Rhaenyra ist, weil das ja bekanntlich eine ist, die sich mit dem Drachen in die Schlacht begeben hat. Und sie will aber wissen, ja, wieso denn? Und ja, das ist ja lange her, das waren damals andere Zeiten. Und er will dann auch schon wieder gehen. Rhaenyra weiß aber so mehr oder weniger ... Ja, doch, stimmt. Nee, Bela hat es ihr ja gesagt, meine ich, ne? Die sollte es ihr erst sagen, als Jace weg ist. Ja, genau, sie weiß ja Bescheid, dass er bei den Fries gewesen ist. Genau. Weil, äh, da war ich nämlich im Moment am Überlegen, weil die kann doch nicht, die kann doch nicht aus dem Stand wissen, wo er jetzt gewesen ist. Aber sie fragt dann eben nach dem Status Quo auf den Zwillingen und, äh, Jace teilt ihr mit, ja, die wollen Harren heilen nach dem Ende des Krieges. Und sie meint dann, ja, hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Und sie wirkt aber trotzdem sauer auf ihn. Ja. Ja, sauer, warum? Weil er sich einfach weggeschlichen hat. Also, das, das, äh, Interessante ist in der Szene, sie haben ja eigentlich beide dasselbe los, ne? Sie, äh, wird von ihrem Rat nirgendwo drangelassen und sie wiederum lässt ihren Sohn nirgendwo dran. Richtig. Also, sie, sie hat halt das Gefühl, dass sie diesem Los irgendwie auch nicht entkommen kann, dass sie halt ausharren muss, während andere kämpfen und sterben für sie. Sie, sie hat das Gefühl, dass selbst er mehr beitragen konnte. Und, äh, er meint dann, ja, aber, mein Gott, du bist die Königin, du kannst dich nicht, äh, ins, in, ins Fadenkreuz begeben, sozusagen. Und sie meint dann, ja, aber du bist mein Sohn und du hattest von mir keine Erlaubnis zu gehen. Er erzählt ja jetzt auch nicht alles, was wahrscheinlich bis ins Detail dort, äh, vereinbart worden ist. Mit den Drachen, ne? Genau, da bleibt ja auch noch was da im Verborgenen oder im Unklaren, was dann aber für den weiteren Verlauf und auch, je nachdem, was jetzt mit Damon und Sir Alfred dort passiert, was nicht ganz so unrelevant ist. Ja. Weil er, er handelt ja schon für die Seite von Rhaenyra, aber auch darüber hat Rhaenyra jetzt gar nicht so die Kontrolle gehabt. Nee, nicht wirklich. Ich glaub, sie hat auch Sir Alfred irgendwie losgeschickt, weil sie, also sie versucht ja zumindest irgendwie dämen wieder halbwegs. Na genau, also, richtig, ja. Aber das Problem ist, also selbst wenn, wenn er jetzt dort irgendwas erreicht, hat trotzdem, ähm, Chase mit seinem, mit seinem Alleingang, in Anführungszeichen, denn, indem er jetzt einfach auch Harenhall ja irgendwie versprochen hat. Und dann so hat er ja eigentlich nur noch mehr Probleme oder noch mehr Verzweigungen da, äh, reingebracht, die es Rhaenyra nicht einfach machen werden, da alle Seiten irgendwie zufriedenzustellen. Ja, sie ist jetzt den Freis einfach was schuldig, ne? Äh, also selbst wenn es nach dem Krieg ist, die werden das einfordern. Und, äh, man hat ja gesehen, äh, wenn man sich nicht an Vereinbarung mit den Freis vom Kreuzweg hält, dann, ja, nicht so toll. Auch wenn jetzt hier, glaub ich, keine rote Hochzeit kommt. Aber auf jeden Fall, Jace ist der Meinung, Rhaenys ist tot und Bela kann nicht alles machen und du bemutterst und verhätschelst mich hier. Und Rhaenyra sagt denen aber, ja, Mensch, ich tu das eigentlich nur, um dich zu schützen. Aemond könnte ja auftauchen und Jagd auf dich machen, genauso wie auf deinen Bruder und du und dein Drache. Ihr seid letzten Endes beide noch jung und unerfahren. Und das ist ja nun mal, also, ich kann's halt auch wirklich verstehen, dass die den so in Schutz nehmen will, ne? Aber vielleicht tut sie es auch ein bisschen zu sehr. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie dem nicht zutraut, ne? Sonst hätte sie ja beide nicht am Ende der ersten Staffel mit Aufträgen da und dahin geschickt, ne? Und Jace sieht dann zwar noch irgendwie eine kleine Hoffnung in Daemon, was Rhaenyra dann aber ... Ja, er ist nicht hier. In King's Landing herrscht jetzt Aemond. Und ob jetzt Aegon tot ist oder nicht, ist eigentlich auch völlig egal, denn Varga ist hier unser Problem. Mhm. Und wenn Aemond hier hinkommt, dann haben wir dem halt nichts entgegenzusetzen. Ja. Also, sie hat so langsam das Gefühl, dass ihre, ja, ihre Optionen ausgeschöpft sind. Und dass sie jetzt, wenn alles nichts mehr hilft, dann muss sie selbst in den Kampf ziehen, ist der Meinung, ja, Varga ist zwar groß, aber hier, mein Drache Syrax ist schneller. Und vielleicht hätten, also das meinen dann beide so im Verlaufe, vielleicht hätten zwei Drachen durchaus eine Chance gegen Varga. Wobei Rhaenyra dann auch falsch in ... Ja gut, das kann sie ja nicht wissen. Sie weiß ja nicht, dass Sonnenfeuer überlebt hat, ne? Sie meint ja hier von wegen, ja, Malice hat gegen zwei Drachen gekämpft und einer davon ist jetzt tot. Und das ist ja nicht der Fall. Letzten Endes haben sie eigentlich nur einen Drachen verloren, auch wenn Sonnenfeuer, glaube ich, ich glaube, der wird auch nichts mehr großartig tun. Ja. Also, sie sieht jetzt eigentlich nur zwei Möglichkeiten für sich, ähnlich eigentlich auch wie am Ende der vierten Folge. Sie kann für ihr Recht kämpfen dort draußen oder warten, bis irgendwann alle stufenweise tot sind. Und ihr großes, großes Problem neben Varga ist, sie brauchen Drachen. Sie brauchen mehr Drachen. Und obwohl sie hier eigentlich auf dem Drachenberg sitzen, haben sie, also, es meint ja nicht, Jace, wir haben ja hier Drachen und zwei von denen könnten es mit Varga aufnehmen. Also hier Vermitor und Silberschwinge. Also, ja, klar, mehr Drachen sind immer gut, aber die Drachen sind vielleicht dann gar nicht doch das einschneidendste Problem, sondern die Drachenreiter, die sie brauchen. Genau. Wir haben nämlich keine. Genau. Sie haben Mangel an Drachenreitern. Kurz mal hier, Vermitor, hast du noch auf dem Schirm welcher das ist? Der Grüne. Das ist der, den Daemon ganz am Ende der ersten Staffel da besucht hat. Ja, ja. Unter dem Berg, der ist das. War der Grün? Keine Ahnung. Ich habe die Farbe nicht gesehen. Okay, nee, das war jetzt auch bloß ins Blaugrein. Aber ja, jetzt, wo du es sagst, ich erinnere mich. Es ist auf jeden Fall der Drache, also das ist der ehemalige von Jaehaerys dem Ersten, also dem Vorgängerkönig von Viserys. Und ja, sie haben Mangel an Drachenreitern. Also überlegen Sie dann, ja, Rhaena, Rhaena, da weiß ich noch, die hat ja keinen Drachen. Das ist ja in der Serie etabliert, dass sie keinen Drachen hat. Die hat wohl irgendwie einen Küken gehabt, was dann geschlüpft und dann schnell gestorben ist. Und bei ihrem letzten Versuchen, Drachen zu zähmen, ist sie wohl fast umgekommen. Ja, dann haben sie eigentlich keine Option mehr. Dann gibt es relativ lange eine Stille zwischen ihnen. Und dann kommt Jace auf eine Idee. Es gibt doch bestimmt noch die, die nie geherrscht haben und trotzdem zu Haus Targaryen angehören, die das Blut des Drachen haben, aber in andere Häuser eingeheiratet haben und dann natürlich auch Kinder mit anderen Namen gezeugt haben. Und Rhaenyra ist dann erst dann nicht so von angetan, meint dann auch, ja, Mensch, das ist Jahre her und deren Blut ist wahrscheinlich dünn. Und es heißt ja auch in den valyrischen Legenden, Drachen lassen sich nur von Drachenlords besteigen. Und Jace ist dann, der ist dann aber schon echt klug an der Stelle eigentlich, ne? Ja. Weil der meint dann ja, dass, ja, das ist ja eigentlich hier nur Propaganda aus Valyria, was uns irgendwie größer erscheinen lassen sollte als alle anderen Menschen. Und Rhaenyra ist dann so halb belustig und meint dann, ja, wen willst du dir jetzt hier auf Drachen setzen? Irgendwelche Malisters oder Talys. Talys fand ich auch sehr schön, dass das erwähnt wurde, ne? Grüße an Samuel Taly. Und Jace, ja, es ist besser als Tod und Niederlage. Und dann fängt Rhaenyra an, die Idee doch so langsam zu gefallen und meint dann, ja, wir müssten hier doch Aufzeichnungen haben. Ein paar. Über die Blutlinien. Ja, genau, ein paar. Es dürfte ein paar geben. Genau, so fünf oder sechs. Ja, und die letzte Kameraeinstellung, die dann so am Regal hochfährt, zeigt uns dann, dass das wahrscheinlich nicht nur ein paar sind. Nee, genau, das sind nämlich einige Regale voll mit Tagamenten und mit Schriften und mit was weiß ich. Ja. Und das ist dann, das war dann der Moment in der Folge, weil ich vorhin vor, ach ja, vor so zwei, drei Stunden mal von dem Pendel gesprochen habe. Ja. Das war der Moment in dieser Folge, wo wieder, jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Weil jetzt ist das wieder, also auch wenn es für die anderen noch nicht so ersichtlich ist, aber in dem Moment, okay, ja, das ist ziemlich sicher, wird sich da irgendwo was finden lassen. Also wir sind, momentan gibt es wieder so ein kleines Hoch oder eine kleine Hoffnung, zumindest für Renderer-Seite. Und es kommt ja auch nicht völlig aus dem Nichts. Also man könnte es ja nämlich kritisieren, dass Jace einfach so auf diese Idee kommt. Kann man vielleicht, da kann man drüber reden, aber, die Serie baut ja schon im Hintergrund was auf die ganze Zeit mit den Drachensamen, ne? Mhm. Sag ich mal, ne? Also mit Hugh, also Hugh, dem wir ja diese Folge sogar noch gesehen haben, ne? Alin, Adam und, äh, wer war der vierte? Ulf, glaube ich, ne? Genau, Ulf der Weiße. Ja, und damit, äh, endet diese Folge, die wirklich ein bisschen, ja, zerfahren ist leider an manchen Stellen. Weiß auch nicht genau, woran das liegt. Was meinst du? Soll ich ein kleines Fazit machen? Ja, ja, klar, gerne, gerne. Ähm, ja, alles gut. Ja, also ich gebe dir recht, es ist ein Flickenteppich, kann man so sagen. Mhm. Ähm, das ist wie, als hätte man in der letzten, ähm, in der letzten Folge so endgültig, äh, was zerschlagen. Und jetzt hat man die ganzen Splitter, mit denen man sich jetzt wieder, äh, die sammelt man so einzeln auf. Und manchmal passt da was zusammen und manchmal passt es vielleicht dann doch noch nicht ganz zusammen, weil es doch eine andere Scherbe war oder so. Aber es unterstreicht für mich aber auch noch so ein bisschen die Situation und in der sich diese, diese Königslande da eben zur Zeit gerade befinden. Mhm. Weil es ist dieses Brodeln, was ich anfangs beschrieben habe, was die ganze zweite Staffel jetzt schon da ist. Aber jetzt, jetzt ist es schon so ein bisschen übergeschwappt und ausgebrochen, aber es ist alles, äh, ist so ungewiss und jeder hat seine eigenen Pläne, aber nichts wird sich so richtig irgendwie zusammenfügen, weil sich doch jeder dann, äh, wieder an einem anderen, äh, oder jeder an einem anderen Plan oder jedem anderen Gedanken gerade folgt. Für mich fügt sich das eigentlich schon nach der letzten Folge nahtlos in die Staffel irgendwie ein, von der ich auch im, äh, im Gesamten jetzt oder von der Gesamtheit der Erzählung, auch vom Tempo her, die ich auch deutlich runder finde als Staffel 1. Nur die Folge jetzt, und da gebe ich dir recht, ist halt wirklich ein, eine Ansammlung an, 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 an Bruchstücken mit, mit ganz vielen interessanten Einzelheiten, die wir jetzt eben auch in sehr großer Ausführlichkeit hier jetzt versucht haben, so ein bisschen nochmal zu bündeln, äh, ja, ja, zu bündeln und auch nochmal zu gucken, wie, wie kann man sie zusammenführen oder wie passen sie vielleicht auch noch nicht zusammen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass die dann zwischen den Folgen, ich weiß nicht, wie es dann nächste Woche natürlich weitergeht, ähm, dass die zwischen den Folgen dann wirklich wie so ein klassisches Bindeglied, ähm, fungiert, aber so einzelne Sachen fand ich auch hier wieder sehr stimmig und bei anderen bin ich immer noch so zwiespältig wie bei Daimons Vision, wo ich auch gerne diesen, also wo ich den Weg noch nicht richtig sehe, wo das passend irgendwie mit einfließen kann. Aber so ganz kurz meine, äh, ja, auch etwas vielleicht ähnlich zersplitterten Gedanken zu dieser Folge, wie es auch diese, ähm, Episode letztendlich ist. Ja, also ich hab jetzt mal so drüber nachgedacht, ich mein, diese Folge ist ja, handelt ja auch größtenteils irgendwie von, von Ziellosigkeit und so, ne, und vielleicht soll das auch so ein bisschen das Pacing oder die, die Szenenabfolge unterstreichen, kann ja auch sein. Aber es wirkte schon ein bisschen merkwürdig und das ist leider auch eine Schwäche, die sich hier reproduziert aus der zweiten Folge von Claire Killner, weil so toll ich die fand, auch im Hinblick, äh, wie diese hier auf Infowars und Fake News und auch hier, äh, das, äh, kleine Volk leidet zuerst. Die war auch manchmal so ein bisschen überladen mit so Szenen, die, die, ja, die, die einfach so in der Luft hingen und hier waren die zwar länger oder dann auch kürzer, aber es war noch mehr, also das mit Bela zum Beispiel hätte man weglassen können. Mit der USA-Rin, ja, ja. Ich, ich seh da zum einen die Schwäche von Claire Killner an der Stelle, aber zum anderen auch so ein bisschen, äh, von der Staffel an sich, weil wir haben halt nur acht Folgen, ne? Das macht sich da bemerkbar. Ja, ja gut, das kann sein, dass man, dass man das deswegen versucht, wirklich noch in eine Episode zu zwängen. Ich stimme zu, diese, also wir haben über viele Einzelszenen gesprochen, die halt wirklich, die wahnsinnig viele Details liefern, die natürlich auch Figuren weiter mit, mit etablieren oder weiter bauen oder deren Motivation weiter bauen, die später vielleicht noch relevant werden. Aber das stimmt, das ist für 59 Minuten oder ne, knapp über 60 gegen die, ist das, also es ist, es ist schon echt viel, viel Input. Und, und von vielen Seiten einfach auch. Ja, vielleicht ein bisschen zu viel, ja. Ja, ja, und das, äh, äh, finde ich auch irgendwie bezeichnend, dass, äh, 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 halt jetzt irgendwie ein, äh, Story, also ne, ne, ne Dame, die sonst irgendwie Story-Editing oder Consulting gemacht hat, dass die jetzt ausgerechnet das Skript geschrieben hat. Ja, aber vielleicht ist es auch so, äh, aus der Sichtweise so, das müssen wir noch, das müssen wir im Auge machen, das müssen wir noch, also vielleicht ist es genau das. Ja, ja, vielleicht ist die, vielleicht soll ihr es ja so ein bisschen bündeln, ne, das könnte sein. Was ich, was ich ja sehr lustig fand, sie stand ja auch im Abspann nochmal als, äh, Story-Editor oder so, ne, also diese Time-Mickel. Also alles in allem, es ist, ja, es ist eine gute Folge mit teilweise merkwürdigen Momenten, muss ich zugeben, also Daemon. Äh, ich fand allerdings, also das muss ich auch sagen, ich fand die Dialoge an sich echt gut, die waren teilweise sehr, also die, die waren nicht ganz so lang gezogen. Ja, ja, ja. Wie, wie in manchen, in manchen Szenen, das, das war teilweise sehr präzise und, ähm, das mochte ich durchaus, äh, aber insgesamt, also im, im Gegensatz zum Beispiel zu der von, von Jita, Waisen Patel, der, äh, im Gegensatz zu der dritten Episode von ihr, wirkte das nicht so rund. Und, also bei der griff wirklich fast alles so ineinander. Ja. War natürlich dann auch Bild ab für Folge 4, aber hier, das ist wirklich, also zer, zer, zerklüftet, keine Ahnung. Ja, und, und für mich, äh, natürlich ist das jetzt auch einfach so reingelesen und, äh, einfach, einfach Zufall wahrscheinlich, aber dieses, dieses Zerschlagene, man hat, man hat in der Folge 4 dieses eine Ding und diesen Hammerschlag in Folge 4 und jetzt ist man dabei, die Scherben einzusammeln. Und davon passt halt nicht, nicht alles. Und, wie gesagt, also ich hätte auch wahrscheinlich auf drei oder vier von diesen kleinen Scherben auch verzichten können. Ähm, ich bin aber trotzdem gespannt, vielleicht verändert sich die Wahrnehmung von der Folge auch nochmal, wenn wir jetzt die sechste Folge noch haben. Also, ob sich das dann besser, weil wir haben jetzt hier auch, vor allem jetzt in den letzten, ähm, Szenen haben wir auch wahnsinnig wieder viele, wie du sagtest, offene oder lose Dinge, die vielleicht, also die wieder aufgegriffen werden und dann, je nachdem, wie die halt, äh, zu Ende geführt werden oder so, dann erklärt sich vielleicht noch mehr. Ja, ich weiß es nicht, das ist eine reine Mutmaßung, aber so könnte ich es mir vorstellen oder würde es mir, oder würde es hoffen dafür, dass es dann vielleicht im Gesamten betrachtet dann nicht mehr ganz so lose dasteht. Ich meine, es ist ja, hatte ich ja am Anfang gesagt, das ist eine Aftermath-Folge, ne, die auch so ein bisschen fast Reynes gewidmet ist, ne, oder auf jeden Fall so dem Gedenken an sie. Aber zum anderen muss halt viel in Gang gesetzt werden und dann, äh, es ist natürlich auch wieder viel Build-Up, ne, das ist immer, immer Build-Up. Build-Up, Build-Up. Naja, es ist, ja. Hier ist es aber eher so, also ich, ich muss da sagen, ich mochte ja diese Ruhe irgendwie, also, das ist auch so seltsam. Es sind viele ruhige Szenen, aber halt sehr, sehr viel davon. Dann teilweise auch sprunghaft, also es ist, man merkt es jetzt vielleicht auch an diesem Podcast, es ist nicht leicht, diese Folge zu besprechen. Ich, ich finde sie interessant, ich bin gespannt, wo es jetzt hinführt. Ich weiß ja auch, was da jetzt am Horizont heraufzieht mit den, äh, Drachensamen, äh, freue mich da auch sehr drauf. Alle anderen da draußen, äh, wir freuen uns natürlich auch, äh, nicht nur über diese Folge, sondern auch, wenn ihr, äh, uns vielleicht Feedback hinterlasst. Also, wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn, äh, natürlich ich oder Paul wahrscheinlich eher ich Quatsch erzählt habe, äh, in Hinblick auf die Vorlage, lasst uns das gerne wissen. Ansonsten auch Feedback jeglicher Art oder Interpretation gerne, äh, beim YouTube-Upload in die Kommentare oder auf tele-stammtisch.de, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ansonsten, uns gibt es überall, wo es Likes gibt und, Paul, habe ich was vergessen, ja doch dir zu danken, dass du hier warst. Ja, sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, eine, eine kleine Odyssee, sowohl da vorne als auch dazwischen und überall und außerhalb, aber wir haben es geschafft. Mal gucken, ob du vielleicht noch mal irgendwie beim Staffel-Recap oder so Zeit findest. Ja, ähm, kurzer Einschub, mein Titeltipp für diese Folge ist irgendwas mit König, weil es sehr viel um Könige und um das, um das Herrschen geht, deswegen würde ich irgendwas in die Richtung, ich sag The Broken King. The Broken King. Das ist eine kleine Klammer noch. Ja. The Broken King oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich, äh, mach's mal ganz poetisch, zerklüftete Trauer. Ja. Dann weiß die Folge genau, was sie ist, äh, und damit würde ich sagen, schließen wir das Ganze, Paul, ich danke dir recht herzlich und, äh, entlasse dich. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem einmal mehr etwas ermüdeten Vala Morghulis. Vala Doheris, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.